Merhaba, merhaba, gute Banane, guter Apfel, alles frisch, alles frisch. Ich muss das... Ich glaube, ich tue das Schöpening raus. Oh. Das müssen wir ändern. Oh, mein Törtchen macht Hautjub. Oh, ich mach das raus. Scheiße. Kommt. Hallo. Hallo. Okay. Nein. Hab ich gemacht. Nein. Äh. Oh. So. Okay. Ich hoffe, es sieht gut aus. Oma, machst du Hotjub? Machst du Hotjub? Oh. Oh. Hallo. Oma, machst du Hotjub? Ja, aber ich hab mein Quitschernchen mit in die Paderwande genommen. Hast du schon einen Quitschernchen gefüttert? Ja, nee. Was frisst der denn? Scheiße. Oi. Jeder spielt hier gerade, guck mal mit dem Quitschernchen da hinten. Hast du schon Geld verdient? Hast du schon Geld verdient? Wie denn? Ja, mit Hotjub. Nee. Du musst so ein Werbeschild in der Hand nehmen. Oh, nee. Hotjub, Hotjub, Hotjub. Nee, hab ich nicht schreien, bitte. Du musst auch die Hack rausziehen. Ich hab keine Hack hatten. Das ist mein Schwimmburger. Dein Schwimmburger? Ja, hast du mir doch gestern empfohlen. Stimmt. Meine Füße sind nass. Ja. Jetzt sind meine Schuhe ausgezogen. Du hast deine Schuhe auch an. Also kann ich meinen auch anlassen. Das sind Schwimmflassen. Ich hatte einen Albtraum vom Berglöwe. Oh, das glaub ich dir. Der hat alle seine Freunde geholt. Und die haben alle eine Maske getragen. Oh. Und wollten mich töten. Oh. Hast du dir den fertig gemacht? Nee, ich bin diesmal weggerannt. Hatte keinen Schuss mehr in meine Pistole. Oh, 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 oh. Lass mich die ganze Zeit umgucken, dass nicht noch ein Berglöwe kommt. Nicht, dass ich noch mal Ärger bekomme. Oh, ja. Gibt's ein Twinkie jetzt? Die macht noch Eier. Die ist erschöpft. Aber geht's dir wieder besser? Ja, die hat alles nur gespielt, ne? Die hat gar keinen. Oh. Das war alles nur gespielt. Auch, dass die in das Auto geschissen hat. Ich wollte gerade fragen. Ja. Oh, wei. Die hat sich gestern beruhigt und hat gesagt, haha, das war alles nur ein Traum. Ejo, ejo. Oh. Und ich hab der gebeichtet, dass ich Glücksspiel gemacht hab. Oh, wei. Und? Und die wollte mich verlassen. Äh, das ist ja auch ne Menge Geld. Aber ich hab meinen Mann gestanden, Omi. Ich hab gesagt, wenn du mich verlässt, dann geh ich. Für immer. Oh, ja. Jetzt muss ich mein ganzes Geld an dir abgeben. Wie viel hast du dann nochmal geschuldet? 70.000 US-Dollar. Ui, 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 ui. Da ist auch ne Menge Geld. Das stimmt. Mein Roller ist weg. Wurde abgeschleppt? Ja, ich glaube. Deswegen dachte ich, entspann mich mal ein bisschen mehr. Oder liegt der vielleicht im Gebüsch kaputt? Nee, da ist nix. Hast du schon geguckt? Nicht gezielt in den Busch, aber. Ich hab gestern Nacht noch Rasen gemäht. Hast du das gehört? Nee, ich hab geschlafen. Hab ich auch wieder angebekommen von Twinkie. Wieso, weil das so spät war? Ja, ein Uhr nachts war's. Ich hab nix gehört. Ich musste noch Rasen mähen. Ich musste mich beruhigen. Ja, glaub ich. Dir war ja auch aufregend gestern. Ja. Hatschisch, komm mal her. Ui. Dummer Frosch. Der braucht ja noch so Teichpflanzen. Ui. Wenn ich nochmal auf die Insel komme, dann klau ich noch einen. Ui. Aber einen männlichen. Dann hast du ein Pärchen. Dann gibt's ganz viele. Kinsel ist am Kochen da. Schwarzer Rauch. Es wurde noch kein Papst gewählt. Was denn für Rauch? Was? Was denn für Rauch? Da oben aus dem Kamin. Pinsel ist zu Hause. Ach so, ja, ja. Was läuft denn eigentlich zwischen euch? Zwischen wem? Zwischen Pinsel und dir. Seid ihr am Knutschen? Nein, gar nichts. Ja, ja. Nein. Der erzählt mir aber ganz andere Sachen. Ja, dann erzählt der aber Lügen. Der hat gesagt, ihr habt schon gekuschelt. Das stimmt gar nicht. Und Apfelmus zusammen gegessen. Ja, das stimmt. Mit Kartoffelpuffern. Hab ich selbst gemacht. Ich hab auch Hunger. Ich muss mir Felschki kaufen. Ich weiß nur nicht, wo man das kaufen kann. Ich weiß aber noch nicht, was das ist. Also kann ich dir leider auch nicht helfen. Na ja, im Prinzip ist es Chemie mit Leistungswasser. Was dir verkauft wird als super, super Produkt. Und man bekommt Herzrasen davon. Ui. Glaube ich. Also bei dem, wenn das ein Energy Drink ist. Ich weiß nicht. Wo hast du das denn sonst her? Pinsel hat mir was gegeben, Willi. Ich frag Willi mal. Mama. Wenn man das kaufen kann. Aber schmeckt gut. Schmeckt nach Zuckerwasser. Oh, kriegst du ein Diabetes von. Krieg schrumpelige Füße. Dein ganzer Körper schrumpelig, Umi. Ja. Dann laufen die Füße dann auch nicht mehr dick. Ja, das stimmt. Du bist nämlich alt. Und mit einem Bein im Grab. Aber solange du noch lebst, hast du Spaß. Na klar. Ich wollte heute arbeiten. Kommst du mit? Ja, also ich will das nicht stören. Nö. Ich pusher auch ein bisschen in deine Rente. Ach so. Ja, die, die ich nicht kriege. Aber du kriegst doch Arbeitslosengeld. Ja, Arbeitslosengeld. Aber keine Rente. Nein. Nicht? Nein, nein, nein. Bekommst du eigentlich mehr Rente? Nö. Also ich weiß ja nicht, was ich hier... Also dadurch, dass ich keine Rente kriege, weiß ich das nicht. Ich kriege nur meine Arbeitslosengeld. Aber du musst doch wissen, was du in die Rentenkasse eingezahlt hast. Ach so, ja sicher. Aber das klinge ich ja hier trotzdem nicht. Warum? Habe ich dir doch schon mal erzählt, weil hier zu wenig alte Leute sind. Ja, aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, und das hat mir der Siegfried mal erzählt. Wer ist denn Siegfried? Na, den du Mörder nennst. Ja. Dann sollten wir vielleicht mal... Nee, besser nicht zum Sheriff. Keine Lust. Nee, das macht doch gar keinen Sinn. Vielleicht zum Department of Justice. Oh, ich glaube, das macht doch keinen Sinn. Ich glaube, hier macht gar keinen Sinn. Auf jeden Fall hatte Siegfried mal irgendwie die Idee, alle alten Menschen zusammenzustecken und dass man da mal so eine... so eine... äh... wie nennt man das? Ach, keine Ahnung. Ja, ja, sowas ähnliches. Ich glaube, Willy schläft aber noch. Seine Autos sind da. Willst du auch ein Kokoswasser? Nee, danke. Willst du nen... nen Maki? Ich weiß nicht, was das ist. Gib mal. Ich hab immer nie gehört. Da steht auf der Verpackung Maki. Ach so, das ist Sushi. Sushi? Ja. Ich mag Sushi, aber nur mit Thunfisch. Ja, ich weiß nicht. Da steht ja nicht... Also, der Verpackung steht nicht, was das ist. Da steht nur Maki. Ja, Maki, Maki, liebe Lang. So beaucoup. Ja, ja, ja. Mama, wie lange hast du denn das schon? Seit gestern Abend noch. Na, ich hoffe, dann kriegen wir keinen Durchfall. Das ist ja alles roh in Sushi. Da. Boah. Ich will keinen Durchfall. Hier ist es kurz. Hier hast du mich kurz zum Friseur. Ja. Ziehst du deinen Hut wieder auf? Ja, oder ohne Hut. Oder heute lieber ohne Hut. Unter deinem Turbond stinkt es nämlich schon. Ey. Das ist meine Schlafmütze. Ja, und damit kommst du raus? Ja, klar. Schämst du dich nicht, du Stinker? Ich schäme mich eher, wenn ich das abnehme. Sieht das ganz schlimm aus. Mach dir doch mal Drittloks. Ja, können wir auch machen. Hört sich funky aus. Funky und fresh. Was? Funky und fresh. Was ist? Das Auto hat gekäumt. Das war ganz komisch gerade. Ich wollte das Auto noch tiefer legen lassen. Halt dich gut fest. Ja, ja, ich habe mich schon angeschnallt. Oh. Bin heute schnell unterwegs. Ja. Das macht viel mehr Spaß als schnell fahren. Ja. Ich hasse dieses Tor. Ich hasse es so sehr. Müssen wir mal so ein Fernbedienungsding anbringen. Das wird rausgerissen. Oh. Hast du den Lakshan schon? Oh. Oh. Alles kaputt. Ich hasse es so sehr. Es. Ich hasse es so sehr. Ich möchte, dass es stirbt. Oh. Ich glaube, es ist schon tot. Die Welt sieht wunderschön aus. Ja, ja. Schöner Sonnenuntergang heute wieder. Ja. Also zum Frisur. Uh-huh. Ja. Ist du müde? Ja. Immer. Alle sind müde. Tinky auch. Die hat so gepupst im Schlaf. Ui. Die ganze Wohnung hat gestunken. Ja gut, dass ich hier im Poolhaus wohne. Musst du alle Fenster aufmachen. Hat gestunken wie ein Marderschaden. Ja, kein Wunder. Seid ihr schon mal? Ich kann nicht wissen, was die gegessen hat auf der Insel. Ja. Eine Menge komisches Zeug. Sonst hätte sie den Polizeiwagen nicht voll geschissen. Und das hat die extra gemacht, ne? Oh, eklig. Ja. Was soll ich sagen? Ich fühle eine glückliche Ehe. Ja. 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 Welch nicht so in Angst haben. Das kann ich sehr überzeugen. Ja. In East wurde die's. Ja, ja. Davor, dass dein Mann tot ist. Ja, auf Ur bin ich da nicht drüber. Aber alleine ist es auf jeden Fall einfacher. Ach komm, du hast ihn doch umgebracht. Nee. Du wurdest doch die Lebensversicherung. Nee, der hat's ja noch nie einmal abgeschlossen. So, das ist ein Clown. Richtiger Da Vinci. Richtiger Künstler, sagst du? Ja. Heute ruhig, heute ruhig. Oh, ich mag das so langsam zu fahren. Ja. Da kann man sich die Stadt mal richtig angucken. Hast du denn deine Brille auf? Ja, na klar. Ja, na klar. Du bist eine richtig hippe Oma. Ja, klar. Ja. Ich hab ja schon viel gelernt hier. Hast du eine Ausbildung gemacht? Nee. Nee. Ich hab keine Ausbildung gemacht. Opfer. Nee. Ich war ne Mutter. Ich auch nicht. Was? Ne Mutti. Ich hab doch so viele Kinder gekriegt. Ich hör sie lügen. Ja, ich auch. Nee, die bringen mir doch hier alle so coole und frische Sachen bei. Nee. Mir wurde gesagt, wenn ich mal irgendwo einen hübschen Mann sehe, dann muss ich einfach sagen, Ui, Memo. Ja. Ui, Memo, guck mal. Ui, Memo, guck mal. Schaffst du, dass du so schmilzt kommst? Nee, klick hin. Kannst ruhig sitzen bleiben. Okay. Kannst du auch die Tür zumachen. Danke. Alter Schachtel. Juri ist voll süß. Ist cool. Hallo, Juri. Und hallo, die gerade alle eingeschaltet haben. Guten, guten Merhaba. Und Eichenstein, danke schön für den Prime im 22. Monat. Dann im Kekoschloss. Danke. Hallo, Holy. Hi, Hoppen. Danke schön für den Wieser im 8. Monat. Und Bombe. Danke schön für den Prime im 19. Und Ezio, danke schön für den Prime im 14. Und Taloronen, danke schön für den Prime im 6. Gute, gute, gute Merhaba. Mach mal Nacht. Warum musst du da sein? Hallo, Frau Setti. Und Eugene, danke schön für den Prime im 5. Oder Eugen. Aber eher Eugene, ne? Ich hatte in meiner Grundschule einen rösischen Schüler, der hieß Eugen. Der war cool. Halt wieder ruhig. Schett, lehnt euch zurück. Geht ins Bett. Genießt. Ui. Ui. So schnell macht er deine Haare? Ich hab doch nur das Ding abgesetzt und den Handeimer rübergeföhnt. Rübergeföhnt? Rübergeföhnt. Damit die wieder halbwegs glatt sind. Ich hab Hunger. Ich hab auch nicht mehr viel zu essen. Magst du Chinesisch? Ja, kommt drauf an was? Hier ist ein neues Social Restaurant. Mhm. Also da ist Maki her. Ja. Und da gibt's Panda-Tee. Ich mag Panda-Tee. Ach, den hast du doch gestern schon in den Pinsel reingedreht, ne? Ich hab den Pinsel, den reingedreht? Angedreht? Ja. Ui. Lasse vorne ab 15 Uhr haben die mal auf, bis 0 Uhr. Oh, das ist immer lange. Du musst aber aufpassen, das sind Ninjas. Oh. So richtig wie aus dem Film. Hier. Ui. Ui. Die sind sogar richtig gut. Die verkaufen straight aus Make-A-Way raus. Wie sagt man nur für Punch? Hallo? Konnichiwa. Ni hao, glaub ich. Ni hao. Hallo. Hi, Ni hao. Ni hao. Ni hao ist leider chinesisch. Konnichiwa. 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 Hallo, Gozuma. Was gar nicht gut ist für euch? Wir haben Hunger. Ich wollte die Homi einladen. Ja. Was habt ihr Feines? Ähm. Wir haben... Ich kann Ihnen gern die Karte zuschicken. Ich will wieder diese Reiskuchen-Dinger und Panda-Tee. Also Mochis und Panda-Tee. Mochis. Jeweils sieben Mochis und sieben Liter Panda-Tee. Sieben Panda. In was für Geschmacksrichtungen haben Sie denn die Mochis? Äh. Die Mochis, die sind alle mit Matcha. Was ist ein Matcha? Das mag ich nicht. Matcha ist grüner Tee. Habt ihr keinen Mochi mit Thunfisch? Nee. Das ist süß Kram. Ach so. Mochi ist süß Kram. Ich mein Sushi mit Thunfisch. Ja. Ich hab doch keine Ahnung. Ich bin kein Mann von Welt. Ja. Passt auf, wir könnten überall Berglöwen sein. Thunfisch mag ich auch. Ja, dann nehm ich das auch noch dreimal. Dreimal. Ja, gerne doch. Gut, ich würd dann gern zweimal den Tee nehmen zum Probieren. Den Panda-Tee? Ja, ja, ja. Okay, dann machen wir neun draus. Ähm. Habt ihr auch, ähm, Avocado-Soshis? Habt ihr dicken Sack? Nee, leider nicht. Avocado-Sushi hab ich leider nicht da. Ähm. Mit, äh, hier, mit, ähm, ähm, Eier-Omelette. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ein Eier-Omelette. Ja, so ein japanisches Eier-Omelette. Keine Ahnung, wie das heißt. Habutu Shippudem. Aber du kannst richtig gut japanisch, äh, los. Ja. Ich gucke auch immer diese drecklichen Comic-Filme. Da geht's richtig zur Sache. Aki, pff. Ja, was habt ihr für Aki? Ähm. Die haben doch, die haben ne speisekalte Omi. Ich hab keinen gekriegt. Achso, gut, dann, dann schick ich die nochmal schnell zu. Habt ihr auch Ninja-Schwerter? Äh, ja, theoretische sehen schon, aber die müsste ich erst bald Restaurant ausbauen. Seid ihr bei der Yakuza? Nee. Bei der Yakuza bin ich nicht. Nee, das war jetzt falsch. Ich will auch ein Tragen-Tattoo. Oh mein Gott, Shindereo, Nani. Das ist auch das Einzige, was ich kann. So. Was heißt das? Ähm, irgendwas mit Passia-Hauf und was passiert da? Irgendwie sowas, glaub ich. Ah. Bin mir nicht sicher. Bin kein Weep. Ui, oh, ich hätte gern das mit den Kanälen. Und das mit den Kanälen-Röllchen. Das hast du schon genug Röllchen. Du auch? Achso, die, ähm, einmal die Ebi und einmal die Los Santos-Maggi. Ja, 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 ja. Hm? Hey, nicht so viel. Ich hab nicht so viel Geld. Das sind doch nur zwei Sushis und zwei Ps. Ach, du brauchst nicht so viel. Du bist alt. So, und die Los Santos-Maggi einmal. So, und noch ein Wunsch? Bah. Das war's. Okay. Gut, dann mach ich schnell die Bestellung fertig halt und bin gleich wieder da. Dankeschön. Ich will nicht so gemein sein, Trinken. Ich bin immer gemein zu dir, ne? Oh, mich stelle das nicht, du. Was? Ich hab so viele, ich sag, mich stelle das nicht. Ich hab so viele Enkelkinder, die sind sehr viel gemeiner. Was sagen die denn? Stirb! Wenn die gemeiner sind als ich, dann solltest du mir deren Tauschengeld geben. Die kriegen kein Tauschengeld von mir. Dann solltest du mir welches geben. Für was denn? Achso, ja, klar. Also, ich meine, erst mal kriegst du auch noch Miete, glaube ich, für die Woche, ne? Ja, so 70.000 Dollar pro Woche. Tausend haben wir gesagt. Scheiße. Aber du kriegst Tauschengeld in Keksform. Ja, du würdest mich nur dicker machen. Ja, was würdest du dir von den Tauschengeld kaufen? Die sind super lecker. Dankeschön. Ja. Vor allem sind die gar nicht trocken. Ohaio, guesima. Gut, dann kommen wir mal zur Rechnung. Wo ist die Ware? Ja, die Ware gibt's sofort. 910 Dollar wären's dann. Ja, ich zahl 1.000. Okay. Danke. Ich hab's ja. War nicht so, dass ich glücksspielsüchtig bin. Bestätigt. Sind sie? Ja. Leider ja. So, dreimal. Und siebenmal. Banderer. Nichts. Pinderho. Äh, da. Pannetee. Ja, Tee, genau. Wo die Jünger. Achso, und die Mochi. Die Mochi noch. Kleiner Blick. Der wollte mich abziehen. Der hat schon so, der hat schon so suspicious geguckt, so. Ich bin wichtig. Steh ab. Nein. Nein, bleib am Leben, Oma. Ich brauch dich nicht. Ich will erben. Du musst mich in dein Testament schreiben. Aber so viel Geld hab ich gar nicht. Ich will alles, was du hast. Ja, wenn der nicht angewachsen wäre, der Kopf halt. So. Dankeschön. Bitte schön. Abfallen. Ja. So, und einmal die Dame. Da hätten wir einmal das Santos-Maggie. Aber ich hab Tinnitus. Und zweimal Panache. Was? Ein Tinnitus? Ja. Und was denn? Danke. Weiß ich nicht. Das kommt einfach. Einfach so, aus dem Nichts. Ja. Das ist aber nicht gut. Das passiert aber manchmal. Ja. Entweder zu viel Druck auf den Ohren. Ich hab schon lange keinen Sex, mein Name. Daran wird es eher weniger liegen, aber... Es liegt daran. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Okay. Der Druck wird abgebaut im Hot Tube. Im Hot Tube. Das liegt bekanntlich in den Ohren. Genau. Das liegt an den Ohren, weil die Ohren hart werden davon. Ja, aus der Sicht hab ich das noch nie gesehen. Ja. Dann müssten Sie mal Discovery Channel gucken. Das hat mich gebildet. Okay. Okay. Dann schreibe ich mir mal sofort auf. Besser nicht. Discovery Channel. Komm, wo mach ich fahren. Okay. Gut. Perfekt. Dann wünsche ich Ihnen beiden noch einen schönen Abend. Was heißt? Tschüss. Sayonara. Ähm. Sayonara. Das ist doch aber eine andere Sprache. Was ist denn das? Japanisch. Das ist doch Spanisch. Nein. Immer noch Japanisch. Und. Okay. Sayonara. Sayonara. Auf Wiedersehen heißt das. Sayonara. Und sagt man, hau rein, Alter. Hau rein, Diggi. War das nicht Spanisch oder sowas? Weiß ich nicht. Telefon. Sterb! Ähm. Was? Warum? Was? Mach mich nicht so an. Was? Ich bin... 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 Schwund. Ich will heute arbeiten. Ich brauch Geld. Wieso? Bist du pleite, oder was? Ich bin... Glücksspielsüchtig. Glücksspielsüchtig? Ja. Oh, shit. Oh, wenn ich so gucke, du kriegst echt wenig Geld die Woche, ne? Ja. Ja. Und der Schlüsselkasten ist irgendwie kaputt. Wieso kaputt? Weiß nicht. Ja, was? Da ist kein Schlüssel da mehr. Hm? Äh. Kann sie bitte von der Straße runter. Ja, komm mal zum Taxi, dann kann ich dir dein Geld geben und dann gucke ich gleich mal wegen dem Schlüsselkasten noch. Ich bin in einer Sekunde da. Ja, 7675 Dollar. Oh, ich komm. Déjà vu! Bin unterwegs, Kicker. Ja. All right. Pump schon mal den Ball auf. Was? Pump schon mal den Ball auf. Oh, nicht so schnell hier. Ach so, ja mal. Easy. Okay, bis gleich. Jo, tschüss. Ja, egal. Ach, sein Händler. Leg auf, ich bin am Pfauen. Ja, ich nicht, oder was? Nee. Hier ist immer gefährlich. Ich krieg 7000 Dollar. Ui, das ist schön. Das hast du verdient. Das ist das viel Geld. In meiner ersten Woche hab ich 80.000 verdient. Jo, aber ich meine, wann hast du das letzte Mal gearbeitet? Ist ja schon ein bisschen her. Ja. So. Ui. Ui. Hab ich abgeschlossen? Hab ich. Äh, äh. Was riechst du da schon wieder? Hab Bubbel in der Nase. Ja, hab den hochgezogen. Kann ich den haben, wenn der draußen ist? Nee, den hab ich hochgezogen. Bah. Dann spuck den wenigstens aus und nimm den Wully. Das war kein Bubbel, das war dein Gehirn-Oma. Nee, 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 nee. Oh, das ist die eine Fahrt. Da fährt man mit dem Auto-Crash. Oh, Mörtel. Hey, girl. Hey, girl. Das ist die nette Lady mit dem Roller gewesen. Woher? Unsere. Wie sieht hübsch aus? Ich weiß. Muss ein guter Schneider gewesen sein. Hey, Peanut bist im Dienst? Nee, aber ich geh jetzt gleich. Möchtest du die Leitstelle haben? Ja. Oh, sehr gut. Dann kannst du die gleich haben. Ja, ich muss Geld verdienen. Wer macht das? Ich bin nämlich ne Hure. Und die Dame, wie fährt sich so der Roller? Gut, gut, gut. Das ist doch schön. Wenn damit irgendwas sein sollte, sagen sie auch Bescheid. Taxis! Hast du der Omi den Roller geschenkt? Hm? Hast du dem Roller, hast du die Omi den Roller gegeben? Nee, nee, aber sie hat den bei uns machen lassen. Der wurde geklaut. Was? Der wurde abgeschleppt. Wurde abgeschleppt. Hey, hör mal, was geht? Was geht, Kika? Hey, was geht? Hey, Peanut bekommt doch bestimmt auch noch Gehalt. Ja, 7000 Dollar nur. Ich hab gestern einen Berglöwe erschossen. Du hast einen Berglöwe erschossen? Ja, der hat mich angegriffen. Oh, Mann. Danke. Achso, da läuft noch irgendeine Limo, oder? Hast du wenigstens Helmet genommen für einen Teppich? Nee. Die Leute haben mich angemeckert, weil ich auf ein wehrloses Tier geschossen hab. Weiß... Wehrloses Tier? Ein wehrloses Tier? Ja, die oben in Harmonie von der Bergschule. Was hast du dann mit dem gemacht? Nix, bin weggelaufen. Achso. Sag noch mir aus. Ja, dem ging's noch halbwegs gut. Weiß einer von euch was wegen dem Crash-Journey ist das heute, oder nicht? Keine Ahnung. Kein Plan. Aber wer fährt damit, dass ihr betrugen? Keiner weiß. Wieso? Ich bin jetzt auch mitgefahren. Das hat eigentlich schon Bock gemacht. Das kann gar kein Betrug sein. Du hast ja auch gefahren gelernt. Also mach mal jetzt nicht diesen. Das stimmt. Aber die sprechen sich da immer ab. Ja, in den Teams halt. In den Teams mit Manni Mandel vielleicht. Freund von diesen Crash-Derbys. Ich find das ganz witzig. Naja. Vor allen Dingen, wenn die alle vom LKW fallen... Ja klar, wusste mir ins Gesicht. Entschuldigung. Wenn die alle vom LKW fallen und immer wieder rumstehen... Moment, ich ruf mal eben Manni Mandel. Der hat, glaub ich, auch was mit dem Crash-Derby. Wer ist denn Manni Mandel? Der hat so einen bescheuerten Namen wie Alan Bogan oder Ryan Kicken. Manni Mandel. Und sonst? Wer hat denn bitte Alan Bogan, Alter? Mein Kumpel. Ach so. Von Arizona. Der ist der Sheriff. Das ist der Sheriff Alan Bogan. Das ist kein Witz. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, ich iss jetzt meinen Sushi. Ja. Ist echt gut von dem Laden. Ja, der Laden ist doch gut. Ich mein, die kochen zwar im LKW, aber schmeckt trotzdem gut. Jo. Ja, gut. Die haben halt noch keinen, ne? Machen das halt frisch hinten im LKW. Ja. Essen auf Rädern. Gut, der Interiaki. Jetzt eigentlich machst du da irgendwie Geld? Gar keiner. Oh, man bekommt noch Geld. Kannst du mir auch mal Geld geben? Ja, ich krieg immer Geld. Ich kann von Twinkie das Geld auszahlen, aber die wollen nicht arbeiten. Scheiße, wir verarmen. Und ich bin glücksspielsechtig scheiß Bishop. Also ich hab bis jetzt nur Gewinn gemacht. Bin jetzt bei 50.000 Gewinn, hab nur mit 10.000 angefangen. Kannst du mir 10 Dollar leihen für Kippen und Solarium? Was wird... Warum? Was ist eigentlich mit deiner Spendenaktion? Ja, spendet keiner. Keiner mag Frösche. Die Leute hier stehen eher auf Berglöwen, auf zahme Berglöwen. Was für Spendenaktionen, erzähl mal. Ja, Haschisch braucht doch ein neues Bein. Wieso? Der hat Kung-Fu hast ja geguckt in Netflix drin. Hab sich Bein gebrochen, musste amputiert werden. Dann kam so ein Franzose und hat das gegessen, den Froschchenkel. Warte, ein Frosch hat nen... Was? Der hat Kung-Fu hast ja geguckt. Jetzt sitzt der am Teich. Auf seinem Stein. Steindeweisen. Angst, Potter? Aber will keiner spenden für Frösche. Ich glaub, ich sollte mir nen Berglöwe holen. Ja, aber die waren alle sehr besorgt. Die waren besorgt, haben den Berglöwen als so ein Pinat. Echt? Ja, das kann ich mir vorstellen. Besonders diese Tierärzte mit diesen orangenen Mobilen. Das war gar nicht. Die kommt immer. Nee, das war ein Tierärzt, wenn da war. Wenn die Leute da jetzt rumheulen, das nächste Mal nehme ich dem Berglöwen noch das Fell ab, dann hab ich einen neuen Teppich. Ich hätte gerne einen Pels davon. Ich hab mich noch nie so aufgeregt wie gestern. Pels lässt sich einrichten. Hallo, Judy. Hallo. Wenn die Leute noch meckern, haben sie Pech gehabt. Jennifer, ist heute viel los im Taxi? Joa, geht. Gut, das klingt die Kasse. Hau rein, Oma. Du musst heute richtig Para machen. Auf, Gerd. Auf, Herr Ulva. Ja, Para-Jok. Wie Para-Jok, Junge. Bist du schon eingestempelt? Ich bin immer eingestempelt. Ja, dann nimm die Leitstelle. Okay. Ich warte noch auf Obi. Auf wen? Auf Oma Turtle. Ach so. Herr Möfel. Ja, aber ich geb dir schon mal das Telefon. Hier. Hey, hey, hey. Hey. Sorry. Du hast jetzt aber nicht meinen Bauch angefasst. Nein. Was macht deine Haarschneidemaschine? Äh, alles tut die Brutti. Hä? Die ist doch im Friseurladen, hä? Ach so. Ich dachte, das wäre deine private. Nein. Jennifer, die rase Friseurin. Aber so. Was? Überlaut. Nein, ich will die Geschichte nicht nochmals erzählen. Zeig mal dann. Warum? Doch, jetzt bin ich neugierig. Sind deine Haare eigentlich nachgewachsen? Ja, die wachsen jeden Tag sofort nach. Ich geh mit Glatzen ins Bett und steh auf mit Busch. Ist das überall so, oder? Also erst Bernie Sanders und dann erst George Bush. Sorry, da bin ich nicht wieder. Ich musste mich um italienische Dinge kümmern. Lasagne und so. Was? Was hampelst du hier eigentlich so rum? Bist du nervös? Ich kann doch jederzeit einen Berglöse um die Ecke pushen. So. Wie? Du hast dich um italienische Sachen gekümmert? Du standst ja die ganze Zeit hier. Ja, mein Handy. Ach, der war ein Handzucker. Ich musste meine Familie schreiben. Ach so, das ist neu auf der Insel, ja. Ja, ich bin der beste Lasagne-Macher in der Familie. Deswegen die Frage immer nach Zutaten. Man kann ja variieren. Hast du Ex-Mitarbeiter von Ikea? Nee. Was ist das? Das ist ein Möbelhaus. Wie, die fragen immer nach Zutaten. Schickst du die dann per Post, oder wie machst du das? Ja, es gibt immer eine Zutat der Woche. So, und die gehen durch den Zoll, oder? Bitte? Und welche ist auf die Woche? Diese Woche war es, äh, Panda-Tee. Ein Horn-Kebab. Das geht. Ich geh kurz. Hast du mir schon gegeben, oder? Kommst zum Taxi, wenn du Bock hast. Ich hol mal kurz. Bis gleich. Thomas, sagst du, Thomas sollst du ans Telefon gehen. Ich geh mal mit euren Geldautomaten missbrauchen. Hallo. Also, okay. Gut. Nein, alles gut, ist gut. Willst du mich verarschen? Äh, nein, ich meine, wenn jetzt jemand vom Taxi anrufen. Also, als er ein Taxi will. Es knallt gleich. Guck mal, ich kann dir mal zeigen, wie ich das mache. Du blondes Püppchen. Ja, immer noch pleite. Ich wünsche euch was. Bäh. Oh, das riecht. Ha, lass es euch schmecken. Was zum... Warum regnet es im Taxi? Gut. Hier regnet es. Zum... Zum... Was? Das schmecken lassen, würde ich sagen, oder? Okay. Ich muss mich eintragen. Oh, das ist ein Moment. Wenn das... Du hörst und folgst in mir. Peanut. Weil die Klappe um ein Mörtel. Oh, nicht. Peanut. Robo, Alter. Da ist kein... Irgendwas stimmt mit Taxi nicht. Peanut. Ja, der Schlüsselkasten geht nicht auf. Das ist komisch. Nee, der Schlüsselkasten geht nicht auf. Bist du doof? Ja, geht nicht. Also... Nee, geht nicht. Ist kein Schlüssel drin. Doch? Nee. Ja, doch. Nein, ist keiner drin. Doch, Cap nur 3, Cap nur 5, Medi-Cap, 7, 8, 6, Brain-Cap. Nee. Lüge. Dann gib mir einen Schlüssel, bitte. Welchen wir haben? Was ist nochmal dieses Cap mit meinen Getuten-Felgen? Ich glaube, das war... Boah. Oh, stimmt, Alex. Boah, ich glaube, das war 4. Ist nicht da. Dann nehm ich die 2. Ist nicht da. Dann nehm ich die 1. Ist nicht da. Und dann gib mir so ein schnelles Taxi. Darf ich das vollen? Aber wenn das nicht zu Schrott wäre, dann können wir drüber reden. Ich bin ein super Fahrer. Ja, ja. Ich bin ein Michael-Schuhmaker. Ein Peanut-Schuhmaker. Ja. Äh. Ich hab ein Baugnabel. Ach, wirklich? Ja. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja. Gibst du mir den Schlüssel? Den krieg ich aber dann auch von dir wieder, ne? Ja, ich tu den Schlüsselkasten rein. Nein. Den krieg ich wieder von dir. Den musst du mir geben. Jawohl. Nicht den Schlüsselkastenwagen. Jawohl. Okay. Warum? Darf den keiner fahren? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich soll das immer so ein bisschen was Spezielles bleiben. Genau. Nee, ich bekomme Ärger vom Hase Peter. Äh. Wo hab ich den denn? Ja, in deiner Tasche wahrscheinlich. Sag, guck mal, ob... Ih, was ist das denn? Alter. Ich hab gedacht, du furzt, ey. Was ist das denn? Danke. Ja, lass mal gucken, ob das nicht da ist. Ah, die Klappe, Oma Schildkülle. Du, bist kein Merglöwe. Sonsten kriegst du ein Bild. Kicker, warum regnet es hier? Was? Es regnet hier. Ja. Wir haben irgendwo ein Robo. Ernst du? Ja. Aber das ist blöd. Das da, ne? Das, was Philipp ausgepackt hat? Ja. Ja. Super. Danke. Ja, gar kein Ding. Ich hoffe, der ist getankt. Siehste gleich, würde ich behaupten. Speedcap. Ähm. Bei. Ekelhaftes Dreckschwein. Hast du mir nicht gemeint? Ja. Aber hier gibt's kein Speedcap im Taxe und nix. Das ist nicht schlimm, dann trag einen. Trag irgendeinen sein, scheißegal. Warte mal. Ich trage mir einen Jungen. Äh. Ich mach einfach eigenes Taxi. Ja, mach eigenes Taxi. Und Leitstelle. Ja. Leitstelle machst du auch noch? Ja, klar. Bin hochmotiviert heute. Hochmotiviert. Also willst du richtig arbeiten, oder was? Ja, ich brauch Geld. Oh. Damit ich ins Casino gehen kann. Der ist leer. Wie, der ist leer? Der ist fast leer. Ja. Guck. Warte. Äh. Ja, da ist nix drin. Jo. Ja, dann musst du halt mal für 300 Dollar tanken, würde ich sagen, oder? Du meinst 900. Ja, oder 900. Ja, ich hab's. Ich hab's ja. Ja, ja, eben, deswegen ja. Du bist ja reich. Danke. Ja, gar kein Ding. Es ist nur ein Game. Ich hab's nicht unter seinen Rock geguckt. Nein, das Auto. Weiß ich nicht, was du meinst. Okay. Boah. Ui. Muss klanken. Das Auto hat für mich eine wilde Lackierung. Warum? Ja, es ist oben gelb und unten grün und schwarz. Hast du was an den Ohren? Nee, wieso? Weil ich nicht verstehe, was du da sagst. Ansichtssache. Boah, jetzt bin ich mir auf die Tankrechnung gespannt. Boah, dankeschön für den Punkt. Ich muss dir die immer selber bezahlen. Ja, neun Monate kurz. Nee, ich muss das ins Taxometer tragen. Das wird mir wiedergegeben. Ja, prima. Boah, 720 Dollar. Unverschämtheit. Jo 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 jo. Ich hab' nur dank für den Prime 34. So, ich hab', glaub' ich, die Leitstelle. Oh. Okay. Hab' ich. Jetzt müssen wir nur aufs Kunden warten. Jo. Ich hab ne Idee, wir sammeln Spendenfürst in die Ohrenheim. Meinst du, das kommt besser, als wenn wir für Dingens Frösche sammeln? Ja. Oh, Moment. Das ist ein super Auto. Oh, ist so dunkel. Ja, ja. Wie schnell fährt denn das? Ui. Halt fest, Omi. Ja, ja, bin lang wie schnell. Ui, nicht so schnell. Ui, oh, tschüss. Guck mal, wo was abgeht. Kein Schweinruf, Michael. Kennst du das Lied? Oma? Downtown Cap Taxi? Ja, Downtown Cap, Willi. Ja. Kannst du mir bitte sagen, was du angestellt hast? Warum? Ich komm aus meiner Türe raus und direkt vor der Türe steht ne Planierraupe. Also, ich hab den gestern Nacht dahin gestellt. Äh, okay. Du hast aber damit keinen Blödsinn gemacht. Nein, ich doch nicht. Ich hab gestern Nacht aber noch Rasen gemäht. Ehrlich? Ach, da hinten steht ein Rasenmäher. Ja. Omi Turtle. Was wollte ich sagen? Darf ich mit dem Ding auch mal fahren, mit der Planierraupe? Ja, klar. Okay, super. Äh, ja, hat's angerufen? Ja, ich weiß, ich wollte gucken, ob du am Arbeiten bist. Weil ich bin jetzt am Arbeiten. Willst du mitkommen? Äh, würde ich sehr gerne, aber ich muss dann erstmal zur Firma. Ich fliege doch schon heute auf die Insel rüber. Ich bin morgen auch da. Ehrlich? Ich glaub schon. Herr Juri meinte, wir sollen da hinkommen und fahren. Oh. Und andere Kleinigkeiten machen. Oh, das wär ja super. Ja, dann, äh, es kann auch sein, dass ich vielleicht heute Abend noch nicht rüber muss, weil ich morgen die VIPs, äh, zum Flughafen fahren soll, also Shuttle Service. Ich guck mal, ich fahr mal in... Da kann ich auch mit helfen, ne? Kannst du theoretisch machen, dann frag doch mal den Herrn Juri. Ja. Ja, und, äh... Aber ich will dem Vermieter nicht auf die Nerven gehen. Warum? Dafür ist er doch Vermieter. Stimmt auch wieder. Ja, den darf man auf die Nerven gehen. Okay. Äh, okay, dann guck ich mal in der, in der Security-Firma und dann melde ich mich sonst nochmal bei dir. Okay, bis später. Ja, tschö. Hallo. Tschüss, Sarkowski. Ich hab nicht gehört, wie Omi gesagt hat Tschüss. Und das meine ich mit in solche Sink-Rage reinfahren mit erhöhter Geschwindigkeit führt zum Crash. Deshalb muss man langsam fahren. Ruhrpottelden. Dankeschön für den Prime-Supp im Siebten. Kussi. Kussi zurück. Jay macht nicht mit, also braucht ihr nichts beeinflusst für gutes Essen. Schwester Kusch wettet nicht mit. Die war gestern mad auf mich. Weil ich nicht mehr Taxi war und sie hat 250.000 gewettet. Hallo, Cass. Wir sind alle glücksspielsüchtig. Recht hat sie gar nicht. Lüge. Aber wir können mal ein bisschen rumtesten. Boah. Alter. Aber es ist so heftig, Mann. Ich wette nicht mehr. Ja. Das ist nicht mein Auto, das ist vom Taxi, das Auto. Ja, ich lass so. Erst mal. Ich glaub, ich mach da da wieder raus. Oh, da unten ist der Motor. Oh, hallo. Nimm sie mich mit. Musstest du kacken? Ja, genau. Ich bin erst mal unter der Höfte, um kacken zu gehen. Man kennt's. So. Wo warst du in der Stadt noch nie? Soll ich dir Dinge zeigen? Oh, ich glaub, mittlerweile hab ich fast alles gesehen. Glaub ich. Hm. Bist du sicher? Ja, zeig mir doch, wo du meinst, wo ich noch nicht war. Ich war auch noch nicht überall. Am Strand war ich. Warst du schon bei der Kirmes? Ja, ja. Dann hab ich mir mal Zuckerwatte geholt. Hm. Ui. 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 Was ist denn jetzt los? Nix. Hm. Ich glaub, wir werden verfolgt. Ja, jawohl. Schnell dich an. Schnell dich an, Umi. Ui. 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 Wir haben sie abgehangen. Wahnsinn. Hahaha. Kennst du das Gerichtsgebäude? Da vorne? Ne. Ist das überhaupt ein Gerichtsgebäude? Weiß es nicht. Hier vorne? Ja. Hier sitzt auf jeden Fall das Gewerbeamt. Das weiß ich. Oh, schick. Sieht's hier aus. Hab so Scheiß aus hier. Was? Guck mal, hier links ist ein Krankenhauer. Oh, magst du mal zum Schmuggladen fahren? Komm, ich will mal gucken, ob ich da meinen Schal eintauschen kann gegen irgendwas. Ich weiß nicht mal, ob wir nicht da fahren laufen. Bis im Taxi du da hast, glaube ich, alles. Fast alles. Oh, jetzt ruft jemand an. Ich guck ganz schnell. Okay. Ich bin ja da. Downtown Cap Taxi, hallo. Jo, servus. Hallo. Ich bräuchte mal ein Taxi. Ja, wo sind Sie? Ja, ich bräuchte mal ein Taxi. Ja, aber wo sind Sie? Äh, bei, ach ja, stimmt, ja, bei der Polizei bin ich. In Weinwood PD? Jep. Ja, nicht oben, sondern mitten in der Stadt. Da, da kommen schon Polizei-Revide. Also das Halte. Ja, genau. Okay, ich komm da hin. Okay, komm, roten Pullover an, ne? Bis gleich. Okay. Hallo? Ja? Bis gleich. Jo, bis gleich. Jo, bis denn, ne? Tschüss. Komm, wir haben Kundschaft, Umi. Was? Wir haben Kundschaft. Ja. Wo redest du denn leise? Ich rede nicht leise. Und, hast du mich jetzt besser? Jo. Das ist ne gute Lautstärke. Aua. Okay. Kann doch sein, dass er seine Kopfhörer, seinen Sound zu laut hat. Was ist denn das für eins? Das Taxi? Mhm. Das ist ein Lamborghini V-Argbi-Turbo am Winterdorf. Also richtig teuer. Ja. Locken 50 Dollar. Wo müssen wir hin? Zum Polizeigewier. Aber zum alten. Einer Stadt? Glaube ich. Oh, Pinsel ruft an, glaube ich. Vibriert so komisch, stark in der Hose. Muss Pinsel sein. Hallo, allerbeste Freund. Hallo. 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 Oh, Mama. Hallo. Hallo. Wo bist du? Bin am Arbeiten. Ich komme nicht gleich abholen, wenn du möchtest. Ich will schon hier. Ja, ich komme dich abholen. Ich habe nur einen Kunde noch. Und wo? Am Pulsargewehr. Bin eine Sekunde da. Okay. Hier ist gar keiner. Oder? Oder meint ihr das andere Pulsargewehr? Der hat mich gelogen. Wer? Der Kunde. Wo bist du? Ja, ich fahre gerade zum Magnet-Pulsargewehr. Hast du nicht eine Sekunde gewartet? Ich war zwei Sekunden da. Ich fahre gerade mit dem Speed Cap. Warum? Weil ich das bekommen habe vom Kicker. Oh. Kann ich mich jetzt holen? Ja, wo bist du? Im Würfelpark. Ich komme sofort. Ich auch. Ui. Ui. Oh, nicht gut hier. Gar nicht gut. Rote Pulsargewehr. Ach, da ist er. Oh. Oh. Ui. Downtown Cap Taxi. Jo, servus. Das ist aber das neue Pulsargewehr hier. Ach, das neue? Ja. Geh gerne auf. Muss mal aufmachen. Uff. Echt? Der Fahrgast ist gerade eingestiegen. Hallo, wo möchten Sie gerne hin? Einmal kurz zur nächsten Bank. Und dann zur Verwahrstelle. Paar dem zum Würfelpark. Da ist eine Bank. Ich pfohle es doch auch eine Bank. Was nicht? Ich muss ja 1.000 Euro abholen. Oder 1.000 Dollar. Ich pfahre sie jetzt zum Staatsbank. Okay. Eine Verwahrstelle ist doch auch ein Automat. Das ist doch nicht. Ich pfahre ich nicht. Das haben wir von hier. Ich muss ja sowieso zur Verwahrstelle. Ja, hier rechts können Sie in die Staatsbank. Wo ist hier der Staatsbank? Wahrstatt ist gerade zur Verwahrstelle. Da kann ich... Kann man da auch Geld aufgeben, ja? Ja, da gibt es auch ein Geldautomat. Okay, weil ich muss zur Verwahrstelle, muss ich hin. Okay, das sind 4 Kilometer. Moment, ich muss den Taxo Maxo eintragen. Wo ist sie? Was sagst du, Pinsel? Wo ist das? Soll ich schnell fahren? Ja, fahr schnell. Okay. Bitte anschnallen. Bin ich. Super. Aber nicht so schnell. Das gibt das. Das haben wir im Übrigen Spenden fürs Seniorenheim. Von Oma Turtle. Aus dem Weg, du Arschloch! Wenn sie ne Bödemark überhaben, ich nehm sie gern. Nicht gut. Ziehen Sie da Drogen hinten? Nee. Haben Sie Schnupfen? Yep. Hier muss man langsam fahren, das ist der Highway. Gib Gas, Minion, gib Gas! Deja Vu! Pinsel, bist du noch im Handy? Wo ist denn deine Schatzbank? Verwahrstelle fahr ich grad. Oh Gott, ich bin doch von dem Schiss. Okay. Da ist. Kommst du da hin? Ja. Okay, ich warte. Da sind wir. Super. Und wo ist jeden Automat? Und der richtigen Geldautomat. Am Kuntiner. Okay. Was kriegt der von mir? 1.500 Dollar. Okay. Dann muss ich mir mal ne Rechnung stellen. Ja. Mag ich doch, so. Oh. Nicht mich anstecken. Nein, 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 nein. Taxi. Ach, bitteschön. Jo, danke. Und nix bestätigen. Jo, hab ich. Dankeschön. Tschö, tschö. Schönen Tag noch. Jo, danke. Ui, ui, ui. 1.500 Dollar. Show me the money. Was? Das Money-Kauen. Oh, die Ube kenn ich doch. Das sind 130 Dollar sind das Steuern. Oh. Hallo, Rony. Hi, super Auto. Fert gut? Ja. 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 Fährt echt gut oder lügst du? Nee, wirklich. Ich brauch nochmal ein Taxi. Nochmal eins? Jo, einmal nochmal zur Polizei. Okay. Zum neuen Gebär. Dann ist das Auto bestimmt in der Polizeiabschleppe verurteilt. Ja, das kann sein. Ja, ja, ja. Dann kann ich sie auch da hinfahren und dann können sie die Polizei anrufen. Oder so, genau. Weil die kommen dann da nämlich hin. Okay. Okay. Warte. Das müssen sie aber leider nochmal zahlen. Ja, macht nix. Ne, ist jetzt so. Sind aber 1000 Dollar. Gar nix. So gut festhalten. Ja. Es kann aber sein, dass die sagen, wir haben Gott keine Eure hinten zur Verfügung. Die brauchen nochmal lange. Oh mein Gott. Ui, 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 ui. Sie haben die Hand vor den Mund. Hab ich gemacht, du Limmeldu. Ich darf nicht krank werden. Nee, 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 nee. Sie sollten... Sie sollten ins Krankenhaus. Oder zur Apotheke. Mit ihr laufenden Nase. Die Gottslöffel. Da sind wir auch schon. Yo, super. Das macht 1000 Dollar. Sie sehen aber gefährlich aus. Ah. Ähm. Und wieder bestätigen. Bitte. Hab ich. Bitteschön. Dankeschön. Jetzt einmal die Bullen anrufen, oder wie? Ja. Ha. Guck dir das an. Ja, Moment. Wow, 10 Dollar zwinkelt. Wow. 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 Ja, sieht gut... Sieht gut aus. Fährt gut? Ja. 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 Ja, willst du mal testen? Oder du, Amma? Nee, danke. Sieht komisch aus, aber sieht gut aus. Passt. Ja. Aber wir spielten es weg. Moment. Pensel, pass mal kurz aufs Taxi auf, ich muss, Bibi. Okay. Ich mach die Mod mal aus, das deckt mir zu sehr. Krieg ich ja noch eine Krise, Alter. Irgendwie ist alles so komisch. Ich mag das nicht. Geht zum Glück ziemlich schnell. Pi-pa-pa-pa-da-bo. Ba-pa-pa-pa-da-bo. Upp-da-t-löschen-Bake-up. Rein, fertig, let's go. So startet wieder. Ja, der Hintergrund ist cool. Hallo, Gubi-Ukulu. Und auch der Six Line 3 Litre. Dankeschön für die Müsse auf den dritten Monat. Die Autoverrückte. Weiß ich nicht, Schattenwolf. Sehen wir gleich noch mal. Nehmt euch Klinge-Pitschen. Die Blau. Die Oma gibt wieder keine raus. Und Schwester Kuschel auch nicht. Schande. Ist das Song. Ist das Song. Schaut hier, du musst noch singen, ne? Handy Boy. Dankeschön für Luisa beim sechsten Monat mit Amazon Prime. Hast du die Mixed Blackout? Ja. Da machst du nichts. Hab ich schon. Du hast aber gesagt, der Shatter hat gesagt, du wolltest noch mal singen. Du wolltest noch üben. Ich geb nichts aus, weil wir sparen müssen. Das ist eine Lüge. Stensy und Ray Chotti, wir haben gestern für sieben Monate den Kühlschrank aufgefüllt. Ja. Und Juri auch. Ja, Schwester Kuschel, dann gib mir ein paar Dinge. Oh mein Gott, Server doesn't accept new connections. Oh mein Gott, warum mach ich denn auch? Only, it's only game. Why you have to be mate? It's only game, why you have to be mate? Bei mir. Boah, irgendwas schwimmt hier nicht. Egal, das wär's mal so. Oh, mir. Na? Wo ist Pinsel hin? Der ist kurz den Typ hier wieder zum Polizeirevier fahren. Scheiße. Ja. Aber das war doch mein Kunde. Ja, vielleicht gibt er dir das Geld, ja. Will ich hoffen? Mann, ist das denn? Ich hasse den, ne? Nimm mir da mein Neidstädter vor. In... Was ist denn jetzt los? Ja, ich kann den nicht am... Boah, wir müssen noch mal zum Taxi gleich. Da standen die Verbrecher, hast du gesehen? Was für Verbrecher? Kommt der Pinsel her. Nee, der ist, äh... So wie ich das verstanden hab, kommt der zur Polizei da oben. Sollen wir hin kommen? Ich, ja. Ja, 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 ja. Nee, 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 ja, ja, ja. Braucht euch ein Taxi? Ja. Ja, wohin? Was kostet der Spaß? Weiß ich nicht. Komm, du komm, wo du hin willst. Äh, in der Barbecue Lodge. Das ist teuer. Ich brauche ein Schnitzel. Downtown Cap Taxi? Wahnsinnig hoch. Grüß dich, hier ist der Kalle, der Eismann. Ähm... Warum? Ich bin doch hier in der Kunde. Möchtest du die Leitstelle? Hallo, nochmal was? Äh, hi, hier ist Kalle. Ich bin auch der Eisverkäufer. Sag mal, möchtest du die Leitstelle haben? Ja, du hast mein Dinges geklaut. Ja, genau. Was heißt geklaut? Du hast mir die Mörder weniger abgegeben. Du hast mir einfach überlassen. Hab ich gar nicht, wenn du pinkeln? Doch. Ich werde dir in die Fresse hauen. Du willst mich nicht fressen hauen? Glaub mir, dann bekommst du die jetzt gar nicht. Jetzt bin ich ein Geier. Ich werde dich... Ich verpett dich beim Hase Peter. Willst du mich verhauen? Wenn du mich nicht verhaust, dann gebe ich dir die. Du bist ein Dieb. Ein Dieb. Bin ich gar nicht. Bin ich gar nicht. Ich mach kurz Pipi und du klaust mir mein App. Nein. Nein. Und du bist unfreundlich. Du sollst alles verkaufen. Mach ich doch auch. Und, 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 weißt du, Sag, das ist der beste Taxifahrer, weil dann bekommst du die. Ui. Außer mit Turmdreck. Hast du... Karl, hast du gesehen meinen Schlag? Ja, hab ich gesehen durchs Handy. Leg das nicht mit mir an. Wow. Ähm, sag, das ist der beste Fahrer, weil dann bekommst du die. Aber du bist nicht der... Ich bin der beste Fahrer. Nein, bist du gar nicht. Ich bin das. Ich warst dann dubbel bei Tufas. Willst du die Leitstelle? Ich hab Winvenzin gedubbelt. Ja, gib mir die Bitte. Ich bin voll fies. Gib mir die Bitte. Ich brauch Geld. Okay, jetzt hast du sie. Alter, ich bin auch späselig hier. Hält ich dir auch geraten, denn zähl ich dich nämlich verkopp. Kalle Graf. Fick nicht, Kalle. Oh, schnell weg hier. Nein, nimm dir mit. Mit dem verdienst du eine Menge Geld. Nein, der will doch gar nicht. Der lügt doch. Ja. Wahnsinnig schnell. Das ist doch eine Lüge, oder? Nein. Ich schwöre, ich lade es auf einen auf den Schnitzel. Okay, dann kommt. Ja, okay. Aber die Dame muss auf den Kindersitz. Ja, okay. Und dann schnell mich vergessen. Ihr habt so einen dicken Hintern, das ist egal. Ach, halt die Frise. Irgendwas stimmt schon wieder nicht mit dem Navigationssystem. Da. Oh, das sind elf Kilometer. Sie müssen uns auch wieder runterfahren, ne? Auch noch. Ja. Das sind 3000 erstmal hin. Ja, okay. Dollar, ne? Ja, 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 ja. Wer ist das? Frag ich ja mal. Es gibt auch ein neues Sushi-Restaurant. Wo? Oha. Ein Weinwood Boulevard. Ich will Sushi. Da könnt ihr Moki kaufen. Wir können ja zu Barbecue-Lauern. Moki und Panda-Tee. Moki oder Maki? Moki und Panda-Tee. Ja, okay. Ich will Sushi. Wir fahren aber erst nach oben. Okay. Ja, Chef. Okay. Ja, Chef. Ich bin gefangen. Ich bin angestellt. Komm mal hier nicht raus. Ja, ich sitze ja im Kindersitz drin. Ja, 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 ja. Ey, ist gut? Ist okay. Mein Bruder auch. Mein Ex-Freund auch. Aber das war nur sein Spitzname bei dem Ex-Freund. Nein, nur der Kleine. Ihr seid Verbreicher, ne? Nein, 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 nein. Er ja, ich nicht. Ich nicht. Doch. Ich kenne uns. Echt? Ich habe euch boh. LAPD. Fahren Sie langsam. Ich habe euch beobachtet. Durch mein Fernglas. Okay. Ich dachte, ich beobachte dich durch mein Fernglas. Okay, die sind weg. Oh Gott. Ich könnte die Sachen ja anschneiden. Anschneiden, besser. Ja, ja, ja. Ich bin auf jeden Fall. Und dann Beifahrersitzen Pampers. Ja, das sind alte, nicht. Nein, die sind teuer. Wie alt sind Sie denn, die Dame? Zwölf. Ja, das Benjamin-Button-Syndrom. Ach du Scheiße. Wie ist ein Benjamin-Button? So alt wollte ich nicht werden. Oma, du kennst nicht Benjamin-Button? Der wurde alt geboren und je älter, der wurde umso jünger wird sein Haut. Oh, die arme Mutter. Das ist der Erfinder von der Nivea-Creme. Oh. Niveau. 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 Ja, rauchen Sie sich noch eine der Herren. Ja. Klingt ja überhaupt gar nicht ekelhaft. Kann ich hier rauchen in der Taxi? Nee. Na gut, dann lassen wir das lieber. Gehen Sie weg mit den Sportzigaretten. Die Sportzigaretten? Darfst du mich raten? Sie rauchen Jingling. Nee. So wie das klingt, aber schon. Woher? Lucky, lucky. Lucky. Mhm. Look, Affe. Ja, ja, ja. Die kenn ich. Die sind gute. Darf ich mal gearbeitet? Ich rauche nur die roten Alburo. Die sind gut. Was ist denn das hier für ein Käse? Oh, hier kommt eine Grenze hin. Oh. Eine Mauer. Hier wird bestimmt eine Mauer hin. Was ist denn das? Einfach quer rüber, ja? Telefon. Hallo, Sie sind am Fahren. Ja, Pinsel. Wir fahren gerade zum Barbecue-Lunch. Weil du hast meinen Kunde geklaut. Ja, aber der hat nicht Bescheid. Ja. Siehst, merkst du, ne? Ich hab Geld noch. Ich bin spielsüchtig. Und du klaust meinen Kunde. Sorry. Barbecue? Barbecue. Komm zum Weinwort Bulle mal. Da ist ein japanisches Sushi-Restaurant. Dann fahren wir da nach da hin. Okay. Weil der Aschenbecher hier, der will da hin. Der im Taxi sitzt. Oh. Sein Name ist Ashtoy. Die heißt Asha. Nee, nicht die. Warum sagen sie zu der Dame Aschenbecher? Nee, ich mein sie. Die fähig bestimmt schon nicht. Ach so. Meinen sie. Hör mal. Weißt du, wo das ist? Ich bin schon dort. Ist dein Auto schnell? Scheint so. Sehr schnell, ne? Ja. Sehr, sehr schnell. Ja, ich kann ja nicht mal langsam fahren. Auch wenn ich will. Wie viel MPH fährt das? Ich will gleich auch mal fahren. Ja, ich lass dich gleich. Okay, kannst du auflegen? Ja. Dann bis gleich. Smell like a beach. Ja, smell like a beach. Was fährt ihr vorhin für eine Kfz? Der fährt einen Sultan, aber der hat Formel 1 Reifen drauf. Und das fährt sehr schnell. Echt? Ja. Das fährt sehr, sehr schnell. Kann ich dich auch auf mein Auto packen? Ja, haben wir bestimmt. Hier ist ja gar keiner. Hier ist ja gar keiner. Weiß ich nicht. Dann geht mal gucken. Fahren müsst ihr trotzdem. Ja, fahren sie nicht weg. Ich komm wieder. Nee. Ja, ich wüsste nicht weg. Ja, Autor Willi. Warten sie. Hallo. Hallo. Ja, ja, ja. Was? Ja, Autor Willi. Was machst du? Yoga. Alles gut? Okay. Oh mein Gott. Runter, weiter runter. Runter, tiefer. Nein, ich hab mich gestreckt. Also, äh, ich flieg heute schon rüber. Okay. Ich wollte dann nur schon mal Tschö sagen und, äh, pass auf euch auf. Okay, vielleicht sehen wir uns morgen. Ja, das wär schön. Ja, drück mir die Daumen. Ja, drück mir die Daumen, wir werden jetzt sogar noch mit Westen und so ausgerüstet. Boah. Du bist ein richtiger Security-Putz jetzt, ne? Ja, aber dann kann dir nichts passieren, wenn wir Westen haben. Oh. Oh ja. Okay, ich, äh... Ja, da sind die Hände verboten, ne? Ja, ja, richtig. Ja, der funktioniert, der, der, ähm... Schick mir eine Brieftaube. Ja, okay, schick ich dir. Okay. Okay. Ich hab dich lieb, Peanut, ja? Ja, hör auf zu Schleim, du Arschloch. Ich dich auch, Opa Willi. Hau rein. Arschloch. Tschüss. Tschüss. Wo ist denn der Ashtray jetzt? Da drinnen. Ja, ist da jetzt jemand oder nicht? Ja, ja. Der muss noch die Rechnung zahlen. Ja, der zahlt. Mach mal ein bisschen mehr draus. Nein. Jetzt bist du... Ja, Oma. Dein Ohr sieht aus wie ein Brokkoli. Ha, dein Gesicht sieht aus wie ein Arschloch. Das stimmt doch gar nicht. Entschuldigung, ich wollte das nicht sagen. Ja, 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 ja. Mein Ohr sieht schön aus. Ei, das hat ein bisschen was von Brokkoli. Warum Brokkoli? Hast du das noch nicht gesehen? Wie soll ich denn mein eigenes Ohr angucken? Mach mal ein Foto. Ja, mach mal ein Foto. Tu mal Facebook. Ich glaube, der schien nicht. Sieht schon aus wie so ein Brokkoli. Mein Ohr sieht nicht aus wie ein Brokkoli. Ja, okay. Entschuldigung. Bleibt denn der? Ich glaube, der will die Rechnung prallen. Ich ruf den Sheriff an. Nee, 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 der kann mal ruhig bezahlen, ja. Ist das dein Freund? Nein. Und warum haltet ihr Händchen? Ja, einfach so? Macht man das nicht so? Weiß nicht. Hm? Nee. Nee? Oh. Eigentlich nicht. Er hat gesagt, das macht man so. Und dann, hm. Kannst du den Anruf und fragen, wo du bleibst? Na. Wie heißt er? Ashtray. Ashtray. Ashtray Palmall. Ey, Ashtray Palmall, wo bleibst du? Hast du einen Nachtisch? Ach so, du bestellt. Hm. Ich muss mal Fenster. Jo. Ja, ein Eis. Noch ein Eis. Und ich auch ein Eis. Boah, geil. Ui. Ich will auch. Dank dich. Das klingt eklig. Ein bisschen. Ashtray, du musst die Rechnung zahlen noch. Was? Du musst noch die Rechnung zahlen. Wir fahren runter, dann bezahle ich. Wo runter? Ja, ja, ja. Warten Sie, hier. Willst du Schoko oder Vanille? Vanille. Happy Tokyo Sushi. Willst du Schoko oder Vanille, der Herr da vorne? Warte mal, das sind neun Kilometer. Neu im Bruxelles. Das sind 20 Kilometer. Lachs, Schoko oder Vanille. Ich möchte Schoko oder Vanille? Schoko. Beides, bitte. Okay, ein für dich. Ein Vanille für, ich hoffe, dich. Oh, dankeschön. Ah, gut. Und dann noch ein Vanille für dich. Danke. Oh, geil. Noch mehr eins. Ja, Kies, Van der Guck. Van der Guck? Das ist wieder was Neues. Ey, das ist gut. Ey, sag mal, ich brauche mal ein Taxi oben. Ich habe Glück fahren. Wo bist du? Paleto. Okay, wo? Wie bin ich gerade? Hier, beim Einparkdienst. Hier, am Parkplatz. Okay, ich komme. Chapeau. Oh, geile Sache. 20 Sekunden. Ja, einfach gut. Deja vu. Haha. Ich bin im Fahren. Wir sind voll. Ah, scheiße, wir sind voll. Scheiße. Artkunde war noch nie meine Stärke. Ja, ja, ja. Ich isch da auch nicht. Hollander, wir sind voll, habe ich gerade gemerkt. Viel Spaß. Wir sind voll. Oh, viel Spaß. Ja. Hey, schick mir Auto. Er hat gesagt, schick mir Auto. Ja, nichts habe ich nicht gehört. Ich nix verstehen. Ich spreche in deines Sprachen. Tut mir leid. Ich nur putzen. Willkommen bei Apple Microsoft Kunden Service. So, das sind 20 Kilometer, ne? Ja. Das ist teuer. Wollt ihr fürs Altersheim spenden? Für Oma, Turtle? Wie? Die macht doch eh nicht mal lang. Die brauchen einen Rollator-Tuning. Ey, 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 sei mal nicht frech. Ich hab einen Rollator. Ja, aber die brauchen einen Rollator-Tuning. Spendengelder. Ich hab so eine goldene Rollator sogar. Ja, Alter. Schon wieder klingelt ihr Scheiße. Boah. Downtown Cap Taxi, hallo? Hallo, ich brauchte einmal ein Taxi für drei Personen. Beim C-Case. Richtung, äh, dem alten C-Dio-Jagel. C-Case? Der Börge laufen. Ja, richtig, richtig. Ja, dauert aber zwei, drei Minuten, ja? Und da hat den Panik-O-Bey. Na gut, dann haben sie ja auch richtiges Bleibfluss, wenn sie aus Palik-O-Bey hier kommen mit den zwei, drei Minuten. Aber ich zähle auf sie. Ja, ich fahre auch 200. Alright, das hört sich gut an. Nice, nice. Okay. Also für drei Personen brauchen wir ein Taxi. Okay. Ich danke Ihnen. Bis gleich. Hau rein. Hallo. Oh, da war die Bombe. Das waren Cops. Aber sie müssen uns dann nach der Suche schnell runterfahren, wie an der Park, ne? Ja, ich muss eh nach Börge laden. Ja, ja, ja. Habt ihr euch gestern da Actionfiguren gekauft? Nee, wir kommen immer zu spät. Zehn Uhr. Hier los. Immer zehn Uhr. Ja, Punkt zehn Uhr. Aber die sind schon alle fünf Minuten vorher da und stehen Schlange. Die ersten zehn bekommen sie. Ich höre sie weg. Ja, das ist der Abschlepper. Er hat doch keine Sirene. Doch. Guck doch mal. Guck doch mal. Der hat nur Blinkelichter. Nein, das macht doch Wii U. Das ist richtig laut. Ja, siehst du denn kein... Ja, gut, ja, jetzt... Mach mal Wii U. Jetzt ist... Bidu, Bidu. Ja, 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 ja. Oh, mein Gott. Die hat nicht einschlafen. Oh, mein Gott. Rechnen Sie mal mit ihrem Stock. Oh, mein Gott. Ich hab keinen Stock. Hallo. Schickst du mir ein Auto vorbei dann? Ja, wo soll ich das hernehmen? Äh, keine Ahnung. Ich glaub, es ist keinem Dienst. Achso, holst du mich dann ab, wenn du die Kunde fertig hast? Ja, ich hab dann noch wieder einen Kunde. Ah. Also, dauert ein bisschen. Äh, na gut, okay, klar. Ich kümmere mich selbst. Alles klar. Okay. Äh. War das gerade ein Unfall oder nicht? Was? Habe ich gerade einen Unfall gebaut? Nee, ich hab da nichts gesehen. Nee. Lea, geht da eh. Ich bin echt gut davon. Brauchen die da lang an der Sushi? Nein, nee. Das Sushi-Dugum. Nein, die machen das alles frisch im Kofferraum vom LKW. Ah, gut. Oh Gott. Oh Gott. Was ist los mit euch? Ich glaub, hier war Knatterrei. Was war hier? Knatterrei. Was heißt das? Peng, peng. Ui. Was ist gut? Knatterra Dürzchen. Da sind wir schon. Gut. Ich fahr mal schnell was. Äh, ich hol mal schnell was. Will noch jemand was? Ähm. Nein. Gut. Okay, Chat. Sollen wir die Würfel entscheiden lassen? Über drei Unfall, unter drei. Kein Unfall? Könnte man gelten lassen, dass der Unfall war? Weil, nee. Jo, jo, jo. Lassen wir das Ficksal entscheiden. Pinsel. Ja? Hallo. Du musst gleich kurz mit, äh, die Oma mitnehmen. Ich hab drei, drei Fahrgäste. Okay. Was macht denn die in dem Auto mal denn so? Ich werd massiert. Aber nicht von mir. Oh, ich dachte schon, du steckst nie aus. Nein, nein, nein. Oh, nee. Hey. Was denn? Ich geh leider rein. Nein. Okay, wir fahren nachher. Ach, Chat, ihr seid solche Schiffhasen, ne? Dass ihr nicht das Schicksal entscheiden lassen wollt. Angsthasen, Alter. Du, 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 äh. Wie schnell fährt dein Auto denn, Pinsel? Was? Wie schnell fährt dein Auto denn? Weiß nicht. 114, oder so. 114, ja. Oder 112. Ist das viel? Das ist schon viel. Ja, weiß wirklich. Was? Nichts. Runter vom Taxi! Aber dann kann ich dich sehen. Was ist eigentlich mit Pinky? Die ist sehr müde und schläft. Okay, ich muss euch noch was sagen. In der Stadt, es gibt jemanden, der kleidet sich wie ich, der verhält sich wie ich und der nennt sich selbst Ronny. Lass mich sagen, das ist der Holländer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Äh. Macht der so, als wer ist. Dann verkloppen wir den. Aber ich weiß nicht, wer und wo. Wir suchen ihn. Ja. Ui. Wo treffen wir uns denn gleich, Pina? Ähm, ich muss zum Bürgerladen und dann die drei Herrschaften wegbringen. Ich weiß nicht, wo die hinwohnen. Aber wir können uns ein Bürgerladen. Aber wir können uns ein Bürgerladen. Aua! Geh weg. Wir können uns ein Bürgerladen. Ich weiß wieder. Aua. Katze, Börse! Du. Im Tunnel. Häh? 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 Alles gut bei dir? Ja. Gut? Bein, Bein, Bauch, Po. Wie heißt das? Bauch, Beine, Po. Ja. Häh? Ich hab's schon gesagt. Oh, so. Erobek. Was hast du gesagt? Downtown Cap Taxi, hallo? Jo, der muss einmal nochmal ein Taxi vom Revier zur Polizei. Ja, ich verwahrstelle. Guck, ich hab's zwei. Guck. Okay, ich bin auf dem Weg. Guck. Guck. Okay, ich bin dir mit dem Rumpenpullover. Bis gleich. Ja, bis gleich. Hast du denn hier? Ja? Was ist das? Ich zeig dir jetzt auf. Eine Poher, Rubik. Der hat mir in die Hand gebissen. Pass auf. Oh Gott, brich dir nicht die Lenden. Nein, nein, ich bin sportlich. Oh, ungebrechlich. Auf geht's. Und lass gehen. Oh, ungebrechlich. Was machst du da? Bauch, Beine, Po. Oh, ungebrechlich. Oh, ungebrechlich. Pisse, nimmst du die Omi kurz mit? Oh, ungebrechlich. Und Janja, das war's. Es waren vier. Ja, sag mal, ich bin alt. Ich hab mir so viel. Ja, ja, danke schön. Okay. Und jetzt nimmst du kurz die Omi mit? Ich rufe dich gleich an. Ja, wohin? Ja, fahr zum Bürgerladen oder so. Okay. So wie deinem Bürgerladen, ne? Ja, 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 fahren sie zu dem Bürgerladen. Das sind nur mal drei Kilometer. Wie viel sind wir dann? 5.026, 10 Dollar. Gut, 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 gut. Ich muss voll noch zum Pisse. Auch noch. Nein, das zählt nicht damit. Ich hab ja jetzt schon... Ja, musst du da unbedingt hin? Ja. Ich muss da noch einen Kunde abholen, der will zu Pisse. Ja. Und das direkt da, wo ihr wohnt. Ja, also zusammen. Ja, ja. Ich duck mich da nicht, wenn wir davor stehen. Ui, ich fall langsam. Ui, besser als... Ach man, schon wieder mein Handy. Anschneiden. Ach du Scheiß. Was ist denn hier los? Vorne rechts, bitte. Ja, musst du aufmachen. Ja, eigentlich ist es auf. Aber nur eigentlich. Heute ist wieder stressig. Ja, wieder ein bisschen am Arbeiten. Eine Stunde erst. Hast du noch viel vor, dir hast du Nachtsicht? Äh, nee. Ah, juckt. Ich arbeite, wie ich Lust hab. Ah, das ist natürlich praktisch. Das ist doch gut. Ich will auch arbeiten, wie ich Lust hab. Ich werde auch Taxi unternehmen. Echt? Was? Dann musst du dich bewerben. Du brauchst polizeiliches Führungszeug. Habe ich, als negativ. Das Problem ist, wenn alles negativ ist, wirst du nicht eingestellt. Die nehmen mich nur Verrückter auf. Ja, das geht mir. Das soll ich dann echt sein. Oh, was denn sagt Schisch? Ich. Schisch. Ich. Das ist in Ordnung. Nur Verrückter. Also doch. Ich gehe in die Apotheke. Oh. Ich hole dich später. So, sind wir da. Ja, super. 1000 Dollar. Bitte. Ei, ei, ei. 1000 Dollar. 1000, 1000. Du kriegst 1000 Dollar von mir, du Lümmel. Du bist ein Lümmel, du. Du bist jeder Lümmel. Du bist ein Lümmel. Du, ich popste. Ich pass auf. Ich hab schon Kampfsler und ein Batsch. Was? David schön. Ja. Danke. Witt schön. Auf die Bullenwagen, du. Jetzt werd ich verhaftet. Jetzt. Jetzt. Jetzt gibt's eine, du. Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Fahre ich hier? Fahrer aus Paleto? Bitte? Ja, genau. Richtig? Wir haben bestellt. Taxi? Ja, ich wollt grad so. Ich komm. Ich hab nur noch ein Fahrer, der muss hier. Hier leider aufsteigen jetzt. Ja, jut. Ich hab für drüben bezahlt. Nee. Dann mach 10 Dollar künftiger. Ja, nee. Machen so 50.000. Nee. Wie, nee? Das ist ja zu viel. Machen so 50.000. Ihr seid jetzt die netten Herren, die wir in den... 50.000 Dollar. Ja, ist doch gut. Ausgeben könnt, ja? Sie sind ein netter Träuber. Okay. Das gibt's. Urlaub. David schön. Äh. David schön. Dankeschön. Gut, machen Sie's gut, ey. Das ist ja viel Geld, ne? Sind Sie sicher? Sie haben schon bezahlt. Aber sind Sie sich sicher? Ja, 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 ja. Ich weiß davon nicht. Gut. Moment. Äh? Nein, nur Rönus zum Winter. Natürlich. Seid ihr zu schnell hier? Bitte? Seid ihr zu schnell hierhergelaufen? Ja, wir schon da hinten. Wollt ihr euch ne Tracht Prügel abholen, oder? Nö, nö, nö. So, die Herren Chariffs, ich bin bereit für Sie. Ja. Also, ich möchte gern einmal zum Weinwort Pity. Weinwort Pity, okay. Oh, Karibu, hast du denn auch? Prima. Ich hab grad super viel Tränengeld bekommen. Sehr schön. Freut mich für Sie. Von Ihnen auch, Sie sind reich. Ich bin was anderes als reich. Hast gehört, schau, du bist reich. Ich bin was anderes als reich. So. Ich bin kurz vor der Armutsgrenze. Wollen Sie dem Herren nicht sein Auto ausparken? Da kommen Kollegen schon her. Ach so. Das sind aufgerundene drei Meilen. Alles klar. Das sind 1210 Dollar. Ja, machen wir 2000, wenn's da Gas gibt's. 2000 gering verdienen. Ich bin gering verdienen, tut mir leid. Ich auch. I'm sorry. Ich hab ne dicke Freundin, weißt du was das kostet, die zu ernähren? Ja, dazu braucht man keine dicke Freundin. Ich hab ne Freundin, die frisst mir auch die letzten Haare vom Kopf. Deshalb haben Sie eine Glatze. Richtig. Sie sind ja der Sheriff, ich muss langsam. Nee, ich hab ja's hier. Okay, Deja Vu. Angst schnallen. Joi. Ich halt nicht mal Kopfschmerzen. Der hört sich noch klar. Bochen, nö. Dann hier muss man langsam fahren. Weil hier spielt Straße. Ja, das ist richtig. Also MD, da ist schon... Punkt, da sind leider viel zu viele Unfälle schon passiert. Wo Leute hier welche mitgenommen haben. Guck mal, da rechts sind wieder die Kriminellen. Oh ja. Ist halt so ein... Ex-Kriminelle. Paulus Park. Lautes Etablierte hier. Ja, mit Treppen auf Schultern. Richtig. Mit bunter Haare. Ich hab mir gar nicht gesehen, ob die Bumpt amten. Deja Vu. Ich möchte da alle möchten die an 13 PD. Was kann ich da? Ja, wobei... Also entweder fahren wir so weiter hoch oder du fährst weiter hoch. Denk dann meine Frau. Sonst kommen wir mal an das an. Schorsteig hier aus. Wir würden noch weiter oben Richtung... Er muss erst mal die 2000 bis hier bezahlen. Ja, die kann ja auch gleich mit bezahlen. Ja, oder so. Ich zahl das oben direkt. Ja, was denn nicht? Ja, gut, dann zahlst der Kollege oben. Du bist großverdiener. Er hat die Kohle. Ja, der ist großverdiener. Das sieht doch reich aus. Ich bin hier nicht so... Ich bin der damals groß. Du stimmen Sie in dieser Gruppe mit dem Helikopterlandeplatz. Ich bedanke mich. Verdammt. Ich bedanke mich. Oh mein Gott. Oh gosh. Das gibt jetzt die Strafzettel sofort rechts ranfahren. So, wo möchten Sie noch hin? Äh, zum Sterlobs-Office oben. In Paleto? Ja. Ach du Scheiße. Das ist ganz weit weg. Ja, kleine Stücke. Aber ein einfacher Weg. Das sind 10 meine. Das wären insgesamt jetzt 13. Das gibt 3410 Dollar. Ja. Machen wir... Machen wir, wenn schnell fährst, 10.000, ja? Okay. Schau, ich schau, ich schau, ich schau hier. Der knausige Feuer. Hast du nicht mehr Polaro-Kaffee? Nein. Du bist ja der Großverdiener. Ja, wo bin ich denn der Großverdiener? Ja, mit deinem eigenen Karakter. Ja, du hast den Großteil. Kommt, ihr unterschlagt auf bestimmte Weismittel. Nein. Ich hab das gesehen in Criminal Minds im Fernsehen. Ach. Du triffst jetzt schon mit deinen Sachen im Fernsehen auf. Die kleinen Haarschrausch-Giftsigaretten von den Kriminellen. Ach. Dann lässt du dich dabei doch erwischen. Hä? Ja, aber irgendwie muss ich die Leute doch ruhig halten. Wenn der sich mit aufricht, kann ich dem eine geben und kann sagen, hier... Nein, ja. Mach das entspannend. Das soll helfen, hab ich gehört. Ah, Rokadee. Mhm. Können wir uns auch so ein Turbo einbauen lassen? Oh ja. Die kann nur ich einbauen. Verdammt. Oh, Parker ruft dann. Ah ja, Parker. Ich bin der Karakara. Hallo. Ja, allerbeste der Freund. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, ich weiß. Ich komm sofort. Ich bin am Arbeiten. Ich bin... ... ein Schwer- Äh, ja, das wurde uns einfach irgendwie schon weitergegeben. Bist du sauer? Nein, nein, aber nur vom Mann will dir die Sachen spielen. Oh, komm, Baby. Baby, ich liebe dich. Also, Baby, ich liebe dich. Oh, Baby, Baby. How was I supposed to know? Okay, perfekt. Super Sport, Erdbeerfeld, Karre. Und zieh mal, ich sag, den Lutscher. Ja, bitte wieder, ciao. Was für Lutscher? Wer kriegen wir den? Hier vorne ist ein Lamborghini. Ah. Wir überholen weiter. Na, siehst du, der Druck. Los, schau, ich nach vorne wippen. Komm, komm. Ich gucke. Nach vorne. Ja, ich mach ja hin. Den holen wir uns, den Erdbeerfeld, Lutscher. Und schlag, und schlag. Warte, was? Der Turb hat von der Augen auf. Ich schwitze. Hä, oder funktioniert das wie auf einer Schaukel? Nach vorne wippen, nach hinten wippen. Ne, nur nach vorne. Ja, nach hinten ist wieder bremsend. Nach vorne ist die Energie, nach hinten ist keine Energie. Also geht die Energie nach vorne in die Grundstuhlstange. Oh, ich hätte stehen, nach hinten. Ja, dann müssen wir dafür nicht die Hände geben. Okay. Was? Ja. Ich? Nein, das ist nicht so wie, weißt du, nicht so wie im Kreis. Oh. Hast du gesehen, die Drift? Nicht? Nein. Also fängt vielleicht auch keiner an zu schreiben, so. Nein, nein. Ach so, wie bei Son Goku. Ja. Ach, die beiden Wächser. Entschuldigung, wenn du einfach nicht aufwechst, eine andere Part auch, ne? Hm. Bin sie wach? Was? Stimmt, war ziemlich, ob da irgendein Schnee gibt es hier. Was hast du gesagt? Du raubst gerade den Laden aus? Ich bin dem Sheriff im Taxi, ne? Ich weiß nicht, dass ich Roni heiße. Ja, natürlich wissen wir nicht, dass du der Holländer bist vom Taxi. Aha. Wenn du dich ja beschränkst ins Gefängnis, ne? Ja. Ja. Die Oma, wir gehen jetzt zum Friseur. Papa! Die schneidet wieder ihren Turmant kaputt. Bis dann. Im Taxi auf dem Weg zum SO. Der Holländer überfällt gerade in den Tankstil. Oh Gott, noch ein Neuländer. Ja, positiv. Ja. Bin ich schnell gefahren? Ey, das war super. Das war ideal. So fahr ich echt nie. Echt nicht? Eigentlich nicht. Ey, das war Spiegeliefung. Oh, 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 oh. Heute gibt's Gewitter. Die Brüllmücken sind unterwegs. Sheriff, ich hab aber mal eine Frage. Ja, bitte. Gestern hat mich ein Bergloh angegriffen. Oh, ja. Und ich konnte nicht wegrennen, weil ich bin nicht so sportlich. Musst du sagen, sitz? Das ist nicht verboten, ne? Ja, ich sag mal, solange sie nicht auf das Tier schießen, sondern irgendwie in die Luft oder daneben, um das zu verschrecken. Ja, ich hab in die Luft geschossen. Ja, dann passt das halt irgendwie, irgendwie Laute machen. Irgendwie versuchen sie, wie sagt man das, Lärm zu machen. Lärmbelästigung. Ja. Ja. Möchten Sie zahlen? Äh, ich würde zahlen, ja. Was möchten Sie zahlen? 10.000. 10.000. Ja, ja, ja. 10.000. Ey, für die fixe Lieferung. Ja, bitteschön. Ey, super. Danke. Ey, bitteschön. Muss ich das nicht eintragen. Kein Problem. Dankeschön. Ey, bitteschön. Und wenn Sie mich sehen, bitte farben Sie mich nicht. Wir probieren's, ja? Ja. Und auf Ihrem bunten Plakat, das bin ich nicht. Nicht? Nee. Ich heiße nicht Toni. Okay. Äh, okay, besser ich. Okay, schönen Abend noch. Handt, tschüss. Nein, Alter. Eigentlich könnte ich feiern, ich habe genug Geld verdient. Ich finde das aber nicht gut, dass die vom Ding ist, so die Leute, die mich kennen, so viel Trinkgeld geben. Ich will keinen Ärger bekommen. Ach, die, eigentlich, ja, okay. Ich weiß ja, dass die unfassbar reich sind. Eigentlich juckt die 50.000 nicht. Genau wie in den Juri, der hat nicht juckt. Ist trotzdem kacke. Boogeloo. Ja, wo bist du? Mein Burger. Ich mach jetzt noch Feierabend, ich hab genug verdient. Okay. Dann können wir ein Abenteuer erleben. Ich bin Paleto, ich komm jetzt. Paleto? Komm, Oma, wir drehen noch eine Tour. Fahr noch ein bisschen. Okay, ich komm zum Burgerland und essen wir was und dann mach ich Feierabend. Okay. Okay, bis gleich. Bis dann. Chat, muss ich Würfel machen? Wir haben 21 für vier. Ich würfel. Über drei war Unfall, unter drei kein Unfall. Und bei, wenn ich ne drei würfel, würfeln wir neu. Okay? Ein, zwei, drei, ready, steady, go. Ne, ich hab nicht jemanden vergessen. Der Holländer hat gesagt, er kümmert sich alleine. Da seid ihr jetzt aber am Schwitzen, ne? Wir haben ne drei gewürfelt. Wir würfeln nochmal. Ein, zwei, drei, go. Klar, der Typ im roten Hemd, den hab ich doch abgeholt. Den hab ich da zur Polizeiverwahrstelle gefahren. Wir würfeln nochmal. Und es war kein Unfall. Das Schicksal hat entschieden. Weil drei in den Draw ist. Das ist nicht unter drei und das ist nicht über drei. Oh mein Gott. Downtown Kip Taxi, guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Und zwar bräuchten wir ein Taxi bei dem Postal Code 6038, das im Mero-Park drüben. 6038? Ja. Okay, lassen Sie mich mal beperren. 6038. Genau. Ja. Dauert einen kleinen Moment, ich bin noch im Palette B. Ja gut, alles klar. Will nach dem Weg. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss, der Kosti. 3,5. 3,5. Was? Was? Die Hälfte von 6 ist 3. 1,2. Hä, warte mal, bin ich doof? Ihr verwirrt mich. Lass das, Scheld. Lass mich in Ruhe. Ist mir egal. Wir brauchen siebenstellige Würfel. Ich bin der dümmste Mensch. Voll gut. Herr, warum sagt mir das denn vorher keiner? Warum lässt ihr mich das tun? Please no clipperino. Hab nicht gelesen. Aber wie machen wir das dann in Zukunft, wenn 3,5 ein Draw wäre? Nee, es leckt. Wobei. Ich finde es besser, der wusste nicht mehr, was Nova ist. Okay, dann ist beim nächsten Mal 1, 2, 3. Ja. Und 4, 5, 6. Nein. Ich habe ein Bauchnabel. Ach, boah. Hältst du einfach. Nö, ich gehe da jetzt nicht mehr drin. Nö, ich. Tut mir leid, aber wer so penetrant ist. In der Zeit, Alter, wo ich jetzt hier rumguck, wo er ein Auto braucht. Mann. Ja, Holländer. Ja, Kalle ist verloren gegangen unterwegs irgendwie, keine Ahnung, kostet mich ab hier oben, ich warte hier auf dich einfach. Wo bist du denn? Ja, aber immer noch da oben, wo wir uns drauf haben. Immer noch? Ja. Du brauchst zwei Stunden, um ein Auto zu organisieren. Ja. Danke, Peanut. Bis gleich. Danke, danke. Danke. Eif, der Schede. Äh, ADP, K24. Dankeschön für die Wüste vom 13. Monat. Und Hubeloo. Und Bronco Schmunko. Dankeschön für den Wüste vom Dritte mit Prime. Warum der sich kein Taxi holt, weil keiner fährt irgendwie. Wille ist nicht da. Jenny ist schon Feierabend, die macht doch nicht Mittags immer. Die Karre ist aber auch schnell, ne? Da kann man auf jeden Fall nur ein paar Kameras raus holen. So, den Holländer noch, dann den Kunden. Dann muss Feierabend. Mir ist für die gleiche Augenbraue, ich schau, ob wir stehen können. Was ziehst du denn da? Hau rein, viel Spaß. Mädchen. Hallo, Seibot. V. Endlich Ruhe. Hallo, das ist Mobbing-Oma. Das darf man nicht machen. Ja, ich habe auch schon den Vorschlag gemacht, als der OEC, wegen Funkgeräte auch, im Taxi. Leider hat Unity in der Vergangenheit damit schlechte Erfahrungen gemacht. Wegen Taxifahrer abziehen, wegen Funkgeräte und so. Und wegen Taxifahrer, die Polizeifunk abhören und so. Obwohl man dafür Regeln rennen will, aber möchten sie nicht. Huch, Blut, Eldros. Und hast du geklärt bekommen mit deinem Keller? Bist du versichert? Ich hoffe schon. Oh mein Gott. Oh, ging, ging. Doch, man kann alles, aber woher die Ressourcen dafür nehmen, ne? Ja, so ein Dispatch-Ding war auch nicht schlecht, das stimmt. Jo, also fahren kannst du. Ja, na klar, alles gelern beim Crash-Derby. Ja, coole Sache, danke dir. Ja, irgendwie, ich habe drei Leute angerufen, alle drei Leute jetzt nicht mehr erreichbar. Ich glaube, alle weg. Ja. Löchte ich zum Taxi fahren? Oh ja, das ist gut. Bist du auch im Dienst? Ne, ich fahre jetzt gleich mal beim Aspo-Derby gucken. Ach, ist schon wieder heute? Ja, heute ist wieder. Wieder eine Kiesgrube? Ich habe keine Ahnung, kommen wir ja gleich drei vorbeikommen, wir ja mal gucken, wir fahren. Ich habe einen Kunden im Novo. Ah, du hast Kunden, achso, okay, dann fahren wir erst da hin. Warum fährt eigentlich keiner mit Taxi? Ich habe keine Ahnung, äh, in letzter Zeit gar keine, also, wenn ich so gucke, irgendwie voll wenig. Außer Jennifer war im Fahren. Ja. Aber es sind auch in letzter Zeit voll wenig Kunde. Also, wenn du jetzt gerade viele hast, hast du Glück. Ja, vor allem, wenn man schnell fährt, geben die gutes Trinkgeld. Ja, wenn ich schnell einfach hinkomme, ja, das stimmt. Ich habe 60.000 zu Null verdient. Wie, alles zusammengerechnet oder nur Trinkgeld? Achso, Trinkgeld, ja, Trinkgeld nur. Achso, nur Trinkgeld, okay. Ja, aber dann hast du auch mal wieder Tage so oder Monate, wo dann halt nichts ist, weißt du? Das ist voll, dann sind die voll geizig. Ja, musst du halt die merken, die gar nicht mehr abholen, die sind Penner. Ja, weiß ich nicht, die verstehen das System hier wahrscheinlich nicht. Dass wir davon leben. Ja, nee, dass wir alle davon legen, im Endeffekt. Mach die die Idee. Guck mal hier, unsere Steuergelder rechts und links. Der hat bestimmt Drogen dabei, ich habe ihn gesehen, der kam vom Feld. Ja, aber der muss ja, wenn du den gewährleistest, dann ist das gar kein Problem. Ey, man kommt hoffentlich eine Autosteuer oder so. Guck mal, für Hans-Peter, da haben wir auch für die Auto und für die Strip-Show und bla, bla, bla. Ja. Das verstehe ich nicht. Wir haben ja auch für ein Auto bezahlt, für Hans-Peter, weißt du? Ja. Das ist ja auch egal, ob da zehn Leute zusammenliegen oder nur einer, aber alle geben was dazu, konnte ein Auto gekauft werden und so. Ja, das verstehe ich nicht. Manchmal wünsche ich, dass ich doch nur bei Kim Anna habe. Schade, dass wir hier keine Autofabrik haben, weißt du? Was meinst du denn, wo die ganzen Autos herkommen? Ich meine, wenn ich mir eine Autofabrik hätte, wo die Autos hergestellt werden. Ja, aber wir haben doch Autofabriken. Nee, jetzt im Moment werden die doch importiert oder nicht? Ich nicht. Ja, weil die haben dann Autofabriken, die anderen. Ja, weil die Importeure, auf die Insta gibt es ja keine Autofabrik, aber wenn man das herstellen würde, weißt du? So, dass die eine Macher da oben Eis sind, damit machen sie dann, äh, umwandeln in, äh, was weiß ich. Dann hätten wir es gut zu tun oder die Leute auch, hätten auch Arbeit. Ja, das stimmt, Holländer. Ich würde in der Autofabrik arbeiten. Ich würde machen die Reifen. Ja, Reifen oder irgendwas anderes, weißt du? Autotüren. Türe, Dings, Bums und wenn das hergestellt ist, dann haben wir ja Tipps auf Autos und dann wissen wir auch, dass die Qualität stimmt. Weil wir haben es selber gemacht, weißt du? Aber die Autos haben doch auch gute Qualität. Ja, das stimmt. Aber dann wären wir Autoprofis. Ich bin jetzt schon Autoprofi. So. Ja, ey. Alles klar, danke dir. Ja, Pinalt, hätte Lust, dann das mal Autofabriken, dann hätten wir keine Arbeitslosigkeit mehr. Hat der Holländer schon recht. Downstone Cap Taxi. Hallo, wir sind's. Heute auch 5% auf Quindspare. Auf was? Wir müssen einmal nach Circle Cars, bitte. Circle Cars. Jawohl, ja. Aber gerne. Jawohl, ja. Abfall. Das sind das immer das Ding. Da. Das werden dann aufgerundet 3 Meilen. 3 Meilen? Das sind 1210 Dollar. Ja, dann kriegst du 3000. Das ist nett, danke schön. So schnell fahren? Ja, klar kannst du schnell fahren. Oder eher, nee, nee, weniger. Wir machen entspannt, holt mal. Okay. Dann brauchst du dich nicht anschnallen. Okay. Aber muss man das normal nicht immer? Nur nicht, wenn man langsam fährt. Okay. Außerdem habt ihr den besten Airbag dabei, den es gibt. Wen denn? Mich. Kannst du uns beide fangen? Kriegst du dazu? Okay. Vertrau dir. Ich habe da eine schöne Gegend, wo ihr wohnt. Ja, das ist echt ein spannender Tögen. Ich schlafe unter einer Brücke. Unter einer Brücke? Ich habe einen Pappkarton von Ikea. Mit einem Zelt oder ohne? Ohne, so reich bin ich nicht. Ohne. Déjà vu. Ein bisschen getrüftet. Ein kleines bisschen. Da fehlt noch ein bisschen Übung. Ja. War sehr schön heute in der Stadt. Schönes Wetter. Geben wir ruhig heute. Und viel Polizei unterwegs. Also, wenn ihr Haschrauschgiftsigaretten dabei habt, müsst ihr aufpassen. Haschrauschgiftsigaretten? Was ist das denn? Ja, diese illegalen Sportkippen. Sportkippen? Kann ich da noch schneller rennen? Nee. Da hat man ja Hunger voll, habe ich gehört. Achso. Achso, zum Sportwettessen meinst du? Wenn sie Kameras dabei haben, hier auf der rechten Seite kommen jetzt die Assis. Die Assis? Wie heißen die? Ähm, Chips. Chips? Chips. Was für welche? Kartoffel, Sour Cream? Kika Chips. Aha. Wie heißt du? Die verkloppen einen, wenn man die super... Ich bin Peanut, Peanut Smalls. Die, Peanut Smalls? Ja. Kannst mich auch Erdnüsse nennen. Erdnüsse? Du musst wieder auf Scheißdrechse reden. Äh, links. Verbrecher. Das sind die größten Verbrecher. Ja, ich zu. Dann noch mehr Verbrecher. Ich fahr. Ordentlich. Ja. Langsam, unbeständig. Unfallfrei. Ja. So muss das. Seid ihr ein Pärchen? Äh, wir haben geheiratet, ja. Ihr habt geheiratet? Ja. Warum war ich kein Blumenmädchen? Wolltest du das sein? Ja. Aber das war nur so ein, so ein, ja, so ein kleines Ding, weißt du? Eigentlich nur wir zwei und die Trauzeugen, aber... Hier wollte ich den, ne? Ich kann mir das vormerken. Und bei der großen Hochzeit, dass du ein Jungmädchen sein. Okay. Wie ist das genau? Ähm. Oder auch nicht. Ne, die sind... Oh, die sind umgezogen. Oh, ähm. Oh. Ich weiß aber wo. Weißt du wo? Navigationssystem wollte mir auch einen anderen Weg gezogen. Okay, da bin ich nicht mehr gespannt. Aber das war doch wie geschaffen für die hier. Ja, klar. Mensch, mal. Vielleicht haben die einen super tollen Annen. Meinst du echt? Das werden wir gleich rausfinden. Wir sind jetzt auf Entdeckungsreise. Okay, du zeigst uns den Weg, wo sie... Ja. Aber da vorne, pass auf, da waren die Kriminellen, ne? Ich kann mich gar nicht blitzen. Nein. Nee, ich hab flüssiges Ei aufs Nummernschild geklebt. Das reflektiert dann, wenn die blitzen. Dazu schützt das seine Identität. Mhm. Aha. Wie vorne ist das? Und ich... Oh. Bin wir da hin? Sheriff, ich muss hier rechts abbiegen. Dann fahr außen rum. Die ist gerade abgesperrt. Aber ich muss da vorne zu dem Auto russ. Darf ich da hin? Du darfst einmal ausnahmsweise über die Gegenfahrbahn fahren und dann hier wieder rüber. Dankeschön. Oh, wie nett die es sein können. Oh. Oh, wir sind anscheinend hier. Ich glaub, so war das nicht geplant. Hallo, ist das Zirkelkars? Ja. Cooler Neuladen. Wir sind da. Okay. Dankeschön. Dann hack mal irgendwo am besten. Ja, hier. Ich hab doch die Erlaubnis vom Sheriff bekommen. Okay. Was wolltest du zahlen? Ähm, mach einfach fünf. Das war relativ witzig, mit mir mitzufallen. Mit dem Sofa? 5000 Dollar? Ja. Danke. Hallo. Ja, bitteschön. Ja. Dankeschön. Du willst ein Dreck sein. Bye. Have a good night time. Ja, Pinse, Polizei-Kontrolle. Tschüss. Was? Gibt es schon Gefahr? Ne, die haben mich freigelassen. Ich komme, bin auf dem Weg. Okay. 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 Ich komme. Was? Asni, kennst du DJ? Asni? Wie findest du das Auto? Ja, so deins. Das ist das super cooleste Auto, was ich je gesehen habe. Ja, okay. Ich muss da gehen. Ich bringe Tafeln. Wir sind mein Cody. Ich komme. Kannst du schon mal für mich bestellen? Danke. Schön, dass du aufgelegt hast. Steh ab! Déjà-vu. Oh, da ist doch mein Freund. Mit dem T-Shirt. Also ich muss echt sagen, wenn man sich dran gewöhnt hat, mit dem Controller zu fahren, ist echt schick. Das Einzige, was mich aufregt, ist, ich kann mich nicht so gut umgucken. Du... Die wollen mich verhaften. Warum? Weil das Kriminelle sind. Weil ich so weiß. Was denn? Da sind... Da waren gerade zwei Leute. Ja. Geil. Das war ein ekliger, aber ich mag dich. Wenn nicht verschwendet. Also. Siehst du die zwei? Wo hast du um die Türte gelassen? Die ist auf Klo. Okay. Siehst du die zwei? Wen? Ja. Den da? Ja. Den hab ich gefallen. Der hat mir super viel Trinkgeld gegeben. Weißt du? Der hat mich gefragt, darf ich mal das Auto fahren? Und? Er wollte einen Schlüssel. Hab ich gesagt, ich vertrau dir nicht. Hat er mir eine Knarre gegeben als Pfand. Ja. Dann ist er gefahren. Und... Kann ich die haben? ...hat dir geschenkt. Einfach so. Geschenkt. Mit dem Telefon. Tschüss. Nichts. Ich will. Kannst du mein Handy kurz nehmen? Danke! Willst du denn das Auto testen? Ja. Na, hör mal, die ist rechts vor links! Na du, hübsches Kind, ich hoffe, das ist ein Meerschwein. Was quietschen so, hä? Entschuldigung, was kann ich Ihnen bringen? Warum musstest du so tief Luft holen? Tut mir leid. Wie ist dein Name? Ich heiße Gwenny. Gwenny? Du heißt Guinea Pig. Ich hab es kaputt gemacht. Das ist nicht schwer. Wir brauchen noch eine Alarmlage für unsere Villa. Der Feiner bricht ein und er macht so. Da so. Natsch, natsch! Nie, hohe Luft, Alter. Tut mir leid. Ui, 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 okay, was kann ich Ihnen bringen? Danke. Bitte gib mir zwei Maiskolben. Ja. Und tu die in den Onion Ring rein. Ja. Mit so einem Kondom. Mach ich. Ein Burrito und fünf Tränkepäckchen, bitte. Ein Burrito und fünf Tränkepäckchen. Jawohl. Darfst du was Süßes sein? Hm, hab ich doch vor mir. Haha. Dankeschön. Mein Stich, meine Kasse. Also, okay. Das ist, als würde man so eine röstige Schraube drehen. Oh je. Ronny, darf ich noch was bringen? Nein. Dein Herz möchte er. Ronny sucht eine Freundin. Haben Sie Interesse? Nein. Der hat ein super krasses Auto. Nein. Also, ich hab leider kein Interesse. Was hast du gegen meinen besten Freund? Ich habe nichts gegen meinen besten Freund. Wow. Dann gehst du auf ein Date mit ihm und ich werde euch fahren. Nein, danke. Und ich hole euch wieder ab, bevor die Straßenlachteln angehen. Nein, danke für das Angebot, aber ich habe leider keine Zeit, ich muss arbeiten. Warum denn nicht? Nur weil der einen Silberblick hat? Wow. Ui. Naja. Schnäpfe. Der hat Crooks. 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 Und ich habe einen Crook. Ja. Ja, aber... Ein Hundchen. Ja, das ist mir klar. Musst du nicht kochen. Es wird doch gerade bestellt. Genau. Ich mach jetzt erst mal das Essen. Rote Zowa. Ginny, pick up in die Küche. Pick Papa Peanut hat Hunger. Ich mach's sofort. Das ist so easy. Sobald ich mich vor dir steigen will, ich muss dir immer Hallo sagen. Omi, hast du schon gegessen? Oma Turtle? Ja. Hast du schon was gegessen? Ja, das Sushi. Ui. Ui. Komm, die haben das Auto zurückgebracht und gesagt, die Bissole darf ich behalten. Ui. Wahrscheinlich werde ich deswegen noch nachher ausgeraubt, aber sonst geht's mir gut. Ui. Ne, ne, Schattenburg. So war das nicht gemeint. Ich hab aber ihr bestellt, sie macht ja mein Essen fertig. Umi, möchtest du vielleicht noch was essen oder ein Tinkepäckchen? Oh, ein Tinkepäckchen würde ich nehmen. Was? Ein Tinkepäckchen. Ich hab verstanden, ein Päckchen Tabak würde ich nehmen. Was auch? Okay, dann teil dich ein Tinkepäckchen von mir mit dir. Möchtest du vielleicht einen Cock? Nein, aber noch nicht. Pinsel, hör auf damit. Das könnte sexistisch rüberkommen. Ja, aber so mein ich das nicht. Wie spricht man das aus? Guck mal. Ja, guck. Oh. Frag die Oma, ich weiß nicht, was das ist. Die kennt sich aus mit Lebensmitteln. Hier, Oma, guck mal. Dein Hühnchen. Was ist das? Das ist vom Asiaten. Guck. Guck. Könnte die Schauspielerin Ola Ringe am Kopf? Ne, Ola Kock am Ring. Ich hab noch Ikasi, Pianigiri, Dora Yaki. Ach so, Bruder Jakob. Bruder Jakob. Und jetzt auf Französisch. Frère Jacques, Frère Jacques. Dormez-vous, dormez-vous. So, Lily Martina. So, Lily Martina. Ding, dang, dong. Das ist auf jeden Fall Französisch gewesen. Oh, in Baguette. Oh, danke. Ich will Baguette auf Hommage. Wer packt die am Aus? Pinsel. Ich hab gesagt, ich will Baguette mit Käse. Die geht schon weg. Nein, 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 nein. So oft wie du die... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Teil der Crew. Teil der Crew. Mama! Mama! Das darfst du nicht. Und Pinsel, du hast mich angelogen. Was? Zwischen dir und Oma Törtel läuft gar nichts. Die wilden Staust, die du mir erzählt, das stimmen alle nicht. Ich bin sorry. Das mit dem Rollator und so. Nein, die Oma und Twinkie sind so unterschiedliche Menschen. Ups. Twinkie kommt heute nicht jetzt. Ja, guck, da muss er selber lachen. Ja. Ja, ich wusste nichts von nicht so. Ich hab' ich schon vergessen. Na, du? Ja, ich. Na? Okay, hier einmal das Burrito. Der Burrito. Der Burrito. Entschuldigung. Dann Maiskolben. Das Maiskolben. Der Maiskolben. Der Maiskolben. Die Maiskolben. Die Trinkgepäckchen. Trinkgepäckchen. Ja. Und das? Und das? Bitte? Kappa? Was ist mit dem Kaukoppeneis? Will ich nicht. Aber ich? Kaukoppeneis ist ja eklig. Warum lachen Sie? Ja, was soll das? Äh, ich hab's noch nie gegessen tatsächlich. Was haben Sie noch nie gegessen? Kaukoppeneis. Warum? Weiß es. Weil ich bis jetzt keins bekommen habe. Ist es. Aber ihr verkauft doch Kaukoppeneis. Ui. Ja? Oder eins aus der Schublade da. Äh, ja mach ich dann später. Nach dem Feierabend. Sind Sie nervös? Nö. Ist sie aufgeregt? Nö. Jucken Ihre Achseln? Nein. Wie lang sind die Haare? Oder die Brustwachsen? Das hat die Oma gefragt. Das ist nicht sexistisch. Die Oma ist auch ein Frau. Ich hab doch nur nach dem Wohl. Wir finden die Haare Brustwachsen gefragt. Äh, ich hatte die jetzt ganz gut. Das ist schön. Das ist schön. 90, 60, 90. Ah! Die hatten nicht mal die Wunder gezogen. So, das macht einmal 230 Dollar bitte. Ja? Lieder schau. War das der Mausrat? Genau. War das der Mausrat von der Kasse? Ich zahl mit Karte. Ich kotze. Ja. Warum kotzt du? Hier, bitteschön. Einmal die Karte rüberziehen. Ja. Dankeschön. Dank gutem Hunger und guten Durst. Danke. Alles bald wieder. Ui. Das hat ja richtig special effects. Mach das nur mal. Oh. Wow. 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 Du denkst, wir gehen jetzt, aber wir gehen nicht. Du konntest uns nicht abwärmen mit deiner Rechnung. Ja. Darf man sonst noch was bringen? Ich will immer noch eine Actionfigur. Ja. Die gibt's erst ab 22 Uhr. Mach mal jetzt. Nein, das geht nicht. Mach doch mal eine Ausnahme in der Feuerwehr. Mama Shiginaki Eis. Nein, leider gibt's hier keine Ausnahmen. Ich will den Manager sprechen. Shiginaki Eis. Dann hol ich... Ich kann gerne Cody holen. Ja, ich will den Manager sprechen. Ja, hol den her. Okay, gut. Ich wollte nennen mich Karen. Oh klar, Karen. Oh. Jetzt wird's... Jetzt wird's ernst. Sind Sie ein echter Mensch? Meistens. Sie stehen da wie ein Roboter. Ist Ihnen langweilig? Nö. Machst du denn da? Ihr Haar sieht aus wie Schoki. Ähm. Ich denke, das ist was Gutes. Ja. Sagt doch keiner, was das Schlechte ist. Nö. Schoki ist doch super. Ja. Mögen Sie Schoki? Natürlich. Ich auch. Stopp. Wie stehen Sie zur weißer Schokolade? Super lecker. Am liebsten die von Sir Max. Weiße Schokolade ist keine Schokolade. Wohl. Nö. Wohl. Guck mal, mein Finger ist nicht mehr gebrauchen. Oh. Machst du keinen Haken mehr? Nö. Nö. Hast du keinen Haken? Noch nicht, ne? Aber bald. Hm. Dauert nicht mehr lang, Pinsel. Dann hast du auch den Haken. Hahahaha. 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 Oh je. Hahahaha. Hast du einen Schlaganfall? Ich hab Ronny noch nie so lachen. Hahahaha. 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 Okay. Dann kommen den alle Klubs. Hahahaha. 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 Was kann ich für euch tun? Wann gibt's Actionfiguren? Um 22 Uhr. Um 22 Uhr. Bin ich schon vorher? Komm schon. Weil das unser Angebot ist. Um 22 Uhr. Aber wir sind Stammkunden. Ja. Aber es gibt viele Stammkunden hier. Und wenn jeder Stammkunde jeden Tag eine Actionfigur holen würde, dann hätten wir keine Actionfiguren mehr für Spontankunden. Das ist Lachistisch. Das ist Lachistisch. Ich zeig dir auch mein Auto. Ja. Bitte. Ich kann auch einfach rausgehen und mir das angucken, Ronny. Wir haben das selbst getuned, das Auto. Komm raus. Ja. Sind wir jetzt Tuna-Verein? Ja. Guck dir das mal an. Wir sind hier so ein Fastfood-Restaurant und sie hängen auf dem Parkplatz mit einer getunten Karre davor ab. Ja. Und wir hören noch To Fast and Furious Soundtrack. Ja. Zeig mal her, Ronny. Dann komm. Wir haben das selbst getuned. Äh. Ja. Oh, Peanut, das ist witzig. Die Jugend von heute nur an ihren Handys. Ja. Immer auf Knuddels. Äh. Hast du Rückenprobleme, Oma? Nee, wieso? Links. Warum? Du packst deine Hüfte so. Ja. Jetzt meinst du das von anderen Kunden? Oh. Guck, haben wir selbst getuned. Wir haben uns an einem Matchbox-Auto orientiert. Alter, es passt voll gut zu Ronny mit dem Pink und dem Grün. Ja. Habe ich doch gesagt, Pinsel. Ja. Ding, aber das ist eine gute Pommes-Theke. Falls ihr mal nicht bei uns im Laden seid und als ihr bestellt habt. Die Reifen. Die Reifen-Manager. Ja. Das sind Formel-1-Michael-Chumaker-Reifen. Ja. Die hat einem großen Prix in Abu Dhabi gefallen. Und hier vorne auch noch so Rallye-Lampen, oder was ist das? Ja, die Schwan-Man. Und das mit den Aufklebern unten an der Stuhlstange finde ich auch geil. Das wollte ich bei meinem Sentinel auch alles dran machen. Am Sentinel Prime? Hm? Ja, das ist kostenlos. Ich hör doch schon wieder den Sheriff. Hm. Ich seh den Sheriff. Da sind doch Sheriff. Sheriff? Das sind Gangster, die klauen einem das Geld. Hallo? Oh, oh. Hi. Oh. Hallo. Einfach mal ein bisschen abhängen. Ja. Kennen Sie sich mit illegalem Auto-Tuning aus? Erstens, Waffe weg. Zweitens. Ja. Waffe weg? Waffe. Okay. Alles gut bei Ihnen. Wat? Alles gut bei Ihnen. Wie alles gut bei Ihnen? Kickt das bei dich im Kopf, oder wat? Nö. Wat ist denn das für ne Aussprache ane Dude bei Ihnen? Wieso? Ja. Haben sie die Kiemoloren? Du bist auch so ne Fakta-Typ. Was? Das ist deine... Pass auf, dumme Necken. Okay. Wir müssen weiter? Ja. Ich will am besten Schritt einmal. Ich müssen nicht umfallen. Außer nix, weil die macht eh nie was. Okay. Wenn das Ihre Meinung ist? Das ist ne Tatsache. Ja. Sagt der nicht gut. Okay. Super Auto, oder? Der hat nur Schweren entfahren. Der gibt uns auch keine Exfiguren. Warum darfst du fahren? Vorsicht! Passiert eh nix. Nur so. Ich versuche ihn damit zu manipulieren. Das ist eine gute Idee. Wir sollten uns so einen Controller dafür holen, dass wir das steuern können, während der fährt. Und dann fahren wir voll in die Wand. Dann übernehmen wir den Saftladen. Braucht man den mit dem blauen Haaren. Welche Maschine? Welche Maschine? Drohne. Blauen. Welche Drohne? Und wenn ne Drohne hat der... Wann hat dir jemand blondes Haar? Blau. Blaues Haar? Antwort keine. Ach, meine. Ich bin noch als Fächer. Du bist nur als Fächer. Du... Du bist das hier. Wo ist es? Hier. Das bist du. Wir wollen jetzt alle die Exfiguren haben. Das ist ein Krippohr. Ich glaube, das... Boah. Boah. Das ist, glaube ich, ein Komoda. Das ist ein Scheiß-Auto. Das ist ein echt super schönes Auto. Ja. Das ist echt cool auch. Danke schön. Du bist scheiße. Hi, warum sagst du das? Dicken Po hast du. Nein, du musst sagen dünn Po. Dicke Po ist schön. Dünne auch. Oh. Was muss ich sagen? Knorrigen. Deine Kniekellen sehen aus wie die Gesichter von den Kindern von Brad Pitt. Ich bin am Arsch. Den Satz konntest du dir nicht merken, ne? Doch. Deine Kniekellen sehen aus wie die Kinder von Brad Pitt. Deine Kniescheiben nicht Kniekellen. Ich hab's versprochen. Okay. Deine Kniescheiben sehen aus wie die Gesichter von den Kindern von Brad Pitt. Komm. Warum? Du musst dich schmerzen. Weil ich... Weißt du, die komplett schwarze Weine... Aber der haut dich bestimmt dann. Der Fund. Oh. Der hat gleich wieder gegessen. Das ist eine übrige Beleidigung. Oh, wir machen die Assozahlen schon. Nee. Aber ihr seid gar nicht Assozahlen, ne? Meine Zwiebel aus der Nase kam. Hä? Hallo. Hallo. Hi. Richtig. Was war das denn? Ein Schmatzer. Das war ein Bussi-Bär. Warum? Warum denn? Weil du bist so am Schocken am Handy. Nö, nö, nö. Was spielt denn da? Richard Legends? Nö, Knudels. Knudels? Knudels. Knudels. Was für Nudeln? Gibt euch da gegenseitig Knudschflecken und Rosen? Ich hör auch mal da. Kennst du mir einen Follower lassen? Ich hab auch Knudels. Wir sind so schüchtern und um uns zu moarmen. Deswegen machen wir uns immer, wir knuddeln uns über Knudels. Ach so. Wie heißt Knudels? Habt ihr euch schon angestupst? Auch, ja. Wollt ihr meine Knudelsgruppe? Wie heißt sie? Was? Wie sie heißt? Los Santos Rambla Downtown. Ich lebe Kursa, sorry. Was lebst du? Äh, Kursch. Ich wollte grad sagen, Kurscher? Ne, Kursch, Kursch. Was ist Kursch, Oma? Kursch. Kursch heißt es, ein Hälzer ist und kein Sex hat vorher. Dass du ein Fetzer bist? What? Oma hat gesagt, du bist ein Hetzer. Nein! Hetzer? Nein! Ich glaub ich hab nicht gesagt, ich bin Fettsack. Nein! Ich weiß, wie der Typ ist. Oh je! Wo denn? Wo ist dein Kopi-Kid? Ich kenn mich damit aus. Wir finden ihn. Und wir werden ihn zerstören. Ja, lass uns aber erstmal Action-Figuren mitnehmen hier. Hallo? Was? Ach so. Ist er nun da? Er wollte einen Typ? Okay, wir kommen. Die Action-Figuren, ne? Ja. Gib mir einfach ein Handy, bitte. Die werden jetzt schon... Ja, okay, dann hör nicht zu, Penner. Mann, erzähl, was ist da? Ja. Die werden jetzt schon für 50.000 auf der Straße gehandelt. Willst du meins kaufen? Ich hab selber eine, danke. Geiziger Penner. Der Typ ist da. Wo denn? Komm, wir gehen dahin. Wo denn? Crash-Turby ist. Wo ist das? Äh, sag ich dir. Ich muss erst das Taxi wegbringen. Oh. Lass du ein Taxi, dann fahren wir mit meinem Auto weiter. Okay. Okay. Tschüss. Wir fangen jetzt zum Crash-Turby. Oh, stimmt. Ich hab's vorhin gesehen. Noch einen schönen Abend. Ey, wir bräuchten gern ein Taxi da hoch. Aber ich muss das Taxi wegfahren. Achso. Du kannst das hochfahren. Ja, aber ich will Schwarzgeld haben auf der Hand. Ja. Wie? Ich will Bargeld haben. Für was? Wenn ich euch hochfahre. Weil... Na, aber gar nicht. Ich bin doch im Dienst. Komm. Wo ist denn das, Pinsel? Wo ist das? Pinsel, sag mir, wo ist... Ja, komm. Schnell! Wir müssen mit zwei Autos fahren. Das ist bei Bruchstein. 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 Neben Stormwind. Hinterm Wald von Elvin. Nee, von Westphalen. Rotkammgebirge. Im Dämmerwald. Nee. Wo ist das? Schlingdorntal ist das. Und hinterm Wald. Ja, muss ich mit einem Schiff oder mit einem Greif? Wir müssen mit zwei Autos fahren. Mit einem Greif. Pinsel. Ja? Fahr mit deinem Auto. Oh. Komm, Oma. Das ist im Bruchtal. Ja, ja. Ja. Hey, wohin da hin? Wer? Fahr ich bei euch mit? Weiß ich nicht. Der wird doch ein Taxi haben. Ach so, ja. Der ist jetzt... Wo ist der? Der kommt aber gleich rein. Der ist jetzt mit seinem Auto. Ach so. Mann, der hat Geld verdient. Ich bezahle. Aber ich hab doch keinen Landschlepp mehr. Ja, soll ich mit euch mitfahren oder nicht? Ne, egal. Warum fährst du jetzt mit deinem Auto? Ich dachte, du willst im Taxi fahren. Ach so, warte. Warte, warte. Jetzt ruft er mich an. Warte. Ich bin von mir. Ja, ich dachte, du wolltest mit dem Taxi fahren. Was? Dann braucht ihr kein Taxi, wenn ihr schweite hoch wollt. Dann, da geht's aus die Karre aus, sonst knallt's. Fuck. Ja. Ich muss raus hier. Scheiße. Hä? Pense, komm zum Taxi. Mann. Wo wollten die denn hinfahren? Auch zum Bruchtal. Im Elbenland. Ah, 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 ah. Wo fahr ich hin? Wir wollen mein Auto, okay, Oma? Ja, ja. Ui. Oh nein. Ui. Au. Nix passiert. Unfall. War das ein Unfall? Ja, du hast die Ehrenbüren mitgenommen, natürlich. Wo denn? Die ist weggeflogen. Oh Scheiße. Der wird verflogen. Stimmt doch gar nicht. Was? Kein Unfall. Du hast die komplette Ampel entwurzelt. Was denn das sonst, wenn's klebt? Kein Wurzel, gleich deine dritten. Wenn du weiter so lügst. Kannst du gar nicht entwurzeln? Ich hab gar keine Wurzeln. Mermond. Doch, du bist für ein Eid. Doch. Okay. Ja. Let's go. Komm. Was habt ihr denn mit dem vor? Komm. Ei. 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 Was haben wir mit wem vor? Na mit dem Tipi, wo man gesagt hat, sieht so aus wie er. Verkloppen sollte den. Ui. Fährst du mit deinem Autopinsel? Ja. Okay, dann komm. Ei, 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 ei. Ja. Stürmisches Wetter. Jo, ein bisschen. Jo, ein bisschen. Jo, ein bisschen. Ich mag mein Auto. Ja, das ist hübsch. Ist... Mann! Was denn? Ich hab doch keine Leibstelle mehr. Ich hatte diese Klingelton. Ich find es noch cooler, wenn man irgendwo auf dem Auto noch so einen weißen Streifen machen kann. Dann sieht das aus wie dein T-Shirt. Ja. Aber ich hasse diesen Klingelton. Mach doch auf laut los! Geht nicht. Hier könnte etwas stehen. Oh, guck mal. Du bist schneller als dein Sportauto. Ja, ich bin nur super... Super fucking fast. Ich muss aber noch das Tiefe legen. Ja. Das mach ich auch gleich. Nachher. Oh mein Gott. Na, wenn wir eh schon hier oben sind, kannst du das doch bei den Typen von gestern machen. Ja, aber dann muss ich ja herlaufen. Oh mein Gott. Dann stellen die kein Auto zum... 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 Für die Zeilen. Weiß ich nicht. Kollege, ihr sollt weiter wegparken. Achso, okay. Seht ihr in der App? Ähm... Was für eine App, you live? Ja. Beim Dino parken dann? Ja, park einfach beim Dino. Ja, ich denk mal. Ich mag den Dino. Ui. Ja, warum steht... Wie jeden Tag sie? Die haben keinen Bock zu arbeiten. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Ui. Packen wir hier. Achso, ein schönes Auto hier neben uns. Ich hab nur so eins in weiß. Küss den doch. Hehehehe. Hehehehe. Das war hübsch. So einen zackst du in weiß. So einen hatte ich in weiß. Das ist ein Buffalo, ne? Ja. Da hab ich die Kaffeemaschine hinten drin. Ich halte meine Waffel schon. In meiner Emo-Zeit hab ich die getragen. Von meiner Emo. Ui. Hast du auch so einen schicken zweiten Pudding gehabt? Oh, oh man. Bah. Das ist ein Ekel. Ich weiß nicht, ich hab auch eine Knappe gemacht. Veragelt Schwein. Crashler, wie geht's dir? Sonst heute nix. Ja. Heute ist ruhig. Und Brutus, dankeschön für den Prime im sechsten. Und Jess Balille, dankeschön für den Prime im siebenunddreißigsten Monat. Und die Schuhsohle, dankeschön für den Prime und herzlich willkommen. Und Shelly, dankeschön für die zwei Reepsubs in zwei Monaten hintereinander. Und Chakallkönig, dankeschön für den Prime im siebten. Und Tampettin, dankeschön für den Prime fünften. Danke. Ne, Twinkie, Twinkie ist müde heute. Wo ist denn jetzt Pinsel? Das ist ne gode Frage. Oben, du nimmst nur den Tinkerbettchen hier. Aber tu den Stroh halt unten rein, das machen die coolen Leute so. Oh, jetzt hab ich ohne getrunken. Wir suchen wieder ein. M-m-m-m. M-m-m. Das ist ein Event für Rednecks. Die fliegen da von Mauern und von... Bah. Und von... Bah! Bah! Was war das denn? Hast du ein Stöpsel im Hals gehabt? Ich komm nicht sofort da. Ich schwulisch. Okay, bye. Was denn Pinsel? Komm sofort wieder her! I don't understand what you say in my ear. What do you have to say to me? Ich muss doch die Autos hier abschicken. Ich hab grad nämlich die Sode gefunden. Okay, bis gleich. Ja. Du Klangfingfang. Ah, das ist so die... Ah, die, 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 die denkst du für den Prime fünften. Oh, mal warte. Was hat er gesagt? Nein! Der will wieder klauen. Der hat schon wieder ne Pistole gefunden. Oh, ey. Bah, das mach ich denn nicht wirklich, ne? Achu! Oh! Ey. Was ist denn Achu? Achu! 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 Ach, das ist der Ruf von Aldemir. Achu! Kuss geht raus. Kiek! Oh! Oh, das ist voll weit. Moritz! Das ist schon für den Prime vierten Monat. Danke. Mh, mh, mh. Kann man da mitfahren? Müsst du dich vorher anmelden, glaub ich. Ach, ach so. Beim Herrn Jutta. Herr oder Frau Jutta? Herr Jutta. Ja. Und hier soll der Typ sein, der mich nachwirft. Oh, sind die da alle schon wieder auf dem LKW? Oder sind die hinten auf dem Berg? Ich komm mir grad vor wie bei so nem Familienausflug, Alter. Letztes Mal waren's auf dem LKW. Das war witzig. Ne, ist keiner auf dem LKW. Das war witzig. erwähnt. Du-du-bi-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-bi-du-bi-du-du-du-du-du-du-du-du... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du ... Und irgendwie wunderschönen guten Abend. You shall not pass. Okay, ausnahmsweise. Schallt ist immer müde. Ist das hier eine Fär? Ich glaube, ihr braucht es, wenn das ist. Komm, meine Frau, ich habe schon abgegeben. Wieso hast du abgegeben? Wer ist mit dem Flight Cap hier? Es hat einfach niemand Leitstelle jetzt. Ronny, nimm du doch dann. Doch, Kala hat die. Nein, Kala hat nicht. Niemand. Well done, nein, guck doch, Team App. Team App? Team App. Team App? Team App. Team App. Wo ist denn der Typ jetzt, Ronny? Wie hat der da in Pink? Wir gehen mal gucken. Ihr müsst den mal abchecken, Jungs. Warte mal, also der sagt ja nicht, dass er Ronny heißt, aber alle nennen ihn Ronny, weil er halt einfach so ist wie du. Pendel. Ja. Ihr macht das schon, Junge. Ich will dich nicht beeinflussen. Ich gehe schlafen. Aber du musst ihm den Fresser holen. Ja, Jennifer. Meinst du echt? Grüß deine Haarschneidemaschine. Meinst du echt? Chinat, das wird mich stolz machen. Warte mal ganz kurz. So oft wie du von der Haarschneidemaschine redest, ne? Ja. Bist du? Ja. Bist du verliebt in die Haarschneidemaschine oder was? Nee. Aber ich freue mich für dich, dass du glücklich bist. Was? Ich freue mich für dich, dass du eine selbstständige Frau bist, die glücklich ist. Ach Gott. Ich freue mich, dass du aus siehst. Nur Mut, Jennifer, nur Mut. Das will Ding mal noch. Ich schneide hier nie wieder. Ich rasiere hier nie wieder die Haare da vorm Kopf. Ja, ja, ja. Ich finde, die sieht aus wie Shepard. Ich habe mich alle drinnen bleiben, du Pip-Mann. Die sieht aus wie Shepard? Ja. Oh. Ich bin in Gefahr. I'm in danger. Wo ist der Knackup? Der in Pink. Wo? Der am Hügel. Wie soll ich denn da hochkommen? Hier. Hallo, Unreached. Chat ist müde. Ja, dann nimm mir doch einen Du-Blöder-Winchi. Oh Gott, Chat steil. Oh. Da vorne der, ne? Ja. Ich gehe mal vorbei und sage Hallo, Ronny, okay? Ja. Und wenn ich es so mache, dann, ähm, tut er so, als wäre es der Du, okay? Okay. Ich gehe mal zu den Abschleppern stellen. Aber relativ. Da musst du mal mit dem Medici brechen. Hallo, Ronny. Oh. Was? Bist du Ronny? Das ist nicht Ronny, das ist Olaf. Warum nennen mich immer alle Ronny? Wer ist der? Weil du aussiehst wie Ronny wahrscheinlich. Was macht der denn da? Der Moonwalk. Kollege. Du stellst du Apotheke oder was? Ernsthaft? Olaf hat er gesagt, heißt er. Ah, Olaf. Der sieht echt aus, wie du. Oh. Was passiert? Station wegtreten? Geh rüben. Sag, das ist dein, deine Gegend. Jetzt will er aber... Nein, stopp, stopp. Sag, das ist deine Turf. Deine Turf. Sag, du willst, wie heißt das, wenn man, wenn man, wenn man, Tantiemen oder so. Was? Du willst, um, Copyright striken und der so Geld zahlen. Weil der klaut deinen Style. Okay. Ich geb dir Rückendeckung. Mach dreimal wie ne Kuckucksausle und fünfmal wie ein Ben Granschelbieder. Du hast doch ne Knappe. Ich hab ne Knappe. Du nützt den Minusverstärfer. Oh, okay. Ja, ich glaub schon, ja. Sah jedenfalls so aus. Grün hat's einfach geblieben. Mein Soll ist. Wo waren wir? Team Heinz ist an der Reihe. Wie ist mein Hund? Kuckuck. Manni Mandel, Manni Mandel, schnelle Frage. Ich bin da, ich bin da. Rau, 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 rau. Rückendeckung ist da. Ist Team Pink noch im Rennen? Du bist Ronny? Jo, ich bin Len, der dir sagt, das ist meine Bitte. Team Heinz fällt jetzt von Team Pink. Danke, Manni Mandel, danke. Jetzt gibt's hier zwei Ronnys. Ich bin verwirrt. Wer ist der Richtige? Ronny? Ja, ich sprech mich immer alle dem Ronny an. Der mit dem Schlaferzug ist Olaf. Ja, Herr Hobbs. Weißchen. Olaf der Kopierer. Ja. Ja. Wow. Ich bin Ronny. Ja, ich wurde schon öfters eingeklafen als Ronny. Ja, wann soll das? Ich bin der echte Ronny. Du schaust aus wie ich. Nee, du schaust aus wie ich. Soll ich schon auf der Mappe hauen? Nee. Das schaue ich mir an. Äh. Müssen wir mitfahren? Nein. Gib mir dein Shirt. Das heißt, ist Crash Derby. Nee, da bin ich ja dann hin. Gib dir was anderes. Ich, ich will mein mega geil Shirt nicht ausziehen. Und sag mal, du hast schon Lachs gefressen. Ich kann das mal machen. Kann ich? Ich hör nicht alle. Jetzt reicht's mir aber. Doch besser ist das Crash Derby, oder? Du schieß dich jetzt um. Wie ist das Crash Derby grad richtig egal geworden? Nein. Geh ich um. Geh ich um. Daumenklatschen, Daumenklatschen, Daumenklatschen. Nein, du darfst hier nicht schießen. Los, küsst euch. Was? Wieso schießen? Ich hab ein Laserschwert, du Loser. Ach, ja, ich hab auch ein Laserschwert. Aha. Ja. Da wird Ronja frisch bestellt. Wo denn? Zeig mal denn, wie sie schwert. Ronja frisch bestellt. Los, beiß den Pinsel. Möchtest du? Möchte ich was? Der hat echt einen Hälter schlagt. Der hat echt einen Hälter schlagt. Okay, wie... Was ist er denn? Fucking Ernie? Ich hab gedacht Olaf wär komisch. Oh mein Gott. Konnichiwa. Er hat nur... Konnichiwa. Ich muss den verboxen. Ja. Ja. Okay, pass auf. Push von rechts und dann knall ihn rein. Ronja. Ja, pass auf. Ich hab'n Plan. Ich hab'n Plan. Wenn ich gewinne, darfst du nie wieder Pink tragen, okay? Lass dich nicht verlieren. Wenn du gewinnst, dann darfst du Pink tragen. Aber nur Dienstag. Nur Dienstag. Und Mittwoch. Und Mittwoch. Und wenn Robi verliert, weiter die Rechnung. Aber... Aber was hat der? Los, kämpft um die Farbe, wär ich der Gangster. Nee, ich geh' jetzt ans Telefon. Hallo? Kein Zeit grad. Ich ruf' dich. Ich muss den Typen auf Mauer hauen. Ja. Ja. Olaf, mach mal deine Taschenlampe aus. Das ist ein Laserschwert. Das ist ein Laserschwert. Okay, weißt du was, ganz ehrlich? Okay. Wenn der jetzt gleich sagt, der ist Darth Vader und ihr werdet dein Vater und er hatte die Chops-Nummer nicht. So, ich würd schnell sagen. Sag's nix. Ich bin Darth Vader und hab die... Was würd ich immer sagen? Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Warum? Du bist Luke Skywalker, du tötest Kinder. Er tötet Kinder. Luke Skywalker. So, wie man jetzt einen Atmos... Ach Quatsch, einen Star Wars Fight. Star Wars Fight? Ja. Aber ich kann... Ronny, nimm keinen Star-Tuppel, die treffen nix. Okay. Ich weiß. Ich wähle Yoda. Und du? Oh, das ist schwer. Ich wähle mich in Star Wars nicht aus. Das ist so fair. Aha. Dann musst du den Shirt wechseln. Was? Welche Karte hast du? Santa, ich kann dich nicht hören. Du sprichst leise. Zeit für ein Duell. War das nicht das Falsche? Der hat nicht mal versucht. Zieh mal ne Karte. Das war der schwarze Peter. Du bist verloren. Du musst dein Shirt ausziehen. Wie harte Peter schwarz? Ich stelle mich lieber auf diese Seite. Nein. Doch. Sieh das pink aus. Nein, da ist ein blauer drauf. Wie ist das? Ja, das ist der blaue Peter. Doppelloser. Das heißt, die Hose muss auch weg. Was? Was? Ne. Ausziehen. Nein, ich kann mein mega geile Shirt nicht ausziehen. Los, ausziehen. Ausziehen. Lass ihm wenigstens die Hose, sonst ist er nackern. Hey, was geht? Egal, schau ich mal den Buller. Ey, warte, ich bin ab. Ich fahr auf gleich mit dem Tienab. So weit ziehen wir noch nicht. Aus Prinzip, den Gang. Die Fände muss jemand klären wegen der Fals. So. Was müsst ihr gerne? Warte, warte, die machen ein Dance Battle. Du musst kurz überlegen. Machen wir jetzt ein Dance Battle? Dance Battle? Ja? Zeig mir dein krassester Dance. Ja? Das sah gar nicht gut aus für Rot. Wow. Nein, das war es doch nicht. Ey, Pinard, ich geh noch 10.000. Von wem? Von einem Typen da oben. Der hat gesagt, wenn du traust... Holländer, hier geht grad was ganz anderes ab. Weißt du schon? Bist du bereit? Die packen sich gleich hier. Ey, musst du hier pinkeln oder was? Dann jetzt los. Du bist schei. Oh, er macht den Flipper. Pinsel, er macht den Flipper. Sei bloß vorsichtig. Wir waren nicht auf dem Dach. Darauf bin ich schnell vorbereitet. Die Hände spät. Denk dran, was sonst was ich dir beigebracht habe. Komm, ich nicht. Pinsel, jetzt musst du ihm nachleben. Tja, unsere Sicht hat was anderes gemacht. Okay, pass auf. Oha, was er gesagt hat über deine Mutter. Ja. Oh, Mann. Meine Mutter steht nicht mehr vor. Nee, wir waren auf dem Dach. Ja, meine Mutter steht nicht mehr vor. Nee, wir waren auf dem Dach. Sieht das Schild aus. Er ist ein Mann von Welt. Du bist den, den ich nie wieder aus dem Kopf kriege. Da hast du ihn aber eingeschüchtert, du. Du hast verloren. Ja, das muss ich tatsächlich sagen. Das kann ich nicht. Ja, das muss ich tatsächlich sagen. Das kann ich nicht. Dann musst du abzufolgen. Ich bin dafür, dass der Olaf gewonnen hat. Als Hausprinzip. Ja, Alisha, Alisha, komm her, komm her. Er hat das gesagt. Aber bei dir ist das jetzt Rockenübung? Und Sophia, ich lieb euch. Los, du musst dich schon. Ich auch. Chrissy, you never want to lose you. Ich kann noch was besseres. Waschen? Ah, der GDL. Wow. Hat einer Rose bei Knudeln? Du bist doch bescheuert. Achtung, Robby, auch auf. Die ist ja immer ganz fix. Los, Pinsel. Ey, Olaf, was geht? Das kann ich. Du kennst den Songtext. Du kennst ihn. Du weißt doch, du lieb deinen Traum. Ja. Ich mach Backup. Ich mach die Antlips. Was hättest du von dem anderen? Was? Monster Ranger? Weißt du von was? Okay, warte. Wir machen jetzt ein Duett. Oh, okay. Du singt er jetzt wieder Monster Ranger, ja. Lächerlich. Ja, aber das muss ein Lied sein, was ich kenne. Was? Das muss ein Lied sein, was ich kenne. Das muss ein Lied sein, was ich kenne. Ein Liedschen, ja. Ja, ich weiß. High five. Also, ich kann dir zehn kleine Fische empfehlen. Oh. 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 Okay. Sind wir hier sicher eigentlich? Ah, klar. Nicht wirklich. Nein. Okay. Was meinst du, warum wir hinter dir stehen und ich vor dir? Okay. Ähm. Ich sag dir jetzt ein Lied. Ja. Ja. Du wirst noch viel erleben. Du musst diesen Test bestehen. Oh. Ich sag dir jetzt schön aus, du hast es nicht verdient. Oh. Oh. Aber was soll ich denn dann anziehen, wenn ich kein rosa tragen soll? Das ist pink! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab Angst! Das pink und rosa ist doch alles... Ist hier mal hinter Ronny in Deckung. Warum? Vielleicht explodiert das Auto alle in Deckung. Ist das Auto? Da ist es! Ich geh nicht mehr raus! Da hinten was brennt! Ha du es mal mit Pusten! Wo ist Hans, wenn man ihn braucht zum raufwinkeln? Ja guck und weiter! Mit Feuerlöscher! Hat sich ausgebrannt! Meine Wendel ist voll! Ich könnt sie dir geben! Kannst du raus schmeißen! Ne das explodiert! Das ist Kuhdünger! Was ist das Pinser? Hast du geklaut? Jetzt ist ich... dann um? Oh oh! Dann geh ich lieber weg! Hier ist er weg! Wo? Ich? Ja! Hallo! Oh! Warum ich? Keine Ahnung! Dann lass mich überlegen! Die denken alle du bist sicher, aber du bist ein Loser! Du kennst immer Digimon! Ja! Du kennst kein Digimon! Ach mal, seid ihr Zwillinge? Ne! Das ist mein Fanboy! Ja das ist Olaf! Ohne Schlafanzugel! Ohne Schneemann! Ohne Schneemann! Ohne Schneemann! Ohne Schneemann! Der hasste Freund von Kalle! Ja! Aufi! Etnisch! Ich hab's nur Malch verloren! Bei dir auch! Jetzt kann man nur noch mit reiner Brutalität klären! Ja komm hin aufs Schlachtfeld! Machst ihr alle weg! Komm! Ach du Scheiße! Zeit für ein Duell! Was? Jetzt gehen sie sich prügeln? Ja! Also ich sag mal so, von dir aus hat man eine gute Aussicht dabei! Ich hab eigentlich... Ich hab das Gebüsch! Ich guck Richtung Autos und warne euch, wenn's scheiße wird! Okay! Digga, das ist doch viel zu interessant! Los Pinsel! Wie ich dir gezeigt hab! Im Schlafzimmer! Huah! Bamm, 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 bamm! Im Schlafzimmer? Ähm... Im Park! Im Schlafzimmer auf der Mitte! Man kann sich doch wohl mal versprechen! Hey, Rotti! Bumsi weg! Mach ich fertig! Wie im Schlafzimmer? War nicht so gemeint! Oh Gott! Wenn ihr sagt, das habt ihr gemacht, damit ihr euch nicht wehtut! Ist ja auch interessanter! Jetzt geht's los! Ob den Fahrern eigentlich klar ist, dass ihnen niemand mehr zuguckt, sondern alle da rüber? Ihnen müssen ihn stärken! Okay! Los, Digga! Aber wie ist das da unten? Hey, Rotti, mal! Mal, mal, Rotti! Das ist da unten ist interessanter! Okay! Pensel! Mit 66 Kilo! Auf 2,30 Meter! In der rechten Ecke! Olaf der Kupierer! Mit 1,20 und 160 Kilo! Olaf der Kupierer! Auf 3 geht's los! 1! 2! 3! Ding, 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 ding! Verboxen! Ich will Blut nehmen! Ohne Weiß und Haare bringen! Bist du bereit? Taker! Was lief der dir vor? Er will dir deine Strecke wegnehmen! Hinter dir! Warte mal, Auto! Pass auf, Olaf! Finsel ist ein Berglöwe! Fack keinen ein! Hoi! Hab dich gebumst! Hehehehe! Hehehehe! Oh! Finsel kann kämpfen! Der Kampf der Ronnys! Ich hau dich nieder, du Sammel! Was? Ich glaube, wir müssen unseren Sohn auf jeden Fall noch mal kämpfen! Bam! Bam! Nochmal! Bam! So, Ronny, jetzt ne Taschenlampe raus! Mach ich fertig! Ach, keine Taschenlampe! Ohne Laserschwert! Wie sie jetzt alle hier runter gucken! Simon, oh Gott! Keine Taschenlampe raus! Du darfst Pinsel! Auf geht's, Pinsel! Da liegst du, Lucha! Da liegst du! Und jetzt alle aufgeräumt! Da hat der Kopierer seine Rollen verloren! Oh! 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 Super Pinsel! Super gemacht! Gib mal ein Fall, Bro! So! Bam! Bam! Du bist ein Tier, Junge! Danke! Halb Fall! Ich trau mich nicht mehr zu viel fähig! Bam! Ja! Ja! Ronny, willst du gleich auch umgeboxt werden? Olaf, war das gut? Du machst uns Arbeit! Die Rechnung geht auf dich! Olaf? Nein! Du hast ihn umgeboxt, Ronny! Die Rechnung zahl eh! Lüge! Ich ging nur um, weil ich kann nicht wichtig ist! Einmal einen Schritt zur Seite! Der kommt auf die Wand der Schande! Einmal bitte alle zur Seite! Super Pinsel! Super! Ronny? Super Pinsel! Super! Das ist der erste Fall! 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 Das tut der auch weh! Du kennst ja seine Moves! Du kannst ja seine Gedanken nicht lesen! Und der ganz große hier wahrscheinlich auch, ne? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Wir darf jetzt nie wieder pink und rosa anziehen! Ne, und die Leuchteschuhe sind auch aus sie! Auch! Das ist egal! Das ist orange! Orange ist hässlich! Orange ist Lachsfarben! Das ist ein Beinchen gegen die noch ne Bombe geben! Weißt du? Ja! Damit du weißt, wo sind Platte! Das nächste Mal nicht prügeln, ne? Easy! Guck, der hat noch Flapp! Brauchst du was, Ronny? Ich echt? Das kannst du nicht tun! Der Arme, der war ja nett! Ich kriege ihn hier runterkommen! Danke! Ne, ich brauchte jetzt hässlich nix! Mag ich! Er hat hässlich gepackt! Ich glaube, das ist nicht eine Farbe! Er darf die Farbe nicht tragen! Ja, gut! Ach, wer sagt das? Na, Ronny! Du bekommst jetzt von mir den Darstein, dass du die Farbe tragen darfst! Was? Was? Schatz mal auf, leh! Du befindest dich jetzt nicht mehr in deinem Rahmen, deiner Möglichkeiten! Ronny, ich habe mir jetzt den Darstein gegeben! Er darf das Shirt tragen! Ja, schreib mal den Darstein! Oh, ist das der Darstein? Oh, was? Oh, was? Dann schreib ich eben den neuen Darstein! Das ist mir egal! Du bist dich da nicht ein! Du hast gar nicht zu meinen, wer bist du? Genau, du bist ein Arzt! Ich bin Lucifer Thanatos! Guten Tag! Oh, bleib! Wo kommst du denn hier aus Diablo 3? Lucifer Thanatos! Olaf, komm, wir gehen! Komm und bin mit, Olaf! Komm! Olaf! Pst! Wir müssen nicht wieder in Stille! Olaf Schwarz, komm jetzt! Komm mit uns, Olaf! Wir gehen jetzt! Wir gehen jetzt! Na! Welchen Rahmen bist du? Hast du dir nicht gegeben, Ronny? Hast du da? Oh! Ha, ha! Hab gekämpft! Hat er nicht! Volle Schwächling! Ja, weiß ich! Ach, alles gut! Gut! Ich geh mal zu schmied, ne? Hast du noch ne Rechnung? Ne, alles ist gut! Ok! Deine Mama hat geklagt! Ich weiß! Wo ist denn eigentlich der Willi? Ach, sag mal Ronny! Der Willi ist auf der Insel! Wie sieht's eigentlich aus mit dem verschrotten Taxi? Auf der Insel! Ja, dann machen wir die Orte! Habe ich nichts für den Mut! Ok! Das... Cap 04? Ja, weiß ich nicht! Ich wurde verfolgt von Gangsters! Ich vermisse meinen Willi! Ich hab das Überwachungsvideo gesehen! Ich hab das Überwachungsvideo gesehen! Ich gebe euch in den Augen, Pinser! Ja, aber ich wurde verfolgt! Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der gewinnt! Äh, Finciana! Dankeschön für den Prime-Verbund! Herzlich willkommen und kühlt dich da an! Sauber! Der Pinser! Der Pinser! Dann kein schlechter Hund! Ja? Ja! Oh mein Gott! Ja, der ist tot! Dann liegt die Hirn! Der ist tot! Ja! hast du den umfang nicht gesehen ich habe mich hingeguckt für mitfahren wir können ja mal kämpfen da wünschen kommen der typ der angst hat verfasst noch so geil hey du deinem voll und schiebt dann alleine da ja die hat angst das ist dazu und schon wieder zu ihm nicht dabei wirst du mein frau so gut in die frau lassen kann ich bin hübsch Deine Lunge hat Löcher. Ja, ich weiß. Du bist bald tot. Ja, ich glaub auch. Ich glaub, du bist nur früher tot wie ich. Das kommt drauf. Darauf jetzt mal eine Zähre. Ui. 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 Lecker. Ah, ist das eklig. Ja. Als würdest du Pudding gurgeln. Gehst du damit aus? Nee. Doch. Guck mal, der quimt schon. Der brennt gleich. Hoffentlich. Tote sind. Oha. Ui. Der ist weg. Ah, der fährt mal weiter. Guck mal, die machen wieder Tag Teams. Voll und fair. Ich versteh mal noch nicht, wie man da raus sein kann. Oh mein Gott. Ich hab auf euch gebettet, King. Gewinn. Ob der Kai-Uwe Streunau mitfährt? Es war doch dieser Rentenfahrer. Rentenfahrer, ja. Md7 E-Sports war sein Team. Oh, oh. Oh, der explodiert gleich. Hoffentlich. Ein bisschen witzig wär' er schon. Ihr Sack, ich bin auch sozial. Warum? Die wissen, was für ein Risiko die eingehen. Ich bin da auch immer mitgefahren. Hier hab ich Autofahren gelernt. Mit meinem Flughafen. Flughafen. Oh, es brennt. Ui. Aufhörer. Meinen. Fui... Fui... Fui. Fui... Fui... in meiner stimme ich bin im stimmbruch mühste sieben ich hätte leider müde das ist echt ein guter pfeuermann aber wenn es ein bisschen dünn und bisschen laut ja die leute stellen ihre sound seine mp leider die wissen das wahrscheinlich nicht dass man die auch leiser machen kann da kommen noch 17 runden oder was also wirklich kein scheiß kein scheiß warum steht pinsel allein da du hast trotzdem gut gekämpft dankeschön lof nicht weg du Arsch was machst du hier? nein sie wissen was im buch steht und der recruit fragte oder nein ich habe ich verlesen der rekrut sagte heute bist du glücklich schlafen wer ist peanut ich mein besser freund das taxi was du gebracht hast das ist im übrigen auch schon längst fertig müsste auch noch bezahlt werden 03 mit dem unfall ja genau in harmonie wie teuer ist das kann ich jetzt gerade nicht sagen moment ich schau mal in den dokumenten ich bin aber auch ehrlich gesagt antwort sprülle antwort sprülle ich habe die doch erschienen von dem einen aus dem kies der mischt hat auch nur 6.000 sind das muss ich das zahlen ist halt nicht habe peter ich habe den hause peter ist unser chef ich habe den hause peter ist aber das steht auch dass jeder taxifahrer selbst sein muss ich rufe den chef an also ist ja leider ähnlich ist das so kann ich das hier zahlen mit karte ich bin nicht im dienst müsstest du ich wollte eben ein auto und die verlegen lassen wollte so machen ja dann würde ich sagen kommst du morgen einfach runter nicht mehr heute ich weiß nicht ob heute noch einer da ist ich kann sie sind spitzen klasse die brauchen 20 minuten um fang zu zeigen du musst aber auch bedenken dass wir jetzt da sind auch noch relativ neu da sind dass wir es noch uns arbeiten ein aber ja ich komme doch immer zu euch krieg steuze fünf prozent rabatt ist das nicht der olaf warte mal guck mal immer noch so provokant aus ja super duper dann komm ich dann versuche ich heute abend oder morgen und dann zahlst du dann meine branche 6.000 dollar hey hallo hast du eine sekunde wie ja ja 6.000 dollar teurer ist die taxifahrt eben ne ne ok aber nicht mich verkloppen hm was will der von mir die alte frage stellen äh morgen ist der party ne ja auf der insel ja ich hab die nummer von der juri nicht von herrn juri ja 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 nein das macht nicht herrn juri da musst du ah man im cube irgendwie zwei vier so zwei vier so im cube die verkaufen die tickets 150.000 ich will kein ticket kaufen ich will äh der juri fragen ob er ne ehrengast von der janki park so mitnimmt da musst du den fragen ja ich hab die nummer nicht hm ja 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 ich kann die nicht ich konnte immer anrufen ja kannst du den mal fragen sagst du ne fräge von der janki plus eins ne fräge von der janki plus eins ja 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 auf die guten alten zeiten ne fräge von der janki plus eins ne fräge von der janki plus eins ja 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 oder ob wir uns karten kaufen müssen er geht nicht dran der hund nein sag das nicht zum herrn juri das ist unser vermieter ja ja sonst hätte ich pinsel und mich hätte sie mir raum auf die schnauze holen können ich hab dir gesehen wie du boxt der hat gerade den ula verkluppt der wird nicht trauen pinsel ich hab dir gesehen wie du boxt bei uns in der halle und ich hatte schon grad ein bisschen Angst bei uns in der halle ja ja ich hatte auch Angst ich hab echt gedacht du verlierst ja ich auch das war der erste feind den ich gewonnen habe jemals aber das war der wichtigste also ich glaube das war der wichtigste von ever es ging um deine ronnigkeit ob wir uns umziehen sollen der hat dir die nachgemacht die ronnigkeit achso und hast du für mich geboxt hennest ja der hättest für dich geboxt ja 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 dich ja nächstes mal merk ich mir ja 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 okay gut mein freund der pinsel ist der stärkste habe ich gelernt von meinem Erdnuss ja rechts, links, rechts, links und dann von rechts oha 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 da staunt ihr ne oha ihr Fucker-Masser richtig fucker-Masser mach nochmal ne jetzt bin ich auf dem Fuß hat lauchert das ist schon reisende Dach aber wenn ich fragen dann habe ich mal nie so viel gelacht äh na wann was wie wo was hast du gelacht ich sagte bevor ich hier im Stab gekommen bin habe ich noch nie so viel gelacht wie ihr hier zweite, zwei jetzt liegt der Harry hallo und einem die witzig sind ich habe einen Bauchnabel ich habe einen Ding und Pümmel das stimmt nicht ich habe eine Inkontinenz wenn wir schon mal dabei sind ei 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 eine gute Besserung, ne ich guck mich das weiter an langweilig was ist langweiler, was ach ja, da oben ist ja ein Crash-Derby ist mir gar nicht aufgefallen warum hast du eine Knarre auf dem Stirn tätowiert lange Geschichte ich war mal kriminell nein, der hat er hat er auch, gut ach, du hast auch eine Knarre auf dem Stirn, oder wat? ist das ein Schnapper? ne, das ist ein AK bist du ein Verbrecher? nein, ich bin doch kein Verbrecher es gibt doch keine Verbrecher hier jawohl, es gibt voll viele Asoziale bedeutet ich Asozial doch Kriminelle sind Asozial würde ich nicht so sehen und schon so oft überfallen ich habe mich aus meinem Takti gezogen und mir ins Gesicht gehauen sowas würde ich nicht in der Öffentlichkeit sagen ach, die Straße ist ganz schön gefährlich ich habe gute Freunde das ist gut das ist ein Onkel Dieter ach, meinst du den Käpt'n Iglo? nein, Onkel Dieter hab mal ein bisschen Rezepte er ist doch der Assi-Tief Moment, ihr meint Fischer, oder was? Dieter Fischer ich hab den eigentlich immer also ich hab den recht freundlich kennengelernt der hat mir auch Trinkgeld gegeben Miau ich hab letztens ich hab letztens seine Frau Frau Iglo genannt die hat voll darüber gelacht und die Frau genau, Frau Fischer hab ich danach noch kennengelernt wie ist die Nummer von der Cube? von wem? von der Cube hat sich keine Türe anrufen also, ja, also wie gesagt den Herrn Fischer den hab ich nicht als nett empfunden also als ich das erste Mal kennengelernt hatte hatte er einen ziemlichen Stock im Arsch von wem? ja, höhere Gehaltsklasse Moment oh Mann oh ne Scheiße was geht ab? ah, Türe was geht? du arbeitest doch bei diesem Disco-Cube, ne? ja und ihr macht das doch mit dem Party, ne? ja und wo muss man anrufen wenn man ein Ticket kaufen will? bei mir bei dir? ja und wenn ich jemanden hole für ein Ticket kriege ich dann Provision? wie viel hast du denn? ein glaube ich und zwei ein und die bezahlen auch? ja, die müssen doch im Forest bezahlen und nicht äh, ja das müssen wir morgen vom Flug abwickeln weil wir schon drüben sind darf ich deine Nummer weitergeben? kannst du gerne machen, ja okay, dann rufen die dich ab und dann äh ich bin vielleicht morgen auch da am Arbeiten dann gibst du mir einen kleinen Kalprinja aus oder so ein was? Kalprinja ja sicher, klar oder ein Sex on the Wich oder ein Fist on the Wich oder ne türkische Mülle Milch ja ok ich geb deine Nummer dann weiter alles klar danke dir tschüss Tukowski ciao ich sag nur Shepard der ist das schlimm? ja das kannst du bei Maltur machen ich darf deine Nummer weitergeben ok hast du Stift und Zettel? ich hab auch ein Handy achso du bist so eine Scheiße hast du zu? immer 3 mal die 5 7 3 8 4 2 0 3 Gesundheit ich wette der hat das ich wette der hat das und jetzt nochmal bitte langsam der ist schlau der hat die Kuh von 160 7 3 8 4 2 0 3 was? sag nochmal 7 3 8 4 2 0 3 ja ist richtig du hast das der ist super intelligenter Typ ok ist der Kikai mal noch drin? da kannst du was ich weiß wie viel er drin ist aber ich krieg nen Kalb drin ja nein ich meine im Rennen da ist doch auch mal Crash der wieder bei ich hab keine Ahnung ob der noch dabei ist ey burrito müssten wir mal so lange drauf auf die Polizei schauen ja gut so wie sie hätte was schaust du so rein? ey fass da was platzt da? hier ist es keine Fahrt ich krieg Auerkostig ich glaub ich genau oben hier ist es ich glaub ich kann nicht fahren meine müde Oma hier ist es nirgendwo sicher soll ich dich nach Hause fahren? ja wenn ihr das nicht zuhause macht nö sollt ihr schlafen gehen? ja ich ich nicht aber oben als schuft im Pinsel rein aber seid ihr morgen dann da auf der Insel? Pinsel ich fahr kurz hier oben mal nach Hause oh ok wartest du hier oder kommst du mit? ich bin hier ich will wieder herkommen ok bis gleich komm ich will wieder her bis gleich bin am Parkplatz ja war klar ok dann bis gleich ja hey du dein Freund dein Freund macht ein romansisches Wochenende für euch ne? ha Spoiler Alert yes gute Nacht Cap-Mi-Glo ja bei den ersten zwei Mal ist das der mit den Fischstäbchen? beim ersten zwei Mal was zugucken cool hier geht halt was ab ne das hab ich hier ja das ist der Cap-N-Balloon toll kannst du noch Haschi schüttern? na klar na klar du bist die Kutz-Soma die ich mein Leben kennengelernt hab ja ja es macht nicht aus was mach dich aus? dass ich cool bin dass ich cool bin du bist cool guck mal den neue Bugatti wo? vom Summer Jump und ich mich da reinsetzt komm ich nie wieder raus ich kann nicht so lange hier immer bleiben das ganze Auto knallen und die Leute reden so viel und sind immer laut und das tut den Kopf schmerzen aua im Kopf das tut den Kopf schmerzen aua ja ja das ist zu viel Input in mein Hirn ja ja das ist anstrengend ja genau wie dem Berg hier hochlaufen ja hast du gehört da war ein Koyote nee Hauptsache kein Berg Löwe ich hab ne Pistole bei ich werd wieder schießen das ist gut ich hab ne Kartenschaufel aber die hab ich nicht dabei okay und Pinsel ist wieder Autos aufbrechen ich werd aber was schönes finden das ist ein langen Finger, das ist ein Dieb Dieb, Dieb Du bist ziemlich Du bist ganz langsam okay eben grad weißt du schnell oh warte so jetzt müssten wir gleich schnell sein hey das wär ein Soundtrack für diese Gang bum 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 also ich wollt grad fragen für welche Gang aber dann hab ich's verstanden rechts pushen ui ui rechts pushen Breitchen verteilen vom hohen Dach bum 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 das sollte ich verkaufen Andi ich sollte nen Trick machen und das Andi verkaufen ja für 170 Millionen oi das ist viel Geld ich werd noch Millionär, irgendwann werd ich Millionär und dann, ich mein du hast ja jetzt schon ein schickes Auto und schicke Frau und schickes Haus dann würd ich mir die Teilhaberschaft von unserem Zuhause kaufen ein Teil davon und dann würd ich den Garten verschönern und den Teich von Hashish bisschen schöner machen ja und ich würd mir nen Premium-Kartenbürgerladen kaufen, dass ich nie wieder zahlen muss ui wie viel kostet die denn? ich weiß gar nicht ob es sowas ist ich muss mal nachfragen komm von der Straße runter warum? oh was ist das für ein süßes Auto wir haben doch grün oh welches Auto? das hier das rot-weiße hier vorne das da hinten meinst du? ja weiß ich nicht das ist komm wir gucken mal ich find die Stimme gar nicht so schlimm auf jeden Fall nicht so schlimm, dass das wehtut im Ohr oh oh das ist sogar ein Viersitzer der hört sich an wie ne Oma Bernd oh das ist oh weiß nicht das ist auf jeden Fall ein Oldtimer Junge du schmeißt meiner Schwester keine Küsschen zu weiß nicht wie das heißt wisst ihr wie das Auto heißt? Bernd? ich weiß wie das heißt wie denn? Alejandro fährt das wie heißt das? ähm warte ich hab einen Schlüssel davon ist das von deinem Kumpel das Auto? ja ne ne stimmt doch nein nicht das aber der hat dasselbe Auto sicher? hatte das nicht damals auch irgendwie Bernd oder so genannt? Autochin und irgendwas anderes danke ihm sein Auto hieß Caro oder so genau Caro Pequeño hat er gesagt wie? Caro Pequeño Caro Pequeño heißt das Oma ich hab's alleine rausgefunden nein so heißt das Auto nicht so wie es hat Nummernschild ach so übersetzt kleines Auto ok ich fahr die Oma nach Hause ok ich weiß wie das Auto heißt willst du mitkommen oder bleibst du hier? ähm wolltest du nicht nochmal kommen? ja ich komm dann wieder wenn du hier wartest oder ich komm mit und du fährst mit dem Auto hoch oder? äh 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 was ist das denn? na du wolltest das Auto mal fahren oder? dein Auto ja stimmt dann fahr ich mit dann komm mit deinem Auto hinterher dann fahren wir mit deinem hoch ja da muss ich kein Sprit ausgeben super duper egal ja ihr lacht ihr seid doch Multimillionärer ich bin nur ein armen Takti ne tatsächlich nur Millionär du tanzt da ne Stange du verdienst 100 Millionen am Abend ja ne ich würd auch gern mal ne Stange tanzen so das kriegen wir bestimmt nochmal irgendwie hin hua und dann boxe ich die Prostata bam 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 ja ich will jetzt wissen wie das Auto heißt ich find's sehr auswürdig Oma ja ich will das haben das ist cool vor allen Dingen ist das in 4 Sitze dann kann ich euch immer noch äh die stehen bleiben ähm ich weiß wo du's kaufen kannst Wie, Mann? Ich weiß es. Ja, boah. Was hast du für ein Problem? Was ist mit dem Schlagsahnenanfall? Ja. Das geht dich gar nichts an, wir haben einen Schwestern. Wenn Sandy... Wo? Wenn Sandy schaut von wir gestern waren. Weine, wir fahren da vorbei. Wir waren im Paleto. Ach so. Das Auto gibt es in Sandy und das hier ist... Hier ist... Was ist dieses Mercedes-Benz? Booyakascha. Hast du meinen Nacken geküsst? Nö. Du solltest schon dich dahin setzen, wo du das Lenkrad ist. Oh. Der mag dich, Opa. Irgendwann klatsche ich dir mal eine. Er mag dich einfach. So, ich dich soll. Atch. Wenn dir das unangenehm ist, solltest du das bei der Polizeiabend sein. Nein. Obwohl, dann kriege ich Geld oder so. Ach, die kümmern sich doch wie nichts. Ja, dann ist es ja auch egal. Oh, wie heißt denn jetzt das beschissene Auto? Oh Mann, das wird mir doch voll gut stehen. Findest du? Ja, oder nicht? Weiß nicht. Ich sehe dich gerne in so einem Zentono. Nee. Schlaf gut, Federle. Komm, ich soll nie wieder raus. Bum, 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 bum. Komm, wir singen das. Wie nennt man das denn? Im Duett. Ja, du fängst an. Bum, 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 bum. Omi? Ja? Du riechst aus dem Mund nach Mottenkugel. Nee. Doch. Du riechst in einem alter Kleiderschrank. Kann sein, dass das der Hut ist, aber doch nicht mein Mund. Nein, das bist du. Nein, ich putze mir immer die Zähnchen. Ja. Vielleicht solltest du deine dritten in meine Waschmaschine schmeißen. Oh, dann geht die Hammer kaputt. Die waren teuer. Ich hab Hunger. Dann ist was. Ja. Ja. War so schön, so schön zu fahren. So schön ruhig. Ja, ja. Oh, das böse Schild. Das böse Schild. Genau, du bist ein Wiggly Ass. Du darfst keine Kraftausdrücke benutzen. Natürlich darf ich das. Oh, warte, Ronny ruft an. Ja, wir wollten zum Auto rufen. Ja, bitte, Ronny. Ja. Das lass ich mir nicht. Wie teuer ist das? Oh, ja. Da muss ich mal gucken, dass ich mir das kaufe. Alles klar, danke dir, Ronny. Ja. Destiny heißt das Auto und das kostet 15.000. Oder 50.000. Eins von beiden. Noch seitdem ich mich verhört habe. Ich denke ja 15.000. Oh, das wäre ja mal ein Schnapper. Hast du denn so viel Geld? Ja, ich müsste, glaube ich, so 30.000 haben. Boah. Glaube ich. Du bist reich, ne? Nee, das ist doch nicht viel Geld. Doch, 30.000 Dollar. Na, du hast doch vorhin viel mehr gemacht mit deinem Trinkgeld. Ja, ich bin doch ein Betrüger. Hätte ich 10 Dollar, würde ich mich selbstständig machen. Lugo betrugen. Was? Lugo betrugen. Ja, Lugo betrugen. Ui. Was ist denn das hier, rechts? Das ist, äh, Kriegers Tauchschule. Oh. An dem Fluss? Ja. Der hat da 15 Monitore hängen. Ui. Aber der hat nie auf. Jo. Der hat wahrscheinlich genug Geld. Muss ich nicht mehr aufmachen. Kommt, du pinseln jetzt her? Weiß ich nicht. Oh, wieder Autos zu kratzen. Gar kein Bock. Soll ich dich nach oben fahren? Ich. Ich kann zu Fuß gehen. Sterb! Nein, heute nicht. Okay, Umi, dann. Schlaf gut. Ach so, sehen wir uns morgen. Sagen wir überhaupt, wenn wir zum Arbeiten auf Insel gehen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt hingehen. Ich dachte, ihr arbeitet da morgen. Ja, aber den Herrn Juri hat nichts bestätigt. Ach so? Ja, dann vielleicht bis morgen. Oder auch nicht, ne? Okay. Schlaf gut, ihr beiden. Tschüss, Umi. Ich park kurz, Insel. Ja. Na, Mama. Ah! Ich gehe kurz pipi machen. Ja. Ich gehe in deine Ecke. Ah, mein Lieblingsbaum. Bin kurz im Klo was trinken. Oh, deswegen ist der Baum so groß. Okay. Nein. Okay. Nein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das würde ich genau gleich machen. Guck du mir mal hier nach Hause, Junge. Und? Was? Was hast du? Warte mal, warum bist du so verschwitzt? Und was hast du im Pool ausgemacht? Ich hab' geguckt, wo die Oma schläft. Hä? Ich hab' nur geguckt. Oh. Und wo schläft die? In der Mitte. Warum haust du den immer auf den Arsch, hä? Hm. Äh, keine Ahnung. Du bist krank. Nee. Du wirst auf einmal zum Schläger. Du flirtest mit der Oma. Ja. Haust dir auf den Arsch. Ja, weil sonst keiner macht's. Sonst stirbt die einsam. Die arme Frau. Der hatte schon zwei Ehemänner. Ich will ja nicht, Emil, San. Was? Ja, ich hab' kein Wort verstanden. Das ist okay. Hab' genuschelt. Haha, ja. So, die Möhre soll ich mal fahren? Äh, ja. Den Schlüssel? Nee, du musst... Steck rein. Also, den Schlüssel. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Krass. Oh, aber gute Lenkung. Also, das Tor. Alter. Oh, ich glaub, Pins, ich glaub, das ist verboten. Okay, warte, ich muss schnell mal fahren. Boah, das hat ja nen Grip. Jep. Mega geil. Alter. Siehst du? Ich hab' gesagt, das Auto passt zu dir. Das ist ein perfektes Pinselauto. Hast du recht, ja. Ja. Alter. Was hat denn das für nen Grip? Das wäre wie ein Formel 1 Auto. Ich bin's noch nie eins gefahren, aber ich kann mir vorstellen, dass das genauso ist. Das rutscht ja überhaupt nicht. Nee, das ist mega. Pinsel, sollen wir ne Welttab schließen? Was? Wir schließen ne Welttab, okay? Waschen? Ich hab' Linosandos noch nie einen gesehen, der damit rumfährt. Ich geb' dem Ganzen eine Woche. Ein Monat. Ein Monat und die Dinger fahren hier rum und machen Cloudenjobs. 100 pro. Das Ding. Ein Monat. Guck mal. Ich muss nicht mal bremsen. Oh. Oh mein Gott. Aber ich hätt' du da mal gebremst. Hält dich mal. Ich wollte aber austesten. Das ist gut. Das ist ja wie Kleber auf dem Boden. Ja. Du bist ganz so von dem Grenzenzetter. Willkommen im Club. Oh, genug. Ich brauch' sowas. Tagsam. Das rutscht null. Das kann auch gar nicht rutschen. Das rutscht einfach nicht. Nee. Das ist eins der krassesten Autos, wo ich vier gesehen hab. Und es ist schnell. Aber zwei Sitzern nur. Ja. Und ich kann mir vorstellen, so ein Jugular mit solchen Reifen geht noch mehr ab. Eins. Wär ein Jugular ist besser? Oh ja. Weißt das? Ja. Noch besser? Ja. Ich dachte, schwerer. Also, ich... Das wird doch schneller, oder nicht? Das ist doch ein Jugular. Mein, Jugular ist das schnellste Viertüre-Auto, so haben die gesagt. Oh mein Lieben. Oh Gott. Machen Reifen so viel aus? Ja. Nicht? Ja, natürlich. Ich hab doch keine Ahnung. Das dürfte auch hier gar nicht möglich sein. So von der Bauweise her. Ja, das stimmt. Ich glaub, das sollte man dem Dieter petzen. Meinst du? Nein, besser nicht. Das kriegst du Ärger. Du. Muss das keiner wissen. Du darfst auch keinen. Wenn sie fragen, sag ich... Ich hab das Auto noch nie hier gesehen, und wer ist denn das Auto schon gefahren, außer der eine komische Vogel von vorne hin und ich jetzt? Weiß doch keiner, dass es so geil ist. Weißt du? Das ist wie eine Bär-Trap. Das ist halt eine Trap jetzt. Ja, ich muss nur irgendwo parken. Einen Monat, sagst du? Einen Monat, ja. Okay. Dann fahren die Jugulus damit rum. Ich glaub, auch einen Monat in der Nachricht, dann haben sie alle. Vielleicht nicht das, außer Betrugungs. Oh, der Reifen, ja. Ja. Warte mal. Ich hab ne Idee, ne? Weiß denn? Du wusstest... Du musstest das noch tiefer legen. Aber komm, man kann nicht mehr die Bordsteine hoch. Komischerweise hab ich in dem Magazin, weil... Ein bisschen für Autos interessier ich mich auch. Ja? Ich kenne mich heute wirklich gar nicht aus. Wenn denn auch... Was ist denn hier? Und das? Mal gucken, ob sie auf ist. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Warte, einen Moment. Oh. Ne, danke, brauch ich nicht. Haben Sie einen Autopanel? Ne, ich hab keinen Autopanel. Ich hab den nur geparkt. Danke dir. Kein Problem. Das ist merkwürdig. Weißt du, das Auto, ne? Ja. Als wir bei Bomben waren. Welches? Das hier? Das gerade, was da stand. Ach so, ja. Als wir beim Bomben waren, kamen doch die zwei Kriminellen mit dem Auto. Mit gleichem Auto wieder. Wann ist die Russen, meinst du? Hat der sich Russisch angehört? Er nicht. Nee. Hier ist der Neune drüber. Mach jetzt erst noch mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist es schwer? Nee, ist super gut. Ist super gut. Mach dir keine Sau nicht. Man kann mittlerweile echt gut fahren. Ja, ich weiß es. Also, ich seh das. Oh Gott, wir sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Ding ist halt, du fährst um die Kurve und du rutschst nicht. Okay. Cool, dann sind wir beide Transcenter. Dann melde ich mir was drauf ein. Das ist hier, das Pinsel-Tuning. Was ist das denn? Die Hupe. Ach so, ich bin mit meinem Bauch gegengekommen. Was ist denn für eine Hupe? Keine Ahnung. Das nervt schon ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Aber das muss nerven. Ja. Ich finde es gut, wenn es nervt. Boah, wir müssten es noch tiefer legen. So wie mal zur Werkstatt. Okay. Wo, warte, welche? Ja, so die Tank die Werkstatt. Und dann? Die sollen das mal tiefer legen. Und weißt du, wie teuer das ist? Ich glaube, es kostet 3000. Pass auf, versuch das so zu klaren. Ich bin ein aufmerksamer Beobachter. Oh, hier geht irgendwo was ab. Versuch mal, es zu erklären. Mach dich, hörst du nicht diese reden? Doch. Ufer dich auf. Halt aus. Ne, das ist doch hinter. Über uns. Links. Über uns. Waren über die Brücke, oder? Jetzt ist links. Guck mal aus dem Fenster, ne? Mhm. Und dann guck dir mal den Hinternreifen an. Guckst du? Ja. Und wenn wir über so einen Huckel fahren. Siehst du? Ja. Das habe ich schon noch vorgewartet. Dann, wenn wir über diesen Huckel fahren. Ja. Dann fühlt sich das an, als würde das Auto schneller werden. Stehst du? Und wenn du ihn tiefer legst, fährst du quasi die ganze Zeit über den Huckel. Und dann geht's richtig ab. Und dann geht's richtig ab. Meins? Okay, weißt du, wann wir machen das? Kann man den Huckel helfen? Guck mal, innen drin. Geht nicht. Also vorne. Ich meine, den Affen da vorne. Ja, das ist der Huckel-Loop. Ja, der heißt Huckel-Loop. Lass mal zu tun davon. Okay. Geht sie gerade ausfüllen, musst du? Wo? Trieb mal um. Komm. Dann. Äh, jetzt links. Da durch. Das ist ein Zaun. Nein, das ist ein Tor. Okay, und dann? Hier ist illegales Treffen ganz oft. Hier, und jetzt pass auf. Ja. Und langsam. Bin noch lang. Da links, jetzt drin, das ist ein Schneemann. Boah, den kannte ich ja noch gar nicht. Also wirklich nicht. Boah, super. Ja, hoho. Oh. Cool. Alter, du bist eine Möhre. Wir nennen ihn Flair. Okay. Du verstehst du mit nicht. Nein. Ne, das ist doch so Zeitpädagoge. Ich höre nur Kinderlieder. Blöd, Mann. Oh, wer hat das denn gerufen? Muss ja denn von draußen gewesen sein. Oh, du kannst doch gedampft schiffen. Du kannst doch mit dem Auto. Was? Was? Was heißt, was Höhen? Ich liebe das Gründer. Da, 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 da. Ja, das liebe ich. Gas. Das kannst du machen, wenn du, du fährst und so weit du in den zweiten Gang schaltest, muss durch die Bremse treten, damit er Gas geben. Dann beschleunigst du auch noch mal besser. Boah, ich geh mich echt gut los. Und dabei hab ich meinen Führerschein nur für den Flughafen. Okay. Das sind doch hier auch Töner, oder? Weiß nicht. Wenn wir die fragen, ob die tun? Oh, frag mal. Aber ich hab Angst. Oh, geil. Mit dem Auto brauch ich keine Angst haben. Wir stehen im Kreis, wir wollen nicht schlönen. Die haben nicht schlimm. Oh. Das sind für das Regen. Du kannst super gut damit um Kurven fahren. Ja, und es ist ein saukooles Auto. Das passt perfekt zu dir. Das ist der Pinsel-Tuning-Spezial. Ja, aber ich bin jetzt fast bankrott. Warum? Du hast so viel Geld gehabt. Na gut, ich hab noch viel, aber egal. Weißt du, wie viel das gekostet hat? Bestimmt 200. 105. Ich hab gedealt. 105. Für das Schöne. Hast du auch den Turbel, Alter? Ja? Ach, ne. Nicht hier. Eben, wir müssen dir Geld noch zahlen für die Taxis. Keine Lust. Ach, ja, stimmt. Warte, ich ruf bei den Berge-Werzen-Club an. Wir haben eine coole Nummer. 710. Hallo? Assalamualaikum, hier ist Abo Peanut. Oh, Peanut, was geht? Bruder, das Auto. Was du für ein Pinsel gemacht hast. Äh, wie lange bist du heute noch da? Was? Was? Mit wem redest du? Mit mir. Wer ist deine Familie, Mirana? Okay, Frau. Hallo? Manchmal ist er ein anderer Mensch, oder? Mit wem redest du? Mit dir. Ich bin ein Telefonpünsel. Wo oben? Bei der Werkstatt? Nein, ich fahr grad mit der Karre rum. Ja, was ist damit? Das Ding ist ein Formel-1-Auto, Alter. Ja, das ist doch geil. Wir wollen das tiefer legen. Ihr wollt das tiefer legen? Ja, wegen dem Huckel. Also, komm, also, komm. Wir brauchen mehr Speed. Also, kommt ihr hoch, ja? Ja. Aber sag deinem Jungs schon mal, wenn Berglöwe kommen, dann knatter ich. Ja, also, ich weiß nicht Bescheid. Bis gleich. Okay, bis gleich. Leg du auf. Ja. Oh, Herr Frischkopf ruft an. Oh, oh. Hallo? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ja, ja, ich wollte dir mein Auto zeigen. Geht nicht. Wir haben ein neues Auto. Déjà-vu. Jo. Boah, zeigt sich so gut. Oh mein Gott. Nein, ich überlege. Wir fahren durch die Stadt. Okay, sag dann Bescheid. Bye. Sag dem. Sag dem. Ja? Sag dem. Twinkie will mit seiner Mama rin. Ja, halt schon auf. Okay. Hat gesagt, er ruft gleich wieder an. Déjà-vu. Erledigt noch was. Ich glaube, guck mal, wie schnell das insgesamt fährt, hier auf Autobahn. Okay. Das fährt auf jeden Fall schon 120 mph mit Huckel. Huckelu. Oh, oh. So 100, 810 ungefähr. Geht nun weg hoch. Eigentlich fährt es 112. Nein, es fährt 112, wenn du Bodenwellen hast. Es fährt 110, 111. 111. 111. Okay. Ist halt schnell. Ja. Und was fährt ein Jogela? Jogela? 120 vielleicht. Ist halt viel Unterschied. Ja. Mein Taxi fährt auch 105, das ist halt, passt halt gleich, oder? Ja, passt. Es kommt aber nicht auf die Endgeschwindigkeit ab, sondern auf die Beschleunigung. Und wie du mit dem Auto fahren kannst. Ja. Und das ist das beste Auto, was ich je gefallen habe. Also, ich bin in meinem Leben erst drei Autos gefahren. Taxi, meins und das hier. Das ist das Beste. Okay. Aber du denkst, ein Jogela wäre noch besser, aber der ist schwerer zu lenken, oder? Nee, der ist schwer zu sagen. Also, ohne die Reifen wäre der Jogela besser zu lenken, glaube ich. Und du meinst echt, mit den Reifen und dem Jogela ist der noch besser? Weiß ich nicht. Ach, den an, müsste man gucken. So viel Einung habe ich hier oben nicht. Kauf mir Jogela. Nee. Nee, und scherz. Was soll ich? Willi hat einen. Ja, dann testen wir das bei Willi sein Auto. Ja. Hier ist doch gut kein, oder? Oh mein Gott. Hey, hier ist keiner. Ruf du mal an. Sie meint 9. Wir sind jetzt durchgespielt. Oh, besetzt. Ist besetzt. Boah, die Stifel am Löff. Ist schon schmackhaft. Boah. Boah. Kann ich mir eine Kippe anziehen und dann? Boah. Oh Gott, der Reifen bleibt es gleich. Nein, Quatsch. Der kann nicht. Ich bleibe das Hartgummi. Ach so. Übrigens, hinter uns. Ja. Da gibst du den Destiny für die Oma zu kaufen. Wir können dir den schenken. Sollen wir? 15.000 kostet er. Okay, ich gebe 3.000 dabei. Okay, ich zwei. E noch zehn. Wir fragen Willi. Haben wir so einen Schnickers? Mit Sauchbeißen. Ja, gemein. Ja, gemein. Ist kein mein Essen nicht. Ach komm. Warum? Mach auf. Na? Mach auf. Na? Mach auf. Oh. Ha ha. Ich hab auch eins. Herr Gipschel, mir schlippt es ab. Nein. Warum? Ich muss telefonieren. Hallo, Fischkopf. Hallo? Hallo? Was ist? Hau rein, Ronny. Mach auf. Und Tobi liebt dich. Dankeschön für den Plan. Wir sind bei... Wo sind wir überhaupt? In Harmony. In Harmony. Ja, Mann, süß ist besser. Tschüss, der Kusch hat mir einen Snickers gegeben. Tschüss, Emelika, schlaf gut. Tschüss, tschüss. Wir warten hier auf dich. Bis dann. Nein. Wollen wir abhauen? Ich schulde ihm 70.000 Dollar. Ihr komm weg hier. Nee, ich sag, Twinkie will mir seine Mama kriegen. Ich hab Twinkie das gestern gebeichtet. Und? Die wollte mich verlassen. Echt? Ist er wieder zurück wie ein Bumerang? Mhm. Gott sei Dank. Aber die will jetzt all mein Geld haben. Und die will mit Bischofs Mama reden. Okay. Dann müssen wir... Wir... Wir lassen es nicht zur Sprache kommen, okay? Nö, ich sag dem, dass Twinkie mit seiner Mama reden will. Boah, was ist denn hier wohl? Ich ruf mal nochmal an. Geht keiner dran. Ja, ich hatte ja... Kopf weh. Zahn weh. Zahn weh. Äh, äh. Äh, äh. Oh. Wer ist denn nur das im Dienst? Und die stehen dann dran im Kreis. So. Warte, du kriegst von mir... Hier. Oh, danke. Aber ich muss das Schloss wechseln. Warum? Die einen Typen sind da mit gefahren. Wer? Ja. Die wollten ein Auto testen, aber vielleicht haben die... Kann die eben den Schloss wechseln machen. Ja, deswegen. Sonst klauen die noch. Ja. Ja, ja, sollt ihr halt die Klappe. Hat der doch grad schon gesagt, kaufen wir. 15.000 ist halt echt nix. Und dann kriegst du schon wieder Ärger von Twinkie. Das... Aber ganz ehrlich, das Auto ohne vorne, diese komischen Lichter, komplett in Schwarz, mit den Reifen, mit einem besseren Spoiler, weil der trägt auch zum Handling dabei bei GTA. Das Fahrverhalten ist besser dann. Da wird die Karre echt gut aussehen, mit schwarzen Fenstern noch. Dr. Bizzle, vielen lieben Dank für den Prime Sub in 1.20. Okay, let's go. Dankeschön. Und nur Alpino macht immer. Eule. Und Kölsch. Mehr Overfinder. Was ist... Schaut, ich hab keine Ahnung von Autos. Was ist Overfinder? Kann man so eine Hupe einbauen lassen? Das ist nervig zu ruhig. Wir fahren woanders hin. Wir fahren... Aber Fisch... Oh Gott, der Fisch... Achso, der kommt daher. Wir können gar nicht woanders hinfahren. Weil... Warum? Die lassen dann das Auto da. Und ich glaube, da ist echt nicht mehr viel Platz zum Tieferlegen. Der wollte das ja vorher tieferlegen. Wir werden richtige Tuner. Frag mal, wo er ungefähr ist. Ich wollte damals auch Tuner werden. Ich hab da ein Praktikum gemacht beim Tuning. Er hat gesagt, ich soll die Halle feilen. Ich will erzählen. Ich wollte nur sagen, ich hab ein Praktikum gemacht. Du hast das zweite Motto. Und wir brauchen niemanden außer uns. Wir sind die bestesten Freunde. Oh mein Gott. Komm, ich brauch ein bisschen Liebe. Twinkie haut mich. Willst du sie dir leihen? Nein. 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 Nein, deine... Leichte Gebrauchspur. Du ekliger... Du ekliger... Du bist so eine... Ich hasse dich so sehr. Warum? Ich hasse dich gar nicht. Das ist geil. Der Fisch kommt nicht dran. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. In meinem ganzen Leben hasse ich ihn. Hm. Oh, was ist denn das hier für ein Knopf? Oh, ist das eine Duftkerze? Zum Glück fällt... Oh, ich hab eine voll gute Idee. Wir können noch mehr tun. Oh nein. Keine gute Idee. Nein. Das hat keiner gesehen. Nicht ganz gut. Oh mein Gott. Ui. Alles gut. Weißt du, was ich glaube, Pinsel? Was denn? Das Ding fällt auch richtig gut im Offroad. Und tut's auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Brr. 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 Meinst du? Oh, tut's doch. Rutscht der nicht? Ohne Profil? Der hat doch Seitenprofil. Nö, Fütz. Ist gut. Okay, wenn du sagst. Ist ein bisschen huckelig. Aber geht. Ne, ist doch nicht so geeignet. Ist eher Straßenauto. Ja, ich glaube auch. Das ist ruckelig. Gucklu. Geht bestimmt nicht an. Guckst du mal First Dates? Was? Was guck ich? First. Nix. Oh, er geht ran. Was ist denn First Dates? Ach, das ist, ähm. Das ist wie wenn du Verdachtsfälle guckst. Also, es ist ja all. Ne, Pfeffisch, guckst du First Dates? Reiß mit Thun. Guckst du sowas? Okay, wo bist du? Das ist mir scheißegal, weil der will, wo du bist. Oh, okay, du bist gleich da. Der soll auf den Thunaparkplatz kommen. Komm auf den Thunaparkplatz. Neben der Werkstatt. Neben der Werkplatz. Ne, neben dran. Ach, du willst uns finden? Wir haben das geile Auto. Komm. Ja. Toll, jetzt hast du abgeschlossen. Licht auf ist. Oh. Dann schließt wir an. Auf. Immer noch raus. Chicken-Käse-Croissant. Boah, ich finde Licht da vorne so geil. Was ist deine Lieblings-Süßigkeit? Als allerliebstes. Ja. Chips. Chips. Ich mag Chips nicht. Echt nicht? Nee. Ich mag keine Schokolade. Manchmal halt auch nicht so. Manchmal krieg ich von Schokolade-Sanschmerzen. Meine Lieblings-Süßigkeit. Dann solltest du mal die Löcher aufstupfen in deinen Zahn. Oh. Ich mag Kekse. Welche? Choco-Kekse. Die Kekse von Zapp. Für die Macadamia White Chocolate Nut. Oh ja, das passt. Hi, Bishop. Hey, was geht? Meine Frau will mit deiner Mama quatschen. Ich meine, warum? Wegen den Spielschulden. Ja, wie sieht es denn da eigentlich aus? Die wollte sich von mir trennen. Die hat mir gestern mein ganzes Geld weggenommen. Hey, du hast doch Spielschulden. Ja. Ich darf aber kein Glücksspiel machen. Ja, aber hast du ja gemacht. Hast du schon mal was Geld für von Ehrenschulden? Kannst du mal endlich mal zum Auto sagen? Ja, ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich finde die Reifen super. Ja. Das fängt doch super. Ja. In einem Monat wird hier jeder so mit rumfahren. Glaub mal. Ich habe ein Auto, was genauso aussieht. Aber nicht mit dem Reifen. Doch. Das kann nicht sein. Pinn war der Erste. Nein. Du lügig. Wer ist du denn mit dem? Mit dem grünen? Den hast du auch schon gesehen. Der hatte nicht so Reifen. Kommen wir jetzt zum Parkplatz. Pack ich dir aus. Instant. Hast du heute fertig gemacht? Hast geluschert, du lügig. Wo denn geluschert? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Genau wo. Ja, wo denn das? Ja, ja. Du weißt, was ich meine. Ja. Mit deiner riesen Antenne in deinen Rucksack. Überall, überall. Könnte ich schwöre, ein Vögelchen hat mir das gestern geswitchert. Hast du dein Auto auch tiefer gelegt? Ja. Und? Fährt gut? Fährt gut, ja. Ja. Fährt gut, sehr gut. Wir müssen aufpassen, hier gibt es Berglöwen. Ja, wie sieht es denn da jetzt aus mit den Schulden? Ja, morgen. Ja, morgen. Twinkie hat mein Geld. Was ist mit dir? Wir brauchen die Waffe weg. Wir brauchen die für den Berglöwen. Die sind doch nur auf dem Tinder-Feld. Nee, die sind doch hier. Ich habe hier gestern einen, musste ich drauf schießen. Hast du drauf geschossen? Ja. Welche Leute sind gekommen und haben Ärger gemacht? Alle Werkstätten haben alle. Ja, hab ich. Schieß doch auf das. Wer ist hier? Warum habe ich mir das so gedacht? Ja, weil die doof sind. Am Tinder-Feld ist mir das gleiche passiert. Kam direkt an. Wie kann denn das sein, dass du dich anschießt? Ey, wisst ihr was? Ah, nein. Ich habe heute zwei Waffen geklaut. Und der Pinsel hat jemanden verprügelt, den Olaf. Ja, ich habe einen Fight gewonnen. One on one. Ich darf kein Glücksspiel mehr machen, Bishop. Pina, das ist doch alles gut. Du musst mir das nicht zahlen. Aber das sind Ehrenschulden. Ja, du. Ich denke, wir müssen mit deiner Mama reden. Ja, kann. Mit der würde ich auch gerne mal reden. Kennst du die nicht? Ja, doch. Aber das letzte Mal, wo sie getroffen war, war sie auf dem Spielplatz mit der Kiste Astra. Astra? Ja. Nicht mit der Impfung. Was ist Astra? Ja, so ein Bier. Ah. Und eine Wodka-Flasche. Deine Mama war auf dem Kinderspielplatz mit einer Wodka-Flasche. Ja. Hat die wenigstens geteilt? Ja, mit klein Kevin hat sie geteilt. In gewarner Flasche, der kleine Junge. Heißt jetzt weiter bei Hans-Peter und nicht Kevin. Deshalb hat er so eine rote Nase. Und hat immer einen Hickel-Schlick. Der hat immer einen Standard-Pegel. Er hat einen Klatsch, wenn ich den sehe. Oh Gott. Pass auf, der will dein Auto klauen. Und da ist eh nichts drin. Nein, du musst mir... Oh. Ne, ich will dann das. Finky macht, der redet mit dir. Und ich kriege auch... Die schimpft auch mit dir. Ich darf kein Glücksspiel machen. Weißt du, wie viele auf mich zukamen und gesagt haben... Nein, wir würfeln jetzt nicht. Ich habe keinen Würfel dabei, glaube ich. Doch, habe ich. Keine mal leiden. Ja. Hast du was zu essen für mich? Ja. Ja. Ich habe was zu essen. Ja. Ich darf das Wort nicht mehr sagen. Ich hole dir das Sprite und ein bisschen lean. Ich habe eine Muffin. Hast du das Wort nicht sagen? Ich habe ein paar Ohrringe, die kannst du haben. Oh. Jetzt rieche ich mir rein. Ja. Was denn? Eltern, schau dir die Ohren zu. Willst du einen Cock? Wann darf ich wieder zuhören? Jetzt. Nein, will ich nicht. Was willst du nicht? Ich bin ein Cock. Was? Sag ich nicht. Du hast ja auch eine Frau. Du bist mit Schlumpfine zusammen. Ja. Warum? Wie ist die das eigentlich schon wieder? Weil die mir das erzählt hat. Ach, die erzählt das aber auch jeden. Und ich hatte eine Töne, warum ich sie? Die hat mir sogar hier ein Knutschfleck gezeigt am Bauchnabel. Auch wenn es nur der am Bauchnabel war, dann geht das ja. Den anderen habe ich auch gesehen. Sag mal, ihr solltet mir was zu essen geben und nicht einen Styroporbecher. Ich habe dir Ohrringe gegeben. Ach, herrsch. Ja. Ich brauche was zu trinken, ja. Trinken? Willst du ein Tinkerbäckchen? Ich habe nur einen Becher. Willst du ein Tinkerbäckchen? Was ist das denn? Ja, ein Tinkerbäckchen. Du musst aber fünf Dollar zahlen. An den? Trinkt das? Nein, hier. Tinkerbäckchen. Das hat ja für einen Geschmack. Was ist denn da drin? Wie kannst du reden und trinken? Das ist nicht möglich. Ich habe das in den Styroporbecher gepackt. Aha, warum hebst du dann das bis zum Mund? Ja. Du bist auch einer so, der in Dokumente guckt und einfach steht, ne? Ja, richtig. Statt sein Handy zu zücken. Alten Kika, du. Die Gedanken sind frei. Ich gucke mal kurz in mein Dokument. Ja, sieht man. Irgendwie sind alle bei diesem Crash-Durby-Fight. Oh fuck, habe ich ja voll vergessen. Das ist ja heute. Ja, morgen wird ja noch schlimmer. Seid ihr morgen eigentlich drüben auf der Insel da? Bist du morgen auf der Insel? Nee. Warum nicht? Absolut nein. Doch, bist du wohl, ne? Ey, das ist, ich glaube, ich habe keinen Bock drauf. Eigentlich wollten wir ja die Party planen mit denen, mit Cube zusammen. Aber da hat ja die Oberzicke von der Ollen da gesagt, nee, mache ich selber, ich will das Geld. Welche Oberzicke? Ja, diese Shirin. Shirin David, die von YouTube? Ja, ja, diese Plastik-Olle. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob Pinsel da hinten drauf. Hast du Hausverbot, Pinsel? Das Ding ist halt, Pinsel klaut. Und ich glaube, Herrn Juri gefällt das gar nicht. Pinsel klaut? Ja. Hätten wir ihn nicht geordnet. Dein Patron ist sauberst und Schwanz. Deshalb klaut er immer. Hast du schon wieder was, was man ordnen hat? Ja, wollt ihr noch die Position wechseln? Ja, frag ich mich. Aber hier kann man so trauen oder was? War nicht schritten. Jetzt macht vernünftig einen Kreis. Oh mein Gott. Ein perfekter Kreis, hallo. Ein Oval? Nein, Kreis. Du weißt nicht, was ein Oval ist. Ich dachte, mein Buch. Ja? Die haben dich ausgelacht im Buch. Ich dachte, das ist Englisch. Du jetzt siehst ja nur Kinder, ist nicht schlimm. Oh mein Gott. Hol dir doch ein Boot und dann schippert ihr rüber. Was für ein Boot? Wie, was für ein Boot? Hol dir Holz. Ein paar Bretter besorgen. Nagel dir was zusammen und dann schipperst du rüber. Ach, genau. Ein Ding, was ein Nagel ist, ist deine Frau Schnecke. Mhm. Die Dampfdruckkammer. Drei Sekunden. Und Spielstopp. Erster. Warum haben wir uns getroffen? Ja, weil ich mir das Auto angucken wollte, aber... Du guckst mir, du Spargo. Ach, halt die Fresse. Ey, das sagt man nicht. Das ist schon mir. Er hat den Mund. Ey, sag, was spickst du? Ist das dein Ernst? Der hat Boomerang-Handschellen. Mach die ab, du... Bleib stehen. Ich guck in seine Hose rein. Bleib ja stehen. Guck mal, was er am Ball hat. Nur gucken. Boah. Was ist denn das hier für eine Flasche? Der hat Würfel. Du hast wohl einen Würfel dabei. Ja, hab ich schon gesagt. Ich hab doch... Ich zahl's halt vorbei, interessiert die gar nicht. Ja. Ist ja auch nicht ihr Ding. Haben sie ja nichts von. Das ist ja nur Scheiße. Ja, da ist ja auch nichts drin. Jetzt mach mich mal wieder frei. Krieg ich Gicht? Was seinst du? Oh. Oh. Bonny, hörst du jetzt mal auf, bitte? Du darfst nicht wegrennen. Du musst dein Leben schützen. Ja. Ich hab mir noch was zu tun. Hör auf, wegzurennen. Ich guck nur gerade in deine Hose. Ja. Guck mir halt in die Hose. Ich helfe. Jetzt mach ihn frei. Gleich, gleich, gleich. Ja, warum soll ich denn nicht beim Crash werden? Du. Wir waren doch schon. Und du, Klaus, unsere... Die Jobs klau ich nicht. Hilfe. Die interessieren sich wieder nicht dafür. Nö, auch nicht mal beim Hilferuf. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl 10-10. Was ist denn jetzt schon wieder? Wow. Oh, oh. Ui, ui. Was ist dein Lieblingsauto? Wiss ich. Lass es jetzt. Mach mich frei. Beweisfotos. Das kommt ins Bundesmedizin. Oh. Kannst du jetzt mal die Dinger hier abmachen, bitte? Mach's ab, Hänsel. Oh Gott. Mach's ab. Was hab ich in meiner Hand? Das war dein Glühwürmchen. Das war mein Glühwürmchen. Das war mein Glühwürmchen. Das war mein Glühwürmchen. Das war mein Glühwürmchen. Komm mal. Ich mach dich frei. Heiaaa. Danke. Ich dachte grad schlägt mir bei Mario in 2. Bamm, 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 bamm. Spinnest du aber? Moment, hilf. Ey, warum seid ihr nicht beim Crash-Turby? Wir waren doch schon, das war's. Geht da nicht irgendwas? Hallo, Jörg. Wer ist denn jetzt Jörg? Dann hat er schon wieder neue Freunde. Ach. Ja, Willi. Geht da nicht ran? Ja. Achso. Dann weiß ich nicht. Der Willi hat kein Handy. Der ist auf der Insel. Ah, der ist auf der Insel. Der hat kein Telefon. Den erreichst du nicht. Komm mal. Dieses scheiß Handy. Ich muss immer dran rütteln, ey. Okay. Alles bestens. Ja. Ich wünsch dir noch was. Bye. Er kann sie erwarten. Genau. Genau. So, was habt ihr jetzt noch vor? Weiß nicht. Geht nix, oder? Was hatten wir noch mal vor, Pinsel? Eigentlich wollten wir das Auto tiefer liegen lassen. Aber die Leute von Siemens 9 sind nicht hierher hingekommen. Von Siemens 9? Das ist die Nummer von deren Leitstelle. Achso. Oh, da ist jemand da. Der geht doch zu unserer Werkstatt. Ja, die brauchen immer 20 Minuten, um den Felgensatz zu ändern. Ja, und lackieren brauchen die nur fünf. Ja. Wir fahren auch direkt wieder raus. Ähm. Superlackiermaschine. Wir wollten zu euch kommen. Ja. Macht ihr den Laden dann auch auf, wenn man in einer halben Stunde vor der Tür steht? Peter da? Okay. Also es kann sein, dass wir morgen da arbeiten. Ach, jetzt sind auf einmal welche vor uns, son? Aber Herr Junge. Wer ist hier direkt eine Schelle vorbei? Ich verhersen das darüber. Auf, das sind Gangster. Ich verhersen eigentlich die Party, die das entwickelt. Weiß ich nicht. Ich gefunden 1000 Dollar. Wir müssen direkt reinfahren. Okay, komm mal, liebe Schuppe. Ja, direkt drin. Ui. Los, Eoni, Druck auf Tube. Fahr einfach rein, oder? Ne, wenn da Kunden sind, nicht. Ein Loch, nein, die verklappen nicht. Ja, dann packen wir vor. Doch, der hat die Nacht, der ich gesagt habe, dass ich in einen haue. Pinsel, du hast eine Motorhaube verloren. Die haben wir abgeschraubt, damit wir weniger Gewicht haben. Das ist ein wenig ein bisschen dran. Nein, da sind doch andere Leute schon. Ich mach da nicht mit. Äh, äh, kurze Frage. Äh, kurze Frage. Du steck mich hier in ne Busch. Ich dachte, ihr seid dran. Wo sind die Kiker? Ja. Die, weiß ich nicht. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Die haben Ampo schlossen. Ah. Danke. Aufhängung oder Rennlackierung nicht? Okay. Alright. Es gibt immer solche Leute. Na, liebe Trügervereine. Hallo. Hallo Frau Schnecke. Ja? Ich geh mal eben ums Eck kurz. Ich muss meine Crocs ölen und pullern. Ja. Okay. Was musst du? Pullern? Nee, zeig mal. Komm mit. Die willst du haben? Mal gucken, wie du pullerst. Okay. Das war's. Hi. Hallo. Äh, Luftdruckkugel 3. Was? Das ist aber ein schickes Auto. Ja. Ach, bei den Hupen. Äh. Hup, 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 hup. Hup, hup. Hup, hup. Luftdruckkupe 3, sagst du? Fortlaufend oder nicht fortlaufend? Okay. So, das war's, ne? Ey, mein No Man. Hä? Mein No Man. Ist noch drin. Ist drin mit jetzt hier. Name? No Man. Äh, Faporkatalog. Äh, genau. Jetzt hab ich's so langsam. Okay. Wird hier wieder gezünd? Äh. Äh, kein Zeichen. Ich arbeite nicht für den chinesischen Markt. Das ist D3. Ja. D-R-O-1-T. Detroit. Ich schreib's irgendwie. Ist mir scheißegal. Ich schreib's einfach irgendwie. Scheiß drauf. Das ist meine Schuldegang. Könnt's auch schreiben. Schnauze. Haha. 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 Du wurdest grad hops genommen. Mal nochmal. Was denn? Hüben. Hup, hup. So, das sind dann einmal 26.000. Nenn die V8. Hey, deine Dienste werden gefordert. Du kriegst eine Rechnung. Okay. 26.000 Dollar. Zahl dir Steuern. Das ist aber richtig. Ja. Wir zahlen Steuern. Warte. Auch Einkommenssteuer. Was ist das? Mehrwertsteuer. Was ist das? So, machen wir kurz ein bisschen Platz. Ist das dann mehr wert? Ach doch gleich, dass ich dick bin. Das würde ich niemals sagen, Peanut. Digga, also Peanut, ne? Ihr habt wirklich elegant geparkt. Ja. Ja. Kannst du mal die Karre bitte da wegbewegen? Ja. Bitte. 100 Dollar. Überlege ich mir. Ich muss die Kalorien wieder reinholen, die ich da verbrauche, wenn ich da hinlaufe. Ja, überlege ich mir. Komm, mach jetzt. Danke. Perfekt, Digga. Entschuldigung. Das war der Auspuff. Boah, wo sind die da? Kinder, du kannst direkt reinfahren, du brauchst gar nicht aussteigen. Was? Warum? Ja, fahr rein in die Karre jetzt. Ach so. Das ist nicht mein Auto. Ja, ja. Ist klar. Ich steh nicht auf Animes. Mhm. Animes? Naruto Shippuden. Ja, du willst die Bums Karre wirklich tiefer legen? Ja. Wir brauchen mehr Bodenwellen. Werfen Schlüssel oder Minion? Wir wollen durch die Lichtgeschwindigkeit gehen? Geil, nur viel weiter. Ich merk schon. Da. Ach so, ähm. Ähm. Ja? Warum? Passt das ja, dann können wir den Spiel später kurz mitnehmen. Okay, alles geil. Bis später. Bis später. Bis später. So, so tief hier geht. Hau rein, Kermit. Machen wir. Ja. Auf welchem Namen? Peanut einfach? Nee, das ist doch vom Pinsel das Auto. Aber du zahlst, ne? Nee, Pinsel zahlt. Ist der hier? Ja, der lässt Pipi machen. Okay. Kommt sofort wieder. Wie hieß der denn nochmal richtig? Ich kaufte dir mal ein T-Shirt. Wie hieß der nochmal? Der hat Honey Hops genommen. Peanut? Peanut? Sieh, Senor. Sag mal Pinsel, dir eine Pingelkarte. No Papa Wolde, no shitting in the yard. Was? Sag mal bitte Pinsel, dass ich kurz zur Casino muss. Hans-Peter will irgendwas. Oh, was geht? Bishop. Bishop? Bishop. Ja, wir stifft ihn vor fünf Minuten zu sehen. Ja. Ich weiß, ich wollte Schatz nehmen. Du stiftest mich immer zum Glücksspieler und du bist ein Dreck. Der will mal ein Glücksspiel machen. Willst du mit der Verlosung mitmachen? Kannst du einen Pauner hier wählen? Kannst du einen Pauner, als ob er im Werferfeld geht? Kannst du... Hallo, wo viel Geld erlienen? Der klaut mein Auto. Toll, und jetzt? Hier gehört der Kamera. Hier gehört der Kamera. Ja, dann fahr mal rein. Ja, dann fahr mal rein. Du musst das doch noch tun. Das ist schon fertig. Wie, du hast das jetzt in zwei Sekunden tiefer gelegt. Achso, nein. Ich... Ich hab gedacht, du meinst... Ich hab gedacht, du willst doch... Nein, ich leg das gleich tiefer, wenn ich alles fertig hab. Wenn ich jetzt da hinlaufe, und das ist tiefer gelegt, ne? Hm? Peanuts. Halt da dein Maul. Es lauf, Junge. Und hol Pinsel jetzt hier ran. Ja, das Lullo machen. Ah, diese Knallköpfe, dieses Zwei-Minuten-Tuning, Alter. Junge, Junge. Herr Nuri. Hallo, schöner Herr Nuri, gehst du bitte an dein Telefon. Bitte. Привет, Pinat. Aha, siehst du, ich hab gesungen, du gehst dran. Du hast gesungen? Ja, ich hab gesagt, hallo, bitte, Herr Nuri, gehst du bitte an dein Telefon. Bitte. Hier, hier. Hier bin ich. Ähm. Was würd ich sagen? Arbeiten wir morgen auch auf der Insel? Äh, ab wann werdet ihr denn verfügbar? Ab dann, wenn der Chef sagt, wir sollen antanzen. Ähm. Dann wäre gegen... Boah. So zwischen 19 und 20 Uhr am Flughafen unten. Ja, und was müssen wir machen? Äh, wir müssen, ähm, eins, zwei, drei, so weiß nicht, so vier, fünf, sechs Flugzeuge voll, müssen die Leute auf unserer Insel vom Flughafen zur Partylocation runterfahren. Ich kann, ich bin auch Pilot, ne? Du bist Pilot? Ja, lach nicht. Ich bin, ich bin auch Pilot. Ich bin in Arizona übers Feld geflogen. Auch mit einem riesen Flugzeug? Ja, klar. Mit einem Eilmotorer geschossen hat und mit einem anderen Flugzeug und ich kann alles bedienen. Ja, wir haben aber ein riesengroßes Flugzeug. Ja, das habe ich auch, das ist kein Problem. Okay. Die Knöpfe sind alle gleich, das sind nur andere Farben. Das ist... Ich hab... Ich zeige ihm meinen Fluglizenzführerschein. Äh, okay. Ja, ähm, eigentlich haben wir... Wir können mal demnächst mal gucken, ob du fliegen kannst und dann können wir darüber reden. Okay. Alles klar. Dann fahren wir Taxi dann, also... Ja, LKW. Ja, LKW mit dem, wo wir letztes Mal gefahren sind. Ja, genau, genau, genau. Ja, genau der. Okay, ist kein Problem. Müssen wir Verpflegung selbst mitbringen? Nein, nein, nein. Ist Vollverpflegung. Ihr braucht nichts mitbringen. Okay. Und Handy ist auch verboten. Ähm, ich kann euch... Warte, ihr seid Mitarbeiter. Also ihr arbeitet ja dann vom Prinzip... Ich kann euch dann eine SIM-Karte von unserer Insel geben, wenn ihr braucht. Ich hab ne neue Nummer, ne neue Nummer. Ja, okay. Zwischen 19 und 20 Uhr. Ja, richtig, genau. Ich kann euch noch nichts genaues sagen, aber ich werd mich melden. Sobald ich dann morgen eine genaue Uhrzeit habe. Aber irgendwo so im Dreh zwischen 19 und 20 Uhr. Und dann nur Twinkle und nicht lang und was mit Pinsel? Wenn der auch nichts klaut? Das Problem ist, wir haben bloß zwei Fahrzeuge zur Verfügung. Ja, wir können ja abwechseln. Wir müssen ja auch Pause machen. Ach, ich weiß halt nicht, ob er... Wenn ich hoch bin, dann verspreche, dass ich aufpasse. Ich frag morgen Slava mal und dann sag ich dir Bescheid. Okay. Alles klar. Dann bis morgen. Tschüss, Herr Nuri. Ja, tschüss. 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 Show auf, Disaster 9 und die 1. Dankeschön für den PoIM im fünfzehnten Monat. Wo ist Pinsel, der Arsch? Der darf dann nix klauen. Pinse cluster. Ja? Ich hab grad mit Herrn Nuri telefoniert. wegen der Job morgen. Wo ist mein Auto? Der steht da und das müssen dann bezahlt werden. Ich hab schon alles fertig gemacht. Wie kommst du das? weiß ich nicht müssen wir den gingst du ja guck mich an ja der frage der berät sich mit lava weil du mich ein langfinger bis und dann kannst du mal mitarbeiten vielleicht wo auf der insel ich hab ganz gefragt wie viel wir verdienen willst du da hin ja das doch eine riesen party wir müssen dann die gäste von a nach b fahren immer zum flugfeld zum party okay im großen okay und die party 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 noch zahlen du hast gesagt 3.000 dollar und immer abwand 18.000 13 was hältst du von 12,5 was hältst du von 15 15,5 warum nicht ich anbieten kann 17 16 16,5 16,5 16,5 komm komm entgegen 17 16,5 16,7 16,7 17 17 ich bin die gestern schon entgegen gekommen jetzt kommst du mir immer entgegen komm auf 17 nächstes mal komm ich dir wieder entgegen okay was war dir hier nimm nimm du betrüger ich danke warum kriegen wir kein prozent hier krieg dir doch deswegen ich sag ja das war jetzt wie viel prozent kriegen wir hier das war jetzt gerade 25 bei dem ding 15 prozent das ist ein löwe wo nicht schon wieder noch ne so ich kümmer mich gleich jetzt um die karren ihr könnt den in der stunde abholen oben genau warte habt ihr leihautos ne aktuell noch nicht ja super und jetzt stimme um ein auto hier müsst ihr ein taxi rufen leih uns eins von dir musst du ein taxi rufen wir sind Taxifacher wir sind nicht im dienst echt leih uns ein auto von dir ne hab ich nicht du hast dir auch meine nummer geliehen jetzt leih uns ein auto ich hab dir deine nummer nicht geliehen james ich hab mich einfach vielleicht mal ganz schnell zu senden die schoßen ne verrunsch mal tatsächlich brauchen die auch gerade nichts ich kann aber nicht blöd blöd ich mach kannst du irgendwas organisieren damit wir zuviel dir rumfahrt james hm das ist ne gute frage na gut dann laufe ich fliegs rüber wie lange dauert das huh der kommt nicht mehr wieder wie lange dauert das für'n auto ne stunde mit dem auto ne stunde wir holen das morgen ab ach ich hab ne idee wir holen das so'n ab ich hab ne idee mach das komm wir klauen uns so'n ab vom crashdurby von herrn jutta irgendjemand hat schlüsse bestimmt da steht doch der kicker der ist bestimmt gefallen komm naja kicker 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 hey was geht gib mal ein schlüssel für uns im arztbus äh äh du bist doch gefahren oder ich hab meinen schon abgegeben scheiße in dir was wollt ihr damit was wollt ihr damit hat ja das hier nochmal ähm tp3 ja wd ja ja da ist ja im auto was vergessen der braucht nur mein schlüssel bitte ich hab das im auto vergessen der braucht nur mein schlüssel wo ist er denn der knicker na hier ist er doch ja das schluss hast du gekriegt ne von mir auch 5k kann es behalten alles klar bis zu mich mal danke danke und von mir äh so 4 orange 1 zurück ja hast du den von hast du den von link schon wieder bekommen mhm nee irgendjemand sollte den geben äh es steht noch nur ein orange na hier und schlecht ich hab orange 4 und ich hab orange 1 orange 1 ja ich glaub der ist im vier drin was ist er da drin ich glaub der schlüssel im hanschupfach ja ja aber hier steht auch keine orangen mehr halt doch da und das gelbe das ist orange doch ist orange der hier ist orange das ist orange 1 aber da ist gelb warte mal und was soll hier drin sein der hat aber gesagt der tut im hanschupfach die lege du kriegst doch dein geld zurück ja das von link krieg ich auch zurück äh von wer ist link was ist link hast du deinen schlüssel schon abgegeben komm spring rein fahr 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 Hau ab, komm bitte, darauf tu mir. Der Polizei darf uns nicht anhalten. Ach Quatsch. Oh mein Gott, der brennt. Ja, easy. Ja, jetzt kommen wir, wo ist mein Auto? Wir können nach Hause fahren. Ja, dann los, mach mein Navi. Wir dürfen ein paar Schleichwege. Wegen der Polizei, die melden das bestimmt, dass du stuhlst. Oh mein Gott. Fahr mal hier grad aus? Weiß ich nicht. Ich bin nervös. Das war kriminell. Oder hast du den Schlüssel so bekommen? Ich hab gar keinen Schlüssel. Ach der. Das Auto war noch an. Und dann hab ich gesagt, wir sammeln die Schlüssel. Ja, ich glaub dir nicht. Dann stand ich die ganze Zeit beim Auto. Und dann hat er Sachen in den Kofferraum geräumt. Und währenddessen bin ich da reingesprungen. Warte, bleib gut stehen. Ich guck kurz da rein. Da ist bestimmt eine Uniform drin. Oh. Boah. Tasche? Hier ist eine Tasche drin. Und Motorradhelme. Ach man, alles nicht. Alles wegschmeißen. Hast du eine Taschepinsel? Das ist gemein, das sind die Rennklamotten. Ja, aber die sind durchgeschwitzt und die stinken. Lass dich hier liegen. Die Tasche nehmen wir mit. Warte, warst du in der Tasche? Nee. Na dann? Wähl die Polizei. Schieb alles auf dich dann. Okay. Okay. Spoon, vielen lieben Dank für 5 giftige Zapps. An San Matus. MH Part 10. Peter auf Rille. Hugo Castle und Gem 79. Danke. Au, du bist ein Aua. Oh mein Gott. Was ist mit dir? Gehtest du auf Crack? Ich wollte dich wieder wegrammen, weil ich dachte, das soll ich ein Crack-Stirby-Auto. Ich ruf den Kicker an. Warum? Wir haben ein Auto entwühlt. Wir wollen Lösegeld. Ja. Gute Idee. Der kennt dich dran. Ach. So zahlen wir jetzt dem Herr Jutta zurück, weil er uns abgezogen hat. Und er hat schon bescheiden, nachträglich. Ja, ich hab nix gesehen. Und hat sich ihn schuldig. Hat er nicht. Er hat mir ne Fresse geboxt und mich aus dem Leben getreten. In ihm? Ja. Und ich hab mit ner Hortsange zugrauben und Tröten verloren. Ja. Das ist feindlich eigentlich. Ja, die Kräfte, die können nur Cyborg sagen. Wohin eigentlich? Ja, nach Hause. Ja, ich hab... Wo sind wir? Auf dem Highway. Ja, hier war ich schon nie. Da liegt ein Baum. Wo? Da liegt ein Baum auf der Straße. Oh. Hast du Halluzinationen? Ja. 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 Ja, was stellen wir denn noch an? Ja, moin. Danke, guten Abend. Was stellen wir denn noch an? Hm? Weiß nicht. Heute war ziemlich ruhig und entspannt. Ich würde auch entspannt ins Bett gehen und nicht wieder wie gestern mit dem Kopf kaputt. Oder was sagst du dazu? Oh mein Gott, bist du bescheuert? Warum? Was für Probleme? Du wolltest entspannen. Ich dachte, ich war's nochmal dramatisch. Einfach fürs Feeling. Mhm. Fürs Tagebuch, ne? Ja. Oh Gott, ich kann das Ding nicht lenken. Weißt du, was wir mit dem Auto machen? Was? Jobraum. Nein. Ich mach das nicht. Okay. Sollen wir das verkaufen gehen? Das ist auch illegal, ne? Ähm, ja. Also ja, sollen wir. Nein. Oh. Lass nach Hause fahren. Ich mach nur ein bisschen Rasenmähen. Okay. Oder? Okay. Wie ist denn das? Fünf. Was für? Fünf. Das ist zwölf vor null. Oh, die kommen. Die holen uns. Die kommen und holen uns. Meinst du? Ich hab's doch eh nie gehört. Ja, dann verstecken wir das irgendwo im Wald. Ich lauf doch nicht nach Hause. Bist du bescheuert? Ah, aber ich mein... Ich hab einen Fall verpasst. Oh, die Tabu! Das war eins. Ja, also halb. Ach komm. Einmal wach ich nicht. Weiß nicht. Die werden das Auto niemals finden. Nee. Du fährst wie ein Betrunkener. Du fährst so hin. Das war kein Déjà vu. Das war eine Falter Mogauna. Doch. Wow. Was denn? Why do you even exist? Ja. Das ist ne berechtigte Frage. Weil sonst werden die ein Kinderscheißer so. Und meine Rente ist schlecht. Ich hab übrigens den Schlüssel von deinem Auto dem Tuner gegeben, ne? Hat er den noch? Ja, klar. Muss doch. Ja, okay. Okay. Wenn das denn hier... Hm. Was ist denn da los? Was ist denn da los? So werden also Autos geboren. So geht's. Oh Gott. Ähm. Oh, oh. Los. Los. Druck auf die Tube, Ernie. Ja. Ich versuch. Oh mein Gott. Anbremse. Ich glaub, wir haben ein Problem. Ja, das bringt auf jeden Fall was, das Licht auszumachen. So hast du 10 PS mehr. Ja. Der ist dann. Hahaha. Warte. Ah, ja. Na, das macht Sinn. Warte mal. Meinst du die sind offen? Probier. Weil die gebären. So wie der parkt, weiß der nicht wie mein Autos abschließt. Okay. Weißt du was wir hier letztens gefunden haben? Den Sinn des Lebens. Der verschwundene blaue Saphir von der Titanic. Also, ne. Hoxnick. Die Bundeslade. Wir haben hier letztens Autos abgeschickt. Und da hab ich, ich hab... Die 10 Gebote. Wir haben Polizeiklamotten gefunden. Von unserem Altvater und Herrgen Jesus Christus. Hallo, wir können uns zahlen als Poesisten. Was hast du gefunden? Und ich hab Polizeiklamotten. Ja, und meiner Größe auch? Nein. Wir sind nicht. Wie soll ich mich dann als Polizist fahren? Ich hab nur nen Schädel vorge... Oh mein Gott. Oh, ich mach die Augen so. Oh. Oh. Oh, easy. Kann ich wieder aufmachen? Ja. Oh. Hey, wir waren doch grad noch auf dem Berg. Ja. Park das hier eigentlich da. Nicht drinnen. Park das hier so... Voll der Wand. Das hätte ne Umfahr gebaut. Und wäre weggerannt damit. Okay. Nein, nicht auf dem Grund... Nein! Nein! Das gibt... Nein! Aber... Draußen! Sollen wir so nen Pool parken? Ja, komm! Echt? Aber mein Pink Cage. Okay? Okay, ich komm mit meinem Auto mit. Ja. Treffen soll. Ja. Das ist aber sehr gemein, ne? Das ist eigentlich sehr gemein, Pinsel. Was? Das ist sehr gemein. Aber egal. Ja. Muss ich Opfer geben. Ja. Und Herr Jutta ist doof. Köln, Dankeschön für den Giftet. An Köln. Habibi. Scheiße. Dem Fusch passiert nix. Ich find das EP so entspannend. Wir haben einfach den ganzen Tag was zu tun. Warte mal, will der das Auto jetzt in den Pool reinpfeffern? Ich weiß nicht ob das so cool ist. Hehehe. Hehehe. Ne, nicht. Pinsel! 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 Oh mein Gott. Pinsel! Die Gäste... Pinsel! Pinsel! Lass es auf dem Golfplatz verstecken. Das ist auch Wasser. Nee, nicht ins Wasser. Okay. Auf dem Golfplatz irgendwo. Wo ist sie? Oder nein! Ich hab bessere Idee! Ich hab... Komm mit! Wo hab ich denn das nochmal gesehen? Ah, ich weiß. Hm. Wie kommen wir denn jetzt da hin? Oh mein Gott. Pff. Hm. Ich weiß. Oh, falsch. Oh, falsch. Scheiße, ich weiß. Schnell, 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 das ist gefährlich. Wann lass noch mal? Ja. Wir verstecken es bei den Ninja Turtles. Oh, pass auf. Nächstes Mal kannst du mich vorwarten, das war knapp. Heilige Mutter. Pass auf, das ist ein Glückwunsch nicht so wie. Lass hier stehen einfach. Echt, dann die Treppen runterfahren? Pass auf, dass du dir nicht wehtust. Warte. Die Lücke in der Wand ist von dem Dings im Story-Modus, als sie den Jubiläer überfallen. Sei bloß vorsichtig. Oh, oh. Sei bloß vorsichtig. Sei auch vorsichtig. Oh mein Gott, Lowrider. Steig besser aus. Ja. Versuchst du es zu klettern. Wo bist du? Tänze. Au. Hast du dir wehgetan? Autschi. Muss ich Krankenwagen rufen? Hm, ist es hoch? Nö. Geht. Ich sehe nichts. Au. Aua. Läge den Marsch. Komm, fang raus. Die sollen gucken. Okay. Au. Kannst du das Auto runterschubsen? Nein, bist du bescheuert, aber ich meine auch du geburt. Okay, ich mach dann. Warte mal, was machst du? Wie machst du das so machen? Nein, du musst dagegen schuften. Oh Mann. Du musst schon dagegen schuften. Geh runter, du Arsch. Lass es so. Oh, es funktioniert. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Hast du dir nicht gerade wehgetan? Nö, seltsamerweise nicht. Oh. Komm, bevor der Sheriff kommt. Warte, ist ja schon. Du bist ein richtiger Hulligan. Ja. Ich bin auf den Rucksack gefallen. Hattest du Joghurt drinnen? Nö. Aber Essen. Ganz viel. Krankenhaus. Zum Abschäcken? Ja, besser. Ich bin auf mindestens zehn weichen Burger gelandet. Ja, egal. Abschäcken. Das ist halt das dumm, Eika. Guck deine. Oh, oh. Der ruf mich an. Sag, du weißt von nichts. Sag, das war dieser Olaf. Hallo? 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 Was ist mit dem? Ähm, okay. Ich hab kein Auto. Das war Olaf. Der Typ, der sich für mich ausgibt. Ich bin mit Erdnuss unterwegs. Ich bin... Das ist der vom Crash-Turby. Mit dem gelben Bart. Der hat auch rosa in Oberteile. Die sieht aus wie ich. Nee, ich hab's nicht. Bekomm ich ihn rein. Ja, ich hab Zeugen. Ich bin die ganze Zeit mit anderen unterwegs. Krankenhaus. Ich werd grad operiert. Eine Prostata. Ein... Nein, sag das nicht. Ja, ich bin gleich dran. Ja, ich... Die müssen mich abschäcken. Ja, ich bin ja gleich erst dran. Und zwar jetzt. Ich muss auflegen. Sorry. Hallo? Hallo? Komm so, Pfiffi. Zag uns ein Tanz. Los. Nee, nicht galoppieren. Der hat mal getanzt. Da. Nee. Ähm. Nö, 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 nö. Na schön. Ich kommen, wie sie tun. Der Pinsel ist hingefallen. Ja. Oh, hallo, Koffi. Und jetzt tut was weh? Ich bin am Rücken geblumpt. Oh mein Gott, das tut da rücken weh. Ja, alle, die waren gar nicht im Magazin drin. Wollt ihr einmal gleich den Ausweis? Oh, ja, okay, warte. Ronny Hobbs. Braucht ihr einen Ausweis? Wollt ihr noch nicht im Magazin? Ronny Hobbs? Nee. Ich hab die Bilder schon abgegeben. Braucht trotzdem einen Ausweis. Ja, okay, gut, ich glaub dir, dann schickt die Fotos jetzt auch bitte durch den OK. Mann, ich mache nur eine Fernaufnahme noch. Oh, mach eine gute Pose, Anisha. Ja, warte. Cheeseburger? Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Kann jetzt nicht, ich bin beim Arzt. Warte, warte, warte. So, dann kannst du einfach hinten Platz nehmen, kommt durch einer und wandelt. Ähm, danke, Sir. Nee, so, jetzt, okay. Oh, ja, sehr gut. Okay, Cheeseburger, Pinsel, komm mal aufs Bild. Cheeseburger. Pinsel, komm, ach, Ronny, komm mal aufs Bild. Sagt Cheeseburger. Ja, ja, so, ja, genau. Oh mein Gott, sehr gut. Oh, Heiratsentrack, das kommt auf die Titelseite. Cheeseburger. Super, zeig mir, bestes Leichen. Ich seh mich gut. Dass es hier kein Photoshop ist. Warum? Weil es kranklos ist. Ja, das ist ein Ausstattes noch. Okay. Okay. Entschuldigung. Ich darf keine Bilder hier machen. Okay, in welcher Ausgabe sind wir dann? Seit 69. Immer die ganzen Leider hier drin. Bei den Fashion Models. Okay, du darfst uns auch sehr gerne mal zu interviewen, wie es so als It Girl ist hier in der Steuer. Ihr seid It Girls. Hallo. Wir sind mega fängig. Ich hol mir erst mal einen Snickers. Ach. Snickers? Ja, Ronny, willst du ein It Boy sein? Das ist ein Verein. Ein It Boy. Das sind It Girls. Oh, ihr stecken geblieben, oder? Nein. Ich hol die Dinger raus. Ach so. Ich hab fünf Snickers gekauft. Ich hab die Dinger stecken geblieben. Echt jetzt? Ja. Was macht denn ein It Girl? Macht ihr Hot Tub und so? Das sieht immer richtig gut aus. Seid ihr auch in so einem Pool? In welchem Pool? In so Hot Tub? In welchem Pool? Ihr seid gar keine It Girl. Sonst könnt ihr... Ihr würdet euch sonst auskennen. Das ist volle Mode, das Hot Tub. Wir haben einen Pool im Garten und dann tun wir immer Seifen rein und dann blubbert das so etwas. Ja, aber die neuesten It Girls haben den Pool in ihrem Zimmer drin. Nee, ich hab da keinen Pool drin. Dann solltet ihr euch mal das neueste Magazin der It Girls kaufen. Oh, du meine Güte, du kannst morgen auf unsere Party kommen und das richtig krasse It Girl Party Fotos machen. Ach so. Wo habt ihr eine Party? Ronny und Peanut wollt ihr morgen auf unsere Pool Party kommen? Wir sind schon morgen auf eine Party. Seid ihr bei der VIP-Party, oder? Ja. Ralsch. Oh nee. Einmal bitte mitkommen. Schade. Warum seid ihr nicht da? Ich dachte, ihr seid It Girl. Ja, wir haben das irgendwie teuer und es ist teuer. Aber ihr seid doch bestimmt reich. Nee, noch nicht. Wir brauchen noch einen Zuckervater. Willst du unser Zuckervater sein? Ja, ich hab selbst kein Geld. Und ich hab Spielschulden. Und ich bin glückspielsüchtig. Echt? So Ruppellose oder wie? Ja. Oh, die sind ganz schlimm. Wenn man da einmal anfängt zu rubbeln, kann man nicht mehr aufhören. Ja, das ist echt so. Na, da muss man rubbeln. Rubbeln, rubbeln, rubbeln. Echt, so den ganzen Tag, bis man was gewinnt. Ja, bis es wehtut. Bis es keine Fingerlänge mehr hat. Aber ich hätte einen Zuckervater für euch. Echt jetzt? Ja. Sollst du euch die Nummer geben? Ja, nochmal. Gehört das zu den Lilanen? Wer sind die Lilanen? Keine Ahnung. Ich habe nämlich richtig Stress mit dem Indiment. Mennst du mich nochmals hinbringen? Das ist der Bishop. Dem gehört das Casino. Ja, vorne ist jemand beim Otto. Nee, mir hielt er auch noch. Der hat Kolo. Warte, ich mach mal Bishop. Sehr reich. Der hat super viel Geld. Okay, 5, 5, 5. Ja, 3, 2, 1. Oh, 3, 2, 1. Nein, 3, 2, 1. Hm. Äh, was? 3, 2, 1. Schlippe ich ihn mal hin. Äh, vor der 5 oder nach der 5? Ja, okay, das mach ich. 5, 5, 5, 3, 2, 1. Kein Problem. Okay, 5, 5, 5, 5, 3, 2, 1. 9, 6. 9, 6. 3, 9. 3, 9. 9 oder 0? 9, 3, 9. 3, 9. Okay. Ruf den an und sag, Peanut begleicht seine Schuldhimmel. Echt jetzt? Kannst du das so einfach machen? Klar, ich will den Bus. Du musst ein bisschen flirten mit ihm. Und der hat wirklich sehr viel Geld. Hallo, warum kommen Sie mir so nah? Ich fand sie so süß. Sie sind so super. Was? Oh, wir sind ja schon bei Du. Haben Sie den gesehen? Ich bin verheiratet. Mit wem? Mit Twinkie. Wer ist Twinkie? Das ist meine Frau. Du hast eine Frau? Das ist die mit den grauen Haaren. Guck mich an. Na klar, habe ich eine Frau. Ich bin voll hübsch. Alter, ja. Welche Frau kann sich wieder stehen? Kannst du mal dein Huch abnehmen? Warum? Ich möchte mal sehen, ob du nur glatt saß oder ob du noch voll behaart bist. Ich habe Haare. Zeige mal. Okay. Auf dem Kopf. Aber keine Fotos schießen. Ich mache das. Was? Hätte ich niemals gedacht. Alter, du siehst ja noch richtig jung aus. Ich bin noch jung. Wie alt bist du denn? 30. Die Dame? Welche von denen? Äh, sie. Welche? Ich stimme etwas runterfahren. Bitte, danke schön. Welche? Ja, ich habe es auch nicht. Da rumschreien. Hä, du bist doch ein Mann, oder? Ich bin mal ja. Wieso hat er dann zu dir Frau gesagt? Der meint aber dich. Ach, der meint mich, aber ich habe meine Stimme gar nicht runtergedreht. Oh, meine Güte. Ja, die haben wieder irgendwelche komischen Probleme hier. Ich fühle mich benutzt. Ich sollte meinen Kappi ausziehen. Hä, nee, das steht dir voll gut, die Haare. Nee, mein Kappi ist schöner. Ja, siehst du ein bisschen aus, nicht so richtig geil. So bin ich im Angenmodus. Dann würde ich alle Frauen bekommen, wenn ich nicht verheiratet wäre. Oh mein Gott, da musst du ja echt aufpassen, dass du dich auch ein bisschen in die Route auswirfst. Ja. So, unbewusst. Ja. Oh, meine Güte, ich fühle mich dein Style richtig geil. Danke. Danke, danke. Nee, wie heißt du? Ich heiße Peanut. Peanut. Du kannst mich ehrlich nennen. Du bist so süß. Darf ich dich einmal am Arm? Erdnuss. Hey, ich hab Feiererinnen. Wegen der Frau hier. Nicht so doll drücken. Nicht so doll drücken. Oh Gott, so viel hast du ihn ausgedrückt. Das ist ein ziemlich enger Kreis. Erdnuss. Was für ein Pinsel? Wegen den beiden ist mein Taxi kaputt. Wegen den It Girls? Nee. Sondern die zwei. Hey. Die Verbrecher. Die Frau Schnecke. Die Frau. Von mir. Die Frau? Nee, ich kenne dich nicht mal. Klar, wegen dir ist mein Taxi kaputt. Wieso ist wegen mir dein Taxi kaputt? Ihr ist verfolgt. Ich bin völlig auch, Alter. Das ist ja... Wir beruhigen uns jetzt alle mal. Aber nicht so. Und ich weiß nicht mal, wer du bist. Wie du heißt. Oh, halt. Ich bin aggressiv zu dir und vorzumiert und vorzumiert und vorzumiert und vorzumiert und vorzumiert. Ich weiß nur, dass er sie ist. Ich weiß nur, dass er sie ist. Er sie ist. Ist von Ihnen aktuell noch jemand in der Behandlung benötigt? Nee. Nö, nö. Sie können Pause machen, wenn sie wollen. Nee, darum geht es mir nicht. Ich wollte nur fragen, ob sie gegebenenfalls das Gespräch nach draußen verlegen wollen. Nee, nee, nee. Also. Wir warten. An sich können sie auch gerne hierbleiben. Aber eine der anwesenden Personen hier hat tatsächlich leider aktuell ein Hausverbot. Und deswegen müsste ich diese Person bitten, das EMS jetzt zu verlassen. Oh, ne Witz, ne? Du bist der coolste Typ, du hast noch nie hart, dass dir jemand so cool gerade erklärt wie du. Also wirklich. Ja, ein Hausverbot. Sonst sagt man, die anderen immer so, verpüsst euch jetzt. Aber weil du das so cool erklärst, das gehe ich jetzt wirklich auch. Ja, wir hatten ein Hausverbot. Du bist cool. Nein, ich habe immer ein Hausverbot. Tina, du hast ein Hausverbot. Ich habe kein Hausverbot. Wir haben ein Hausverbot. Hast du richtig krass Verzulenzen gehabt und hast dich rausgeschmissen, oder wie? Na, wir sollen rausgehen. Ey, du liest gleich noch heute. Hier fehlt noch einer. Pinsel hat Hausverbot. Einer? Ronny, tu hast Hausverbot. Ich setze mich jetzt erst. Ja, ich habe Hausverbot. Du erinnerst mich an eine... Ronny, du erinnerst mich an... Ronny, du erinnerst mich an... Du erinnerst mich an Liebe. Oh, das war süß. Ich muss den mal umarmen. Hast du Umarmung? Nee, nee, nee. Deutsch? Oh, nee. Du erinnerst mich an eine Wasserminone. Liebe, zeigst mir, wie du wirklich bist. Du liegst in meinem Armpinsel, ne? Voll gemantisch. Ja. Du erinnerst mich daran, wie es sein kann. Hier ist Markus Becker und der Bierkapitän, Richard Beer. Hier spricht der Bierkapitän. Bisschen Laune. Du kannst da nicht so rumheulen. Bier ist ekelig. Steh auf und tanze. Ach komm, ey. Mit wem redet die Frau? Ich rede mit dir, Ronny. Ach so, ich höre nicht zu. Du bist doch gemein. Nein, ich habe wirklich schnell zugehört. Nee, du bist fies. Ehrlich. Warum? Weil du mich auskannst. Weil du sagst, ich habe dein Taxi kaputt gefahren. Ich kenne dich nicht mehr. Frau Schnecke, ich hatte Unfall. Du sagst es gemein. Du kennst ihn nicht mal. Jilda kennt Pinsel. Ich kenne Pinsel, aber nicht so. Also nicht persönlich. Nur von Erzählungen. Was erzählt man sich denn? Das wird jetzt ausdiskutiert. Ich habe gerade gehört, dass du dich mit irgendeinem Spast angelegt hast. Das sagt man nicht mehr. Wir leben im Jahr 2021. Mit so einem Doofkopf. Der hieß Olaf. Ja, der Pinsel hat ihn verklopft. Ich habe mich vermoxt. Hast du den auch richtig auf die Schnauze gehabt? Ich bin voll niedergestreckt. Boah, richtig so. Hat der geheult? Der hat in den Rücken getreten. Boah, so viel. Und aus seinen Toten gespuckt. Ja. Dein Corpus hat jetzt brachvolle Lenden. Ja. Sein was? Mann! Das regt mich auf. Ja. Ja. Auf jeden Fall würde ich verfolgen. Mein Taxi ist kaputt. Mann, du Armer. Und sein Herz ist kaputt, weil Pinsel sucht eine Freundin. Wir müssen ihm so eine Dating-Seite erstellen. Du bist jetzt eine Freundin. Nein, nein, nein. Ich bin doch nicht seine Freundin. Nee. Warum nicht? Du bist doch schon unten, ganz unten auf dem Boden. Hör mal, Peanut. Vielleicht drücke ich dich nochmal aus, Freund. Was drückst du mich aus? Du kriegst eine Bombe. Du verpasst fünfmal deinen Bootstack. Du brauchst 17-fach Schuhe, um zu bremsen. Pass mal auf, Kollege. Pass mal auf. Pass mal auf, wie du mit mir sprichst, mein Freundchen. Willst du eine Erdbeere? Ich verpeck dich an meine Frau. Die verklopft dich. Ach, mach das doch. Wir machen Schlammketschen. Komm, ich geb dir eine Erdbeere. Das ist zur Beruhigung. Will keine Erdbeere. Ich mag das nicht. Was? Ein Hamburger? Von dir esse ich nichts vergiftet. Wie? Ich glaube nämlich, dass du eine Hexe bist. Warum bin ich eine Hexe? Du klingst wie eine Hexe. Ja, dann würde ich sagen, schuldig, oder? Ja. Ja, verbrennt sie. Auf dem Scheiterhofen. Ja, Sophia, ich weiß nicht. Bist du eine Hexe, Sophia? Ich bin doch keine Hexe, Mann. Ich hab dir doch immer geholfen. Du hörst dich aber nicht an, wenn du so viel bist. Du bist ja nicht mein It-Girl. Ist so. Jetzt sind meine Girls. Guck dich an. Oben all die Hundenkreiters. Und so, Sophia, du bist keine Hexe, oder wie? Nein, bin ich nicht. Das war nicht so gemein, schuldig, böse sein. Ich geh jetzt nach Hause. Was hast denn du für ein Problem? Ich hab Angst vor dir. Aber ich steh hinter dir. Willkommen, Peanut, wenn du aufstehst. I don't understand, was du. Was denn? Du kennst mich doch gar nicht. Dann redest du mit mir, als wäre mir die besten Folgen. Ja, Salamel. Nee, aber du bist so gemein. Ich dachte, du wärst so nett. Ich bin nicht gemein. Ich weiß nur, was ich wert bin. Bye, have a good night time. Gute Nacht, tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. Die beobachtet mich. Ich krieg Ärger, wenn ich mit anderem Frauen erpille. Weißt du was? Ja. Die haben gesagt. Die passt zu dir, ne? Bist du bescheuert? Die geht mal auf den Sack. Ja, deshalb passt die ja zu dir. Ja. Doch. Ich weiß, die gehen jetzt zum Park oder zum alten Pidium auf den Party. Oh, wo ist der Park? Die ganze Truppe da. Wir haben jetzt zehn Sekunden noch, das Auto hochzufahren. Was? Das unten im Graben. Nochmal was? Wir haben zehn Sekunden, das Auto nach Dings zu bringen. Das unten im Graben liegt? Ja. Ja, aber das werden die nicht finden. Ja, wir schaffen es in zehn Sekunden. Warte mal, wir haben zehn Sekunden, das hochzubringen. Ja. Warum? Wenn der Polizeimann mich anruft und sagt, ich war das. Wir dürfen keine Anzeige haben, ne? Wovon? Sonst kann ich nicht arbeiten morgen. Der Polizeimann hat dich angerufen? Ja. Aber wir haben kein Auto. Ja. Oh, er sagt nicht, wir müssen nur da hin. Nein. Ähm, wir sagen einfach, wir waren es nicht. Ja, aber das muss jetzt geklärt sein. Das können wir morgen nicht arbeiten auf der Insel. Oh Mann. Wir lassen uns nicht rausfliegen. Welcher Polizei hat man sich angerufen? Soll ich dir eine Nummer geben? Nee. Was soll ich denn? Boah, Pinsel. Ja, was soll ich denn? Ja. Du hast gesagt, nimm. Ja. Aber die können doch nicht einfach sagen, jo, ihr wart das. Ja. Warum sind die eigentlich bei uns immer so schnell und bei den anderen nie? Ja. Vielleicht liegt es an meinen Klamotten. Ich glaube, selbst wenn ich eine Maske aufhabe, wissen alle, dass ich das bin. Und seit den Vögel sind gesquist, ja, dass du das hörst. Na ja. Das sollen die uns erst mal beweisen. Wir haben nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Was denn? Warst du auf dem Feld? Nee, das hat die, die es mir gerade in die Hand tut. Ja, ja. Die klappt. Ja, ja. Dann hätte ich zwei bei, du weißt doch. Ja, aber du hast doch gerade eine gegessen. Ich habe Muffin gegessen. Ja, ja. Oh, oh, guck. Oh, oh, da, warte, da ist der. Scheiße, da ist der, der hat gesehen, wie wir das Auto genommen haben. Sicher? Der mit dem, mit dem Kopfhörer. Der ist der Bus. Oh, oh. Wir streiten einfach alles ab. Ja. Sind wir gut? Wir wissen von nichts. Ja. Wenn wir das Auto suchen, dann doch bestimmt gibt es. Gips. Aber die werden es nicht finden. Da sind gute Verstecker. Oh. Aber wenn die einfach alle behaupten. Wir sollen erst mal die Spurensicherung daheim machen. Kannst du was für mich festhalten? Was denn? Das und das. Warum? Aber das ist doch egal. Aber das ist doch egal. Oh, okay. Danke. Danke. Ich muss Peter rufen. Muchi. Die muss ich in mein Auto parken. Wo musst du dein Auto parken? Nein, die muss ich in mein Auto verstecken. Du, die Polizei, Klamotten. Ich sage es dir. Hast du irgendwas mitgekriegt von den... Äh. Du musst dein Auto verstecken? Nein. Warte mal. Lass doch mal fragen. Vielleicht sehen die das nicht. Wir stehen davor. Die wissen genau, was wir getan haben. Aber die können es nicht beweisen. Die denken, wir sind schlau. Pass auf, ich wette. Pass auf, fünf. Wenn der Schritt macht. Bin ich tot. Guten Tag. Hallo. Guten. Wie heißen Sie in der pinken Kappe? Pinsel. Pinsel. Herr Hobbs, gehen Sie mal vielleicht ein Bildchen besuchen. Das wäre ganz gut. Aber ich möchte kein Bild besuchen, Sir. Hier hängt nur Scheiße. Dann mach was anderes. Hier die Fische kümmern. Guck mal, ob ein Auto öffnet ist. Soll ich mir mal folgen? Und? Machen Sie auch Urlaub? Blippier gleich aus. Warum? Weiß ich nicht. Wir wurden Autos entwendet. Das ist nicht cool. Ne. Du darfst nicht gegen das Aquarium springen, die haben Fische. Das stimmt, das hat nichts gebracht. Jetzt? Ich sag nur mal, ein Bild ist irgendwas anderes. Oder gegen die Tür. Mann. Das muss richtig klatschen. Ja, jetzt soll das klatschen. Ja, ich glaube, ich gebe es auf. Ich glaube, ich gebe es auf. Das ist schon jetzt auch zu blöd. Ja. Okay, nee, mir ist er zu blöd, Sir. Mir. Mir auch. Hast du mir irgendwas zu sagen? Hallo? Guten Abend. Wo ist der Aspo? Ich wurde von Nilayla Scho angerufen. Ich habe keinen. Oh mein Gott. Grüß Sie mal. Das ist Herr Waschi, 100% nur der Wink. Ist das Herr Waschmaschine? Sie können ins Geld ja kommen. Nein, das ist nicht Herr Waschmaschine. Doch nicht. Das meiste Puppa. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Was ist denn das Problem? Wo ist mein Aspo? Ich habe den Aspo nicht. Hast du schon in deine Tasche geguckt? Darfst du der Aspo drin sein? Ja, ich weiß nicht mal, was ein Aspo ist. Ein Auto. Also Pina, du warst oft genug beim Aspo-Derby. Aber ich kenne mich doch nicht mit Autos aus. Ja, du weißt aber, welche da sind, nicht? Nö. Die Knutsch. Ah, jetzt. Ich bin Autofahrer. Guten Tag. Hallo. Jetzt. Komm her. Ordnen wir das. Ja, ich bin die Schnitte, Herr Mertens. Folgendes, Herr Mertens. Kommen Sie her, oder mach ich's? Ja, nee. Können wir dringend hier machen, denn es geht um den Herrn Hobbs. Ja. Ich hatte gerade eben meinen Aspo-Derby. Ja. Dann hieß es, alle Autos fahren in Harmonie. Ja. Dann hat mich ein Fahrer angerufen, da das Auto von einem Ronny Hobbs entwendet wurde. Nun, wie der Zufall es will, steht der Herr Hobbs vor uns. Ja. Und ich würde gerne wissen, wo das Auto ist. Wo ist Herr Hobbs? Hallo. Im Lerb-Kabel. Aber der hat keinen geklaut, wir waren die ganze Zeit unterwegs. Ja, dann fragen wir ihn. War der schnell. Er hat genau von einem, ne? Und deshalb sind wir hergekommen, um das mit der Polizei zu klauen. Ach so. Das ist ein Dach für ein Prachtexperiment. Wenn das Auto weg ist, du kennst doch sein Nummernschild, dann tu doch da in den Polizeikomputer gucken. Ja, das wollte ich jetzt ja auch machen. Aber, äh, wenn Herr Hobbs ja schon direkt hier ist, ja, wer hat's denn? Es gibt jemanden, der, der macht, als wäre ich. Olaf. Ja. Der heißt Olaf. Hm. Und wo ist der? Keine Ahnung. Aber was denn, dass du fragen wurdest? Ich bin doch überhaupt nicht mitgefahren. Aber du warst ja auch am Aspo-Derby. Und woher warst du denn, ne? War überhaupt nicht beim Aspo-Derby. Ich war beim Aspo kurz mit Oma Mörte. Du warst auch da, ich hab dich gesehen. Ich war da. Mit Oma Mörte. Ja, dich hab ich auch gesehen. Ja, ich war da 15 Minuten. Ja, und in den 15 Minuten hat man ja genug Zeit, den Aspo zu klauen, nicht? Was? Also, wenn ihr da rumgefahren seid, hab ich euch ne Aspo geklaut. Ich war mit meinem Auto unterwegs. Ich hab Zeugen. Ja, der gibt doch überhaupt keinen. Ganz sicher? Weil, ich würd's ganz schön wundern, warum mich die Leute da reden ansprechen, Ronny Hobbs hat ne Aspo geklaut. Weil immer, immer finde ich, dass ich da mit dem Klauen. Ja, er, äh, äh. Es gibt einen, der klaut mir nicht, also der macht mein Style nach. Und warum seid ihr dann hier jetzt? Wegen was? Weil die Pinsa angerufen wurde. Ich wurde angerufen von dir. Von Polizei. Von mir? Ja. Hast du mich nicht gerade angerufen? Arbeitst du schon nicht bei der Polizei? Doch, das geht auch. Ja. Ja. Wir wollten das hier klären. Ich hab dich gefragt, wo der Aspo ist. Ja, hast du mir keine Antwort geben können. Das ist der Druck absterben. Ich hab ein Fotoshooting gehabt. Ja. Ich war im Krankenhaus, hab ich auch erzählt. Ich wurde operiert. Oder irgendwie sowas. Bist du wogegen mit dem Aspo, oder was? Ich wurde am Rücken operiert, weil ich bin von der Mauer gefallen, Sir. Mhm. Das kann ich überzeugen. Welche Mauer? Wie, welche Mauer? Was für eine Mauer bist du denn? War so ein Geländer. Äh, beim Aspo Derby? Nee. Nein. Ja. Das ist so brav. Beim Aspo Derby bin ich mit meinem eigenen Auto weggefahren. Du kannst einfach Co und Benni anrufen und fragen. Super. Können wir? Ja. Ich hab denen mein Auto gezeigt. Und dann haben wir die Oma heim gefahren am Destiny. Du wolltest schon Destiny kaufen. Nein. Oh Mann. Dörty. Warte. So. So. Grüße Kollegen. Moin. Herr Jared. Ich will mal mein Auto auf. Wir werden dem auf den Grund gehen. Aber du bist hier nicht so angenommen. Kann das sein? Ich merke das. Ich merke das. Ich kriege das. Hast du denn die Nummer von dem, der den Style nachmacht? Ja. Gut. Scheinbar bist du ein Scheißpräßes, weil keiner will dir helfen. Hast du gehört, was der Typ gerade gesagt hat, als er rausgelaufen ist mit seiner Freundin? Weiß nicht. Dann gehen wir jetzt noch einen Job machen. Kannst du nicht ausdenken. Ich kriege hier richtig einen Anfall. Lass dein Auto doch orten. Ja. Guck doch mal die Leitstelle. Die ist so beschäftigt, dass sie gar nicht mehr aus dem Glaskasten kommen. Dann frag doch jemanden. Komm, bitte die Leitstelle. Das kann nur die Leitstelle orten. Das kann nur die Leitstelle orten. Dann geh du als Leitstelle. Genau. Hättest du tatsächlich schon auf und weißt. Ach, es gibt's alles nicht hier. Warum soll ich dort immer sein? Das gibt's von denen. Ja, mich würde es auch wundern, wenn du so was machst. Denn eigentlich hast du dich die letzten Male benommen. Deswegen würde mich das auch wundern. Es gibt jemanden, der mich faked. Sagt man so? Ja. Mach mir nach. Kopieren. Ja, okay. Ja. Ja. Das ist ja heute wieder ein Tag, wenn es den Sand beißen war. Scheiße. Ich habe jetzt geklärt. Wir haben noch zwei Stunden Zeit jetzt hier. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, dann mach du mal. Mal gucken, ob du mir glückst. Geht es mal, wenn du das noch? Hm? Ja. Nichts. Okay. Sie haben den weißen Anzug, wird den schnell dreckig? Nö. Du musst es nur ordentlich anstellen. Dann bleibt er sauber. Ich schaff das nicht. Ja. Alles mit Übung. Verbunden. Boah. Kann man schon auf den Schuss? Komm, wir gehen die auch nerven. Ich würde hier bleiben. Ich kann nicht mehr. Ach, der ist am Telefon. Aber gut. Ich rufe jetzt die Leitsche an, damit den keiner mehr anrufen kann. Scheißegal. Wie lange soll ich warten? Kann auch anrufen. Also, dass ich jetzt hier schon mir helfe, den Aspo wiederzubekommen wundern, dann denke ich, habe ich doch Zweifel, ob du den wirklich geklaut hast. Ah, jetzt komme ich. Guck mal, ich sehe, dass er nicht rangeht. Wo geht er an? Ich sehe es doch. Das ist dein Problem. Er muss zu arbeiten. Ich hasse es. Wir brauchen deine Hilfe. Kannst du zu uns kommen? Nein. Ja, bleib mal dran. Dann ruft dich keiner an. Du hast jetzt Zeit. Hallo. Wir sind hier. Ah. Kommen Sie. Kommen Sie. Bam, 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 bam. Das kann alles nicht wahr sein. Boah. Ich fühle mich wie im Zug. Wir suchen doch nur ein Auto. Das dauert eine Minute, Mann. Wir warten. Keine Sorge. Leg nicht auf. Dann nervt dich auch keiner. Peanuts. Ja, ich bin Peanuts. Ja, wir kennen uns schon, ne? Ja. Ich komme aus, Jan. Das ist ja nervig. Hör dich zweimal. Ganz kurz. Wir sind alle vier auf der Suche nach dem Maupen. Zuordnung zu einem TG1-Auto. Kein Zeichen. Gut. Wer hat das... Wem gehörten das Fahrzeug? Der Jutta. Dann kommen Sie her. Zeigen wir den Fahrzeugschein. Oh, ich flipp aus. Oh mein Gott. Das kann er nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, wir können abholen. Wir sind nicht angeklagt. Ich kann Ihnen jetzt die Schlüssel geben. Und ich habe hier einen Zeugen. Das ist der Herr Würmer. Das ist der Herr, der mit Schlüssel... Ich bin auch Zeugen, dass... Ein Astro-Teilnehmer war. Okay. Jetzt geht es nur darum, dass der Astro entwendet wurde. Und jetzt wollen wir gerne wissen, wohin der bitte entwendet wurde, damit ich ihn wieder abholen kann. Der Herr Mandl arbeitet beim Esti. Bitte was? Der Herr Mandl arbeitet beim Esti. Das weiß der Herr Mertens doch gar nicht. Ah, der Herr Würmer. Ja. Hallo. Habe ich gar nicht erkannt in dem weißen Aufzug. Ach, du Scheiße. Ich drehe durch. Okay, ihr braucht uns nicht mehr bei den Hüften. Wir haben nichts erklärt. Ich glaube nicht mehr. Danke schön. Okay, dann gute Nacht. Ich will jetzt auch verbrüchern, Mann. Ja, ja. Ich gebe einfach mal den Schlüssel, Herr Mertens. Und ich hoffe, dass wir das dann jetzt geregelt bekommen. Was bin ich, Nats? Tschüss. Da platzt mir die Hosen hart. Ich mag hier nicht gerne hinkommen. Und hier habe ich einfach keiner. Hätte ich jetzt nicht die Leitstelle überlegt mit dem Anruf, dann wäre der noch 700 Mal ins Telefon gegangen. I think my pick is whistling. Boah. Darauf erst mal einen Pegel ausdrücken. Hätte ich so viel Geld verdienen, wie die für nichts tun, ne? Dann wäre ich auch Sheriff geworden. Die Dinger noch gleich geben. Ich will die nachher nur einräumen ins Auto. Ich dachte, die darf man nicht haben. Dankeschön. Doch, das ist doch legal. Weiß nicht. Dass die nun nicht mit da rumrennen wird, oder? Oh, kein Plan. Dieter hat mir im Telefon mal gesagt, wir sollen uns eine besorgen, wenn der noch mal kommt, der Mörder. Ja, ich habe jetzt vier. Oder so. Oder sechs. Warte mal, wo ist denn? Dann lasse ich dich bei deinem Auto raus. Nee, scheiße, ob ich mach's morgen. Oder so. Runter von der Karre. Ach, nö. Hinten sitzen ist für Loser. Ja, der sitzt vorne. Was? Okay. Du sitzt neben mir. Ja, wenn du dann sagst. Palmen aus Plastik. Gemäß Benzin. Die Hose sieht cool aus, aber passt nicht. Dreierrunden auf dem Jogger. Ach, als ihr sagte, ihm fehlt ein Ass, woher ich erst schon schlecht zu wissen kriegt. Weil, ihm wollten wir nichts Böses. Die werden den nicht finden. Warum? Ja, weil. Da gibt's kein GPS. Wegen der Höhenunterschied auch. Weißt du? Ist das echt so? Weiß ich nicht, aber ich denke. Oh Gott. Das steht doch nicht auf dem Ordnungsrede. Die ist fünf Meter unter der Erde. Oder? Oh Gott. Oh, ist das gemein? Habe ich doch gesagt, wir sind die besten Verstecker. Oh Gott. Hui. Oh Gott. Ja gut. Der hat, der Typ stand doch heim, als wir weggefahren sind, ne? Und er hat es nicht gemerkt. Meinst du? Ja, sonst hätte er doch gesagt, hey, du warst doch dabei. Ich habe genau gesehen, wie du weggefahren bist. Das war der im Auto? Ne, das war der, der die Schlüssel eingesammelt hat. Okay. Den wollte ich erst den Schlüssel entlocken. Ja, würde ich sagen, haben wir so gebumst. Ich habe was Kriminelles getan, ne? Oh. Das war Autodiebstahl dritten Gardus. Hey, eigentlich war ich's ja. Stimmt. Du hast mich aufgestarrt. Ich habe dir zu gut zugesprochen und gesagt, mach das nicht. Ja, stimmt. Wir werden uns ein Taxi rufen. Ja, genau so hast du gesagt. Ich hoffe, Oma Mörtl hat nur den Archis gefüttert. Ist der noch im Wasser? Ja, der ist immer im Wasser. Okay. Ich mache keinen Grasen mehr. Wo ist eigentlich mein Auto? Oh Mann, ich komme wieder nicht weg. Okay, ich versuch. Okay. Ich muss gucken, okay? Okay. Ich muss gucken. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh je. Ich bin müde. Und du? Ich auch. Ich gehe sofort in den Hallen. Kauschen und du liest ein Buch. Geil. Du bist im Ferkel. Warum? Hau ab. Geh rein. Ja? Es hat genug Quatsch gemacht. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht, Pinsel. Aufgrund. Wo gehst du hin? Du kannst ja nicht mit rein. Warum? Warum? Und das andere Tür. Andere Tür. Schallah, schallah. Ja. Ich hoffe, das ist ein Affe. Ist sie nur ein Affe? Pettig, das klatscht. Bam. Kein Affe mehr, oder? Affe? Affe? Ach, keine Lust. Gute Nacht. Gute Nacht. Bye, have a great time. Aufstehen. Hat gelappt, Flo? Ja, gefällt dir, Stimo? Aber das war heute noch gar nichts. Das war heute einer der ruhigsten Tage, Alter. Das war heute noch gar nichts. Aber das war heute noch einmal. Aber das war heute noch gar nichts. Aufstehen. Und wieder geo Hub80, Alter. iversite hip Ach ja. Dragonic, Dankeschön noch für den Resub im 17. Monat. Und Onyawa, 777, Dankeschön für den Primestub. Und herzlich willkommen. So, Chat, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und vielen lieben Dank für den Support, die Subs und die Liebe. Wir sehen uns nachher wieder um 19. Nachher gibt's dicke Party-EP auf Insel, Alter. Ich bin mal gespannt. Ich weiß schon ein bisschen was. Wir lassen das Lied noch auslaufen. Aber ich sag jetzt schon mal gute Nacht, okay? Tschüss. Und seid artig. Gute Nacht. Bye-bye. Bis nachher. Tschüss. Bye. Have a good night time. Und danke nochmal. Tschüss. clipsets. Bye-bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.